dies ist eine um drei uhr nachmittags verlassen wir den battery kai rasch führt uns die ebbe dem freien meere zu captain huntley hat alle segel beisetzen lassen und der nordwind treibt den chancellor quer durch die bay von charleston bald ist das vor samter umschiff und liegen uns die batterien welche den hafen bestreichen zu linken um vier uhr passiert unser schiff die enge einfahrt durch die bei sinkendem wasser eine schnelle strömung flutet von hier aus ist die eigentliche offene see freilich noch ziemlich weit entfernt und nur durch enge gefährliche wasserstraßen zwischen ausgedehnten sandbänken zu erreichen captain huntley biegt in das fahrwasser nach südwesten ein und hält auf den leuchtturm an der linken spitze des die segel werden so dicht als möglich gegen den wind gestellt und um sieben uhr abends bleibt der letzte ausläufer der sandbänke hinter unserem fahrzeuge zurück das nun in den atlantischen ozean hinaus steuert der chancellor ein schöner dreimaster von neunhundert tonnen gehört dem reichen hause der gebrüder leart in liverpool das schiff ist zwei jahre alt mit kupfer bekleidet aus teakholz gebaut und führt außerdem besermaste untermaste und takelage aus eisen das solide und schöne schiff beim büro veritas unter a1 klassifiziert vollendet eben seine dritte reise zwischen charleston und liverpool bei der abfahrt aus charleston hisste es die englische flagge ein seemann hätte aber auch ohne diese seinen ursprung auf den ersten blick erkannt es war wirklich für was es sich ausgab daher englisch von der wasserlinie bis zur mastspitze an bord des chancellor der jetzt nach england zurücksegelt habe ich mich aus folgenden gründen eingeschifft zwischen süd carolina und dem vereinigten königreiche besteht keine direkte dampfer verbindung um eine transatlantische linie zu erreichen müsste man entweder nach norden hinauf bis new york gehen oder nach süden hinunter bis new orleans zwischen new york und der alten welt unterhalten verschiedene englische deutsche und französische gesellschaften eine häufige und sichere verbindung und von dort aus hätte mich eine scotia holfathia oder eine perer bekannte schiffe jener linien schnell genug meinen bestimmungsorte zugeführt zwischen new orleans und europa verkehren die dampfer der national steam navigation company die sich an die französische linie nach cologne und espinwall anschließen als ich aber auf den kais in charleston dahin ging sah ich den chancellor das schiff gefiel mir und ich weiß nicht welcher instinkt mich an bord desselben trieb es ist übrigens recht bequem eingerichtet und bei günstigem wind und meere wobei die schnelligkeit die der dampfer fast erreicht ziehe ich es nach allen seiten hin vor mit einem segelschiff zu reisen zu anfang des herbstes hält sich in diesen niedrigen breiten die witterung noch sehr schön ich entschied mich also für die überfahrt auf dem chancellor habe ich daran wohlgetan werde ich es zu bereuen haben die zukunft wird es lehren ich will meine beobachtungen tagtäglich notieren und jetzt da ich schreibe weiß ich selbst noch nicht mehr als die leser dieses tagebuchs wenn dasselbe überhaupt jemals leser findet ende von kapitel 1 gelesen von dirk weber rheinberg kapitel 2 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg am 28 september ich erwähnte schon daß der kapitän des chancellor huntley heißt mit vornamen john silas er ist ein schotter aus dundee gegen fünfzig jahre alt und macht den eindruck eines erfahrenen ozeanschiffers bei nur mittlerer körpergröße sind seine schultern nicht breit sein kopf den er aus gewohnheit immer nach der linken seite neigt etwas klein ohne physiognomiker ersten ranges zu sein glaube ich schon trotzdem ich kapitän huntley erst seit wenigen stunden kenne ein urteil über denselben abgeben zu können daß silas huntley das aussehen eines guten seelmanns habe und in seinem fache wohl unterrichtet sei dem widerspreche ich nicht daß in diesem manne aber ein fester charakter stecke der unbeugsam jeder prüfung entgegenträte nein das ist nicht möglich in der tat erscheint die haltung des kapitäns etwas schwerfällig sein körper ziemlich abgespannt er ist nachlässig das sieht man an seinem unsicheren blicke den passiven bewegungen der arme und seinem schwanken bei dem er von einem bein auf das andere fällt dieser mann ist nicht energisch kann es nicht sein nicht einmal starrköpfig denn seine augen haben kein feuer sein kinn ist fein und weich und seine hände scheinen sich gar nicht ballen zu können außerdem fällt mir an ihm noch ein eigentümliches wesen auf das ich mir noch nicht zu erklären vermag doch werde ich ihm auch ferner diejenige aufmerksamkeit schenken welche der befehlshaber eines schiffes verdient auf dem er sich nach gott den nächsten nennt wenn ich nicht irre befindet sich aber zwischen gott und silas huntley noch ein anderer an bord der gegebenenfalls eine hervorragende stelle einzunehmen bestimmt scheint das ist der zweite offizier des chancellor den ich noch nicht genügend studiert habe und von dem zu sprechen ich mir für später vorbehalte die besatzung des chancellor besteht aus captain huntley dem zweiten offizier robert kurtis dem leutnant walter dem hochbootsmann und 14 matrosen lauter engländer oder schotten zusammen also 18 seeleute eine anzahl welche zur führung eines dreimasters von 900 tonnen gehalt völlig hinreichend ist die männer scheinen ihr geschäft alle gut zu verstehen was ich bis jetzt davon sah beschränkt sich freilich darauf daß sie unter dem kommando des zweiten offiziers in dem engen fahrwasser vor charleston sehr geschickt manövrierten ich vervollständige das verzeichnis der auf dem chancellor eingeschifften personen durch erwähnung des stuart hobbert des negerkochs jinx dropp und durch hinzufügen einer liste der passagiere von letzteren zähle ich wenn ich mich einrechne acht personen noch kenne ich sie kaum doch werden die eintönigkeit einer längeren überfahrt die kleinen vorkommnisse jedes tages die unumgänglichen berührungen mehr in so engem raume zusammenwohnender leute das natürliche bedürfnis seine gedanken auszutauschen und jedem menschen herzen eingeborene neugier uns zeitig genug einander näher bringen bis jetzt haben uns noch der wirrwarr der einschiffung die besitznahme der kabinen die einrichtungen welche eine reise von drei bis vier wochen nötig macht und verschiedenerlei andere geschäfte noch voneinander fern gehalten gestern und heute erschienen noch nicht einmal alle bei tische und vielleicht leiden einige an der seekrankheit noch habe ich sie nicht einmal alle gesehen weiß aber daß sich unter den passagieren zwei damen befinden die in der hintersten kabine wohnen deren fenster in dem spiegel des fahrzeugs angebracht sind hier folge eine liste wie ich sie der schiffsrolle entnehme mr und mrs kerr amerikaner aus buffalo miss herby engländerin gesellschaftsdame der mrs kerr mr letourneur und sohn andré letourneur franzosen aus havre william farlston ingenieur aus manchester und john ruby kaufmann aus cardiff beide engländer endlich j r keselon aus london der verfasser dieser zeilen ende von kapitel 2 diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 3 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg am 29 september das connoissement des captain huntley daher die akte in welcher die im chancellor verlagenen waren aufgeführt und die frachtbedingungen festgestellt sind lautet wörtlich folgendermaßen herren brunsfield und kompagnon kommissionäre charleston ich john silas huntley aus dundee schottland kommandant des schiffes chancellor 900 tonnen last gegenwärtig in charleston um mit dem ersten günstigen winde auf kürzestem wege und unter dem schutze gottes abzufahren und bis vor die stadt liverpool zu segeln bekenne hiermit von den herren brunsfield und kompagnon handelskommissionäre in charleston unter das sonst leere oberdeck des erwähnten schiffes 1700 ballen baumwolle im werte von 26.000 pfund sterling alles im guten zustande markiert und nummeriert laut buch angeliefert erhalten zu haben welche waren ich abgesehen von den gefahren und zufällen des meeres im bestem zustande in liverpool an die herren gebrüder lert oder deren ordre abliefern und mich für meine frachtspesen mit stirling nicht mehr laut charterbrief bezahlt machen werde havarieschaden nach sehgebrauch und herkommen zur bekräftigung dieses habe ich verpflichtet und verpflichte hiermit meine person mein vermögen und das genannte fahrzeug mit allem zubehör zu diesem zwecke habe ich drei gleichlautende konnozzamente unterzeichnet und solle nach erledigung eines derselben die anderen null und nichtig sein geschehen zu charleston am 13 september 1869 j s huntley der chancellor führte also 1700 ballen baumwolle nach liverpool absender brownsfield und kompagnon in charleston empfänger grüder lert in liverpool da das schiff eigens zum baumwollentransport eingerichtet ist so wurde die ladung mit größter sorgfalt verstaut bis auf einen kleinen für das passagiergepäck freigelassenen teil nehmen jene ballen den ganzen schiffsraum ein und bilden da sie mittels winden sehr fest verschnürt sind nur eine äußerst kompakte masse kein eckchen des unteren raumes ist auf diese weise unbenutzbar geblieben ein günstiger umstand für ein schiff welches dabei seine volle warenladung aufzunehmen vermag ende von kapitel drei diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel vier von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg vom 30 september bis 6 oktober der chancellor ist ein schneller segler der viele schiffe von gleicher größe leicht überholen würde und seitdem die brise aufgefrischt hat lässt er einen langen kaum übersehbaren streifen wirbelnden kielwassers hinter sich so daß man ein langes weißes spitzengewebe das auf dem meere wie auf blauem untergrunde hingebreitet läge zu sehen vermeint der ozean ist vom winde nur wenig bewegt so viel ich weiß wird niemand an bord von dem schwanken und stampfen des schiffes besonders belästigt übrigens befindet sich keiner der passagiere auf der ersten überfahrt und sind alle mehr oder weniger mit dem meere vertraut zur zeit des essens bleibt jetzt kein platz am tische leer zwischen den passagieren knüpfen sich allmählich verbindungen an und das leben an bord gestaltet sich minder einförmig der franzose mr letourneur und ich wir plaudern häufig miteinander mr letourneur ist ein mann von fünfzig jahren hohem wuchse weißem haar und ergrauendem barthe er erscheint noch älter als er wirklich ist eine folge langjährigen kummers der an ihm nagte und ihn auch heute noch verzehrt offenbar trägt dieser mann eine nie versiegende quelle der traurigkeit mit sich herum was man an seinem herabgekommenem körper und dem häufig auf die brust niedersinkenden kopfe leicht erkennt nie lacht er nur selten lächelt er und dann nur seinem sohne gegenüber seine augen sind sanft blicken aber stets nur wie durch einen feuchten schleier sein gesicht verrät eine ganz charakteristische mischung von kummernis und liebe und seine ganze erscheinung atmet eine gewisse wohlwollende güte man kommt auf den gedanken dass mr letourneur über irgendein unverschuldetes unglück trauere so ist es auch doch wer sollte kein schmerzliches mitgefühl empfinden wenn er die wirklich übertriebenen vorwürfe hört die er sich als vater selbst macht mr letourneur ist nämlich mit seinem etwa zwanzigjährigen sohn und re einem sanften einnehmenden jungen manne an bord dieser hat zwar im gesicht eine ähnlichkeit mit seinem vater aber und das ist eben die ursache des nie gestillten schmerzes des letzteren andr ist gebrechlich sein linkes stark nach außen verrenktes bein zwingt ihm zu hinken so daß er ohne stock auf den er sich stützt gar nicht gehen kann der vater betet sein kind an und man sieht dass dessen ganzes leben jenem unglücklichen wesen gewidmet ist er leidet durch das angeborene gebrechen des sohnes weit mehr als sein sohn selbst und er bittet von diesem wohl dann und wann verzeihung seine hingebung gegen andr äußert sich jeden augenblick vom neuen er verlässt ihn nicht belauscht seine geheimsten wünsche achtet auf alles was jener tut seine arme gehören mehr dem sohne als ihm selbst sie umschlingen ihn und unterstützen ihn wenn sich der junge mann auf dem verdeck des chancellors ergeht mr le tourneur hat sich mir einigermaßen angeschlossen und spricht unausgesetzt von seinem kinde heute sprach ich ihn folgendermaßen an eben komme ich von mr andré sie haben einen guten sohn mr le tourneur er ist ein begabter und unterrichteter junger mann jawohl mr kasalon antwortete mir mr le tourneur dessen lippen ein schwaches lächeln versuchen eine schöne seele in einem elenden körper die seele seiner armen mutter welche starb als sie ihm das leben gab er liebt sie sehr das gute kind flüsterte den kopf senkend mr le tourneur o fährt er dann fort sie können es nicht mitfühlen was ein vater leidet bei dem anblick seines gebrechlichen von geburt auf gebrechlichen kindes erwiderte ich bei dem unglück welches ihrem sohn betroffen hat teilen sie die last nicht ganz gerecht ohne zweifel ist andré tief zu beklagen aber ist es denn gar nichts von ihnen so geliebt zu werden eine körperschwäche erträgt sich leichter als ein seelenleiden und das letztere trifft sie doch ganz allein wiederholt beobachtete ich aufmerksam ihren sohn und wenn ihm irgendetwas nahe geht so glaube ich behaupten zu können daß das nur ihre persönliche bekümmernis ist die ich ihm gegenüber stets verberge fällt mir mr le tourneur schnell ins wort ich habe nur einen lebenszweck den ihm fortwährend zerstreuung zu verschaffen trotz seiner schwäche erkannte ich an ihm eine leidenschaftliche reiselust sein geist hat füße nein hat wirklich flügel und schon seit mehreren jahren reisen wir zusammen erst besuchten wir ganz europa und eben jetzt kehren wir von einer tour durch die hauptstaaten der union zurück die erziehung andrés habe ich da ich ihn keiner öffentlichen schule anvertrauen wollte selbst geleitet und jetzt vollende ich sie durch reisen andré besitzt lebendige auffassung und glühende phantasie er ist empfindsam und manchmal bilde ich mir ein daß er vergessen könne wenn ich seine begeisterung für die großartigen naturschauspiele sehe ja mein herr gewiß sage ich aber wenn er auch vergesse nimmt mr le tourneur wieder das wort und begleitet es mit einem bekräftigenden händedruck so vergesse ich nicht und werde nie vergessen können glauben sie wohl mein herr daß mein sohn seiner mutter und mir jemals vergeben kann ihm ein so elendes leben geschenkt zu haben der schmerz dieses vaters der sich wegen eines unglückes anklagt für das kein mensch verantwortlich sein kann zerreißt mir das herz ich will ihn trösten doch in dem augenblick erscheint sein sohn mr le tourneur läuft auf diesen zu und hilft ihm die etwas steile treppe nach dem oberdeck hinauf dort setzt sich andré le tourneur auf eine der bänke welche unter einigen hühner käfigen angebracht sind und sein vater nimmt neben ihm platz beide plaudern und ich mische mich in ihre unterhaltung sie betrifft die fahrt des chancellor die aussichten der überfahrt an bord mr le tourneur hat ebenso wie ich von captain huntley einen mittelmäßigen eindruck bekommen die unentschiedenheit dieses mannes seine etwas schläfrige erscheinung hat ihn unangenehm berührt dagegen fällt mr le tourneur ein sehr günstiges urteil über den zweiten offizier robert kurtis einen wohlgebauten mann von dreißig jahren mit großer muskelkraft der immer in thätigkeit ist und dessen lebhafte willenskraft sich fortwährend in handlungen auszusprechen sucht robert kurtis betritt eben jetzt das verdeck ich faß ihn schärfer ins auge und erstaune daß er mir vorher noch nicht mehr aufgefallen ist da steht er in straffer und doch ungezwungener haltung mit stolzen blicke und wenig gehunzelten augenbrauen ja das ist ein energischer mann der den kalten mut wohl besitzen mag welcher den wahren seemann auszeichnen muß gleichzeitig ist ihm ein gutes herz eigen denn er interessiert sich für den jungen le tourneur und sucht ihn bei jeder gelegenheit behilflich zu sein nach beobachtung des himmels und einem blick über das segelwerk nähert sich uns der zweite offizier und nimmt an der unterhaltung teil ich sehe daß der junge le tourneur gern mit ihm spricht robert kurtis teilt uns einiges über die passagiere mit zu denen wir noch nicht in nähererer beziehung getreten sind mr und mrs kerr sind beide amerikaner aus dem norden die ihre reichtümer der ausbeutung der petroleumquellen verdanken bekanntlich ist ja hierin überhaupt die ursache manches großen vermögens in den vereinigten staaten zu suchen dieser mr kerr ein mann von etwa fünfzig jahren dem man den parvenu ansieht ist ein trauriger tischgenosse der nichts als ein persönliches vergnügen im auge hat fortwährend klappert das metall in seinen taschen in welchen die hände unausgesetzt herum wühlen stolz aufgeblasen ein anbeter seiner selbst und verächter aller anderen trägt er eine affektierte teilnahmlosigkeit für alles was ihn nicht direkt angeht zur schau er brüstet sich wie ein fauch er riecht sich er schmeckt sich und kostet sich um mit den worten des berühmten physiognomikers graziolet zu reden er ist ein dummkopf und ein egoist dazu ich begreife nicht warum er an bord des chancellor gegangen ist da das einfache kauferteischiff ihm den komfort der transatlantischen dampfer ja doch nicht gewähren kann mrs kerr ist eine nichtssagende nachlässig auftretende frau der man die vierzig jahre an den schläfen schon ansieht geistlos unbelesen und ohne unterhaltungsgabe sie schaut wohl hinaus aber sieht nichts sie hört wohl aber versteht nichts ob sie wohl denken mag ich möchte es nicht behaupten die einzige beschäftigung dieser frau besteht darin sich jeden augenblick von ihrer gesellschaftsdame der miss herby einer zwanzigjährigen engländerin von sanften und einvernehmendem wesen bedienen zu lassen einem jungen mädchen welches die wenigen funde die ihr der öl baron zuwirft wohl nicht ohne kränkung annimmt diese dame ist sehr hübsch eine blondine mit tiefblauen augen zeigt sie nicht jenes nichtssagende gesicht dem man bei so vielen engländerinnen begegnet gewiss wäre ihr mund reizend wenn sie einmal zeit oder gelegenheit hätte zu lächeln worüber sollte das arme mädchen aber lächeln können da sie jeden augenblick den sinnlosen nörgelein und lächerlichen launen ihrer herrin ausgesetzt ist doch wenn miss herby im inneren gewiss tief leidet so verbirgt sie das doch und erscheint in ihr schicksal völlig ergeben william falsten ein ingenieur aus manchester vertritt den vollkommenen englischen typus er leitet ein großes wasserwerk in süd carolina und geht jetzt nach europa um neue vervollkommene terre maschinen kennenzulernen unter anderem die zentrifugen der firma kale ein mann von 45 jahren steckt etwas von einem gelehrten in ihm der aber nur an seine maschinen denkt den mechanik und rechnungen von kopf bis zum fuß erfüllen und der darüber hinaus für nichts mehr sinn hat wen er in seine unterhaltung verwickelt der kann unmöglich wieder davon loskommen und bleibt wie von einem endlosen zahnrade darin gefesselt mr ruby endlich repräsentiert den ganz gewöhnlichen kaufmann ohne erhabenheit und originalität seit 20 jahren hat dieser mann nichts getan als zu kaufen und zu verkaufen und da er im allgemeinen teurer verkauft als er eingekauft hat so hat er sich ein vermögen erworben was er damit anfangen soll weiß er selbst noch nicht dieser ruby dessen ganze existenz in seinem kramhandel aufging denkt nicht und reflektiert nicht sein gehirn ist für jeden eindruck unzugänglich und er rechtfertigt in keiner weise das wort pascals der mensch ist offenbar zum denken erschaffen nur das macht seine würde aus und bildet sein verdienst ende von kapitel vier diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel fünf von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg am siebten oktober wir haben charleston vor zehn tagen verlassen und wie mir scheint gute fahrt gemacht ich plaudere häufig mit dem zweiten offizier und es hat sich zwischen uns eine gewisse vertrautheit ausgebildet heute meldet mir robert kurtis daß wir uns nicht weit mehr von den bermudainseln daher gegenüber dem kap hatharras befinden die beobachtung hat 32 grad 20 minuten nördlicher breite und 64 grad 50 minuten westlicher länge von greenwich ergeben wir werden die bermuden und speziell die insel st george noch vor nacht in sicht bekommen sagte mir der zweite offizier wie habe ich ihm geantwortet wir steuern auf die bermuden ich war der meinung daß ein von charleston nach liverpool segelndes schiff nach norden halten und dem golfstrom folgen müsse gewiss mr kasalon antwortete robert kurtis gewöhnlich schlägt man diese richtung ein es scheint aber als habe der kapitän für dieses mal die absicht davon abzugehen warum das weiß ich nicht er hat aber befohlen nach osten zu steuern so geht der chancellor nach osten haben sie ihm aber nicht bemerkt daß ich habe ihm bemerkt daß das nicht der gebräuchliche weg sei und er hat mir geantwortet daß er schon wisse was er zu tun habe bei diesen worten zog robert kurtis mehrmals die augenbrauen zusammen strich mit der hand über die stirn und schien mir nicht alles auszusprechen was er sagen wollte inzwischen mr kurtis habe ich ihm gesagt wir sind schon am 7 oktober und das scheint mir keine geeignete zeit neue schiffswege versuchsweise zu befahren wenn wir noch vor eintritt der schlechten jahreszeit in europa anlangen wollen haben wir keinen tag zu verlieren nein mr kazallon nicht einen tag halten sie mich für indiskret mr kurtis wenn ich die frage an sie richte was sie von kapitän huntly halten ich denke antwortete mir der zweite offizier ich denke daß er mein kapitän ist diese ausweichende antwort konnte nicht zu meiner beruhigung dienen robert kurtis hatte sich nicht getäuscht gegen drei uhr meldete der auslugende matrose land in sicht im nordosten noch ist dasselbe freilich nur wie ein dunstschleier sichtbar um sechs uhr begab ich mich mit den beiden herren le tourneur auf das verdeck und wir betrachteten die im allgemeinen sehr flachen bermudeninseln welche eine kette gefährlicher riffe umschließt da liegt also der reizende archipel beginnt andré le tourneur die pittoreske gruppe welche ihr heimatlicher dichter thomas moore in seinen oden gepriesen hat schon im jahre 1643 lieferte der verbannte walter eine enthusiastische beschreibung derselben und wenn ich nicht irre wollten englische damen eine zeit lang keine anderen hüte tragen als solche die aus gewissen blättern einer bermudischen palme geflochten waren sie haben recht lieber andré antwortete ich der bermuden archipel war im siebzehnten jahrhundert sehr in mode jetzt ist er indes ganz in vergessenheit geraten übrigens herr andré sagte der robert kurtis die dichter welche mit enthusiasmus von diesem archipel sprechen stimmen mit den seeleuten keineswegs überein denn das land dessen anblick so verführerisch erscheint ist zu schiffe sehr schwierig zu erreichen und der klippengürtel der sich halbkreisförmig in der entfernung von zwei bis drei stunden um dasselbe zieht wird von den seefahrern mit recht gefürchtet was die ewige heiterkeit des himmels betrifft die von den bewohnern der bermuden so gern hervorgehoben wird so unterbrechen dieselbe ziemlich häufig gerade die heftigsten stürme über diese inseln rasen die ausläufer der wirbelstürme die in den antillen oft so viel unheil anrichten ja und eben jene ausläufer sind ebenso wie der schweif des walfisches am meisten zu fürchten ich für meinen teil möchte aber seefahrern auf dem atlantischen ozeane nicht raten den berichten eines walter oder thomas moore zu viel glauben beizumessen herr kurtis hebt da lächelnd andré letourneur an sie mögen wohl recht haben die dichter gleichen häufig den sprichwörtern das eine widerspricht immer dem anderen hat thomas moore und walter diesen archipel als einen wundervollen aufenthalt gepriesen so hat dagegen der größte ihrer dichter shakespeare der ihn ohne zweifel besser kannte die schrecklichsten szenen seines sturmes dahin verlegen zu sollen geglaubt in der tat sind die umgebungen des bermuden archipels eine sehr gefährliche gegend die engländer denen die inselgruppe seit ihrer entdeckung gehört benutzen sie nur als ein zwischen den antillen und neuschottland eingeschobenen militärposten übrigens scheint jener und zwar in großem maßstabe zu wachsen bestimmt mit der zeit dem prinzip dem die größten schöpfungen der natur ihre entstehung verdanken dürfte diese archipel der jetzt schon über 150 inseln zählt deren eine noch weit größere menge aufweisen denn unablässig sind die stern korallen tätig neue bermuden aufzubauen die sich nach und nach untereinander verbinden und wohl einen neuen kontinent zu bilden berufen sind weder die drei anderen passagiere noch mrs kerr haben sich die mühe genommen das verdeckt zu besteigen um den merkwürdigen archipel zu betrachten was miss herby angeht so war diese nur auf dem oberdeck erschienen als sich schon die näselnde stimme der mrs kerr vernehmen ließ und das junge mädchen wieder neben ihrer launischen herrin platz zu nehmen nötigte kapitel 6 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg vom 8 bis 13 oktober der wind weht mit einer gewissen heftigkeit aus nordosten und der chancellor hat mit gerefften marssegeln und den foxsegeln beilegen müssen die see geht hoch und das schiff arbeitet schwer die zwischenwände der kabinen seufzen mit einem nerv erschütternden geräusche die passagiere halten sich in der hauptsache unter dem deck auf ich allein ziehe es vor auf dem verdeckt zu bleiben aus der frischen brise ist die bewegung der luftschichten in die der scharfen windstöße übergegangen die bramstangen sind herab gelassen der wind liegt jetzt in der stunde 50 bis 60 meilen daher gegen 30 meter in der sekunde zurück seit zwei tagen fahren wir so dicht als möglich am winde trotz der guten eigenschaften des chancellor weicht das schiff merklich ab und treiben wir mehr nach süden der durch wolken verdunkelte himmel gestattet keine aufnahme der sonnenhöhe und da man die lage des schiffes demnach nicht zu bestimmen vermag so muß man sich mit einer schätzung derselben begnügen meinen reisegefährten gegen die sich der zweite offizier nicht ausgesprochen hat ist es völlig unbekannt dass wir einen ganz unerklärlichen weg verfolgen england liegt im nordosten und wir segeln nach südosten robert kurtis vermag sich die hartnäckigkeit des kapitäns nicht zu deuten der doch mindestens versuchen sollte nordwestlich zu steuern um günstige strömungen zu erreichen seitdem der wind nach nordosten gegangen ist treibt der chancellor mehr und mehr nach süden heute als ich mich mit robert kurtis allein auf dem oberdeck befand sprach ich ihn darum an ist ihr captain von sinnen fragte ich das möchte ich sie fragen antwortete mir robert kurtis da sie ihn aufmerksam beobachtet haben ich weiß nicht recht was ich ihnen darauf antworten soll herr kurtis doch gestehe ich daß seine ganz eigentümliche physiognomie seine verstörten augen fahren sie zum ersten mal mit ihm ja er war mir früher unbekannt und sie haben ihm ihre bemerkungen über den von uns eingeschlagenen weg nicht vorenthalten gewiß nicht doch er entgegnete mir daß das der richtige sei herr kurtis fuhr ich fort was denken aber lieutenant walter und der hochbootsmann darüber sie denken wie ich und wenn der kapitän huntley das schiff nach china führte so würden sie gehorchen wie ich der gehorsam hat aber seine grenzen nein solange die führung des kapitäns das schiff nicht in gefahr bringt wenn er aber geisteskrank wäre ja wenn er das ist der kasalon dann werde ich sehen was zu tun ist an solche verhältnisse hatte ich freilich nicht gedacht als ich mich auf dem chancellor einschiffte inzwischen ist das wetter immer schlechter geworden über den atlantischen ozean braust ein vollkommener sturm das schiff war gezwungen mit dem großen brahm segel und dem kleinen fox segel beizulegen daher es bietet dem winde seine breitseite trotzdem reicht es mehr und mehr ab und immer weiter gelangen wir nach süden darüber kann kein zweifel mehr sein nachdem der chancellor in der nacht vom elften zum zwölften in die große saragasso see gelangt ist diese saragasso see welche der warme golfstrom angehäuft hat ist eine weite wasserstrecke bedeckt mit varek pflanzen welche die spanier saragasso nennen und über welche die schiffe des kolumbus bei ihrer ersten fahrt über den ozean nur sehr schwer hinweg kamen bei anbrechendem tage bietet uns das meer einen ganz eigentümlichen anblick der auch die herren le tourneur veranlaßt trotz des brausenden windes der auf den metallenen strickleitern spielt als wären es hafenseiten auf deck zu kommen unsere kleider sind fest und eng an den körper gebunden und würden zerrissen werden wenn sie der wind irgendwo erfassen könnte das schiff schwankt auf diesem durch die fruchtbaren fokus familien verdeckten wasser einer weiten fläche von niedrigen gewächsen durch welche sich der kiel wie eine flugschar hindurch arbeitet furchtbar hin und her manchmal treibt der wind lange faserschlingen hoch empor die sich um die takelage wickeln und gleich grünen girlanden von einem mast zum anderen hängen einige dieser oft mehrere hundert fuß langen algen umschlingen die mäste bis zu den spitzen mehrere stunden lang hat man gegen diesen wahrhaften sturmangriff der varex anzukämpfen und nachmals muß der chancellor mit seinem von hydrophyten und sonderbaren lianen bedeckten strickwerk mehr einem wandelnden bosque in einer ungeheuren wiese ähnlich gesehen haben endlich hat der chancellor das vegetabilienmeer verlassen und die gewalt des windes sich vermindert und wir kommen mit zwei gereften mars segeln rasch vorwärts heute wurde die sonne wieder sichtbar und leuchtete jetzt mit hohem glanze es fängt allmählich an sehr warm zu werden die aufnahmen betreffs der ortsbestimmung ergeben 21 grad 33 minuten nördlicher breite und 50 grad 17 minuten westlicher länge der chancellor ist also um mehr als zehn breiten gerade nach süden gesegelt noch immer hält er den südlichen kurs ich habe mir über dieses unbegreifliche verfahren des captain huntley aufschluß zu verschaffen gesucht und mehrere male mit dem befehlshaber gesprochen hat er seinen klaren verstand oder hat er ihn nicht ich weiß es noch nicht im allgemeinen spricht er vernünftig steht er unter dem einfluß einer partiellen verrücktheit einer geistesabwesenheit welche sich gerade bezüglich seines geschäftes äußert derartige fälle wurden schon wiederholt beobachtet robert kurtis mit dem ich davon spreche hört mir nur sehr kühl zu der zweite offizier wiederholt seine frühere aussage dass er nicht das recht habe sein kapitän abzusetzen solange nicht durch einen wohl konstatierten akt des wahnsinns der verlust des schiffes drohe die verantwortlichkeit für jenen angedeuteten schritt ist eine sehr ernste gegen acht uhr abends bin ich in meine kabine zurückgekehrt habe bei dem lichte meiner schwebelampe noch eine stunde gelesen und meinen gedanken nachgehangen dann aber mich niedergelegt und bin bald eingeschlafen eine stunde später durch ein ungewohntes geräusch erweckt höre ich schwere tritte und lautes gespräch auf dem verdeck die mannschaft scheint eiligst hin und her zu laufen was mag der grund dieser außergewöhnlichen bewegung sein wahrscheinlich eine veränderung der segelstellung behufsänderung des schiffskurses doch nein das ist wahrscheinlich nicht denn noch immer neigt sich das schiff nach der steuerbordseite und folglich ist seine richtung nicht verändert worden die bewegungen des chancellor sind jetzt keine heftigeren es stürmt also nicht am folgenden morgen des vierzehnten begebe ich mich schon um sechs uhr auf deck und betrachte das fahrzeug an bord ist scheinbar nichts geändert wir segeln unter backbordhalsen mit den unteren mars und fox segeln der chancellor hält sich prächtig auf dem von der frischen brise etwas bewegten meere seine schnelligkeit ist beträchtlich und kann jetzt nicht unter elf meilen seemeilen vier sind eine geografische meile betragen bald erscheinen auch die beiden herren le tourneur auf dem verdeck ich helfe dem jungen manne heraufsteigen mit großem wohlbehagen schlürft andré die belebende morgenluft ich frage die herren ob sie diese nacht nicht durch ein geräusch erweckt worden seien das eine gewisse bewegung an bord verraten habe ich für meinen teil nicht antwortete andré le tourneur ich habe in einem fortgeschlafen du schließt ganz ruhig liebes kind sagte herr le tourneur ich bin jedoch auch durch das geräusch von dem mr kazalon spricht munter gemacht worden ich glaubte die worte zu vernehmen schnell schnell nach den luken nach den luken und wie flor war das wohl fragte ich etwa um drei uhr morgens und die ursache dieses geräusches ist ihnen unbekannt geblieben vollkommen mr kazalon sie kann aber auch nur unbedeutend gewesen sein da niemand von uns nach dem verdeck gerufen worden ist ich fasse die luken welche vor und hinter dem großen mast angebracht sind und nach dem kill raume hinab führen ins auge wie gewöhnlich sind sie geschlossen doch fällt es mir auf dass sie sorgsam mit fortsegeln überdeckt erscheinen als habe man sie möglichst hermetisch verschließen wollen warum ist das geschehen hier liegt etwas zugrunde das ich mir nicht zu erklären vermag robert curtis wird mir ohne zweifel darüber aufschluss geben ich warte also bis der zweite offizier an die wache kommt und halte meine eigenen gedanken zunächst zurück da es mir besser scheint sie den herren le tourneur jetzt nicht mitzuteilen der tag verspricht schön zu werden die sonne ist prächtig und fast ganz dunstfrei aufgegangen ein gutes vorzeichen noch sieht man über dem westlichen horizonte die sichel des mondes der vor 10 uhr 57 minuten nicht untergehen wird in drei tagen werden wir das letzte viertel und am 24 neumond haben ich schlage in meinem kalender nach und sehe dass an demselben tage eine starke springflut sein muss bei unserer fahrt auf dem offenen meere können wir freilich nichts davon wahrnehmen an den küsten aller kontinente und inseln aber wird das phänomen merkwürdig zu beobachten sein denn der neumond muss die wassermassen zu außergewöhnlicher höhe emporheben ich bin jetzt auf dem oberdeck allein die herren le tourneur sind zum tee wieder hinabgegangen und ich erwarte den zweiten offizier um acht uhr beginnt die wache robert curtis der den lieutenant water ablöst und ich gehe diesem mit einem händedrucke entgegen noch ehe er mir guten tag sagt lässt robert curtis seinen blick über das verdeck schweifen und seine augenbrauen ziehen sich leicht zusammen dann beobachtet er den zustand des himmels und die takelage um sich hierauf dem lieutenant water zu nähern der kapitän fragte er ich sah ihn heute noch nicht nichts neues nichts dann unterhalten sich robert curtis und lieutenant water einige augenblicke mit leiser stimme auf eine an ihn gerichtete frage antwortete water mit einem verneinenden zeichen schicken sie mir den hochbootsmann herauf water ruft der zweite offizier dem abgelösten lieutenant nach bald erscheint der gerufene und robert curtis stellt einige fragen an ihn auf welche dieser mit leiser stimme aber mit achselzucken antwortet auf den wink des zweiten offiziers lässt der hochbootsmann durch die deckwache die pfortsegel über der großen luke neu begießen einige augenblicke später nähere ich mich robert curtis und unser gespräch dreht sich zunächst um unwichtige dinge da es mir scheint als wolle der zweite offizier nicht selbst auf den gegenstand meines lebhaften interesses eingehen sage ich zu ihm ich bitte mr curtis was ist denn diese nacht an bord vorgekommen robert curtis betrachtete mich aufmerksam gibt aber keine antwort ja fahre ich fort ich wurde durch ein ungewöhnliches geräusch erweckt ebenso mr letourneur was ist geschehen nichts besonderes mr kazallon erwiderte robert curtis eine falsche steuerbewegung des untersteuermannes machte es plötzlich nötig zu brassen was eine gewisse bewegung auf dem verdeck veranlasst haben mag bald war der fehler wieder gut gemacht und der chancellor lief in seinem gewohnten kurse weiter mir scheint daß der sonst so offene robert curtis diesmal nicht die wahrheit gesagt hat diese aufnahme ist gemeinfrei die fahrt geht ganz in derselben weise weiter der wind hält sich aus nordosten und für jeden nicht tiefer blickenden hat es den anschein als ob an bord alles in bester ordnung sei indes es liegt etwas in der luft die matrosen stecken die köpfe zusammen und murmeln untereinander schweigen aber bei unserer annäherung wiederholt habe ich das wort luke gehört dass schon mr letourneur aufgefallen war was befindet sich nur im kielraum des chancellor das so besondere vorsicht nötig machen kann warum sind die luke so luftdicht verwahrt wahrlich wenn eine empörte schiffsmannschaft im zwischendeck gefangen gehalten würde könnte man strengere maßregeln zu ihrer bewachung nicht wohl ergreifen am fünfzehnten als ich mich dem vorkastell erging hörte ich den matrosen owen zu seinen kameraden sagen ihr anderen wisst also ich warte nicht bis es zu spät ist jeder ist sich selbst der nächste was willst du aber tun owen fragte jinx trop der koch ei nun hat der matrose geantwortet die schaluppen sind doch nicht für meerschweinchen erfunden das gespräch wurde plötzlich unterbrochen und ich konnte nicht mehr vernehmen ist etwa eine verschwörung gegen die schiffsoberleitung im entstehen hat robert kurtis vorzeichen einer empörung bemerkt dem bösen willen mancher matrosen hat man stets zu fürchten und muss jenen eine eiserne disziplin entgegensetzen drei tage sind verflossen ohne dass mir etwas bemerkenswertes aufgefallen wäre an robert kurtis erkenne ich jedoch zeichen von ungeduld was mich bei einem manne der seiner so sehr herr ist wie er desto mehr verwundert dennoch scheint mir captain huntley infolge wiederholter einsprache seine offiziere nur noch hartnäckiger auf seinem willen zu beharren übrigens muß er an einer überreizung leiden deren ursache mir noch dunkel ist während der mahlzeiten haben wir mr le tonneur und ich die schweigsamkeit des kapitäns und die unruhe des zweiten offiziers wiederholt beobachtet dann und wann versucht robert kurtis eine konversation zu unterhalten doch schweigt sie meist sofort wieder und weder der ingenieur falsten noch mr kerr sind die leute dazu eine solche zu führen ruby natürlich ebenso wenig inzwischen fangen die passagiere und das nicht ohne grund an sich über die lange dauer der fahrt zu beklagen mr kerr ein mann von dem sich selbst die elemente beugen müssen scheint captain huntley für diese verzögerung verantwortlich machen zu wollen und sagt ihm das ins gesicht im verlaufe des siebzehnten und von da ab auch später wird das verdeck auf anordnung des zweiten offiziers wiederholt begossen gewöhnlich geschieht das nur am morgen jetzt mag die öftere wiederholung dieses verfahrens durch die hohe temperatur veranlaßt sein in der wir uns befinden da wir so weit nach süden herabgetrieben sind die fortsegel über den luken werden sogar stets ganz nass erhalten und ihr dadurch eingelaufenes gewebe bildet eine ganz undurchdringliche decke der chancellor besitzt pumpen welche das überfluten mit wasser sehr bequem ausführen lassen ich glaube kaum daß das verdeck der luxuriösesten goeletten peinlich hereingehalten wird die mannschaft des schiffes hätte eigentlich ursache sich über die ihr mehr aufgebürdete arbeit zu beklagen aber sie beklagt sich nicht während der nacht vom 23 zum 24 erscheint mir die temperatur in den kabinen wahrhaft ersticken trotz des starken mehrganges habe ich die kleine lichtpforte meiner kabine in der steuerbordwand des schiffes offen lassen müssen man kann nicht im zweifel sein dass wir uns in den tropen befinden mit tagesgrauen bin ich nach dem verdeck gegangen in meiner verwunderung habe ich die lufttemperatur nicht entsprechend der im inneren des fahrzeuges gefunden der morgen ist sogar recht kühl denn die sonne ist kaum über dem horizont herauf und doch habe ich mich nicht getäuscht es war gewiss sehr warm im schiffe eben sind die matrosen mit dem unvermeidlichen abwaschen des verdeckes beschäftigt die pumpen speien wasser das je nach der lage des schiffes durch die schanzen kleidung der backbord oder steuerbord seite abläuft die seeleute laufen in dem wasser mit bloßen füßen umher ich weiß nicht warum mich die lust anwandelt es ihnen nachzutun ich entledige mich also der stiefeln und der strümpfe und pläntschere in dem frischen seewasser herum zu meinem größten erstaunen fühle ich dass das verdeck des chancellor sehr warm ist und kann einen ausruf darüber nicht zurückhalten robert curtis hört mich wendet sich um kommt auf mich zu und beantwortet mir eine frage die ich noch gar nicht an ihn gestellt habe nun ja sagte er es ist feuer an bord ende von kapitel acht diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel neun von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg am 19 oktober jetzt wird mir alles klar das gegenseitige zuzischeln der matrosen ihr unruhiges aussehen die worte owens das begießen des verdecks das man in fortwährend angefeuchtetem zustande zu erhalten trachtet und ebenso die wärme welche sich in den wohnräumen entwickelt und nach und nach unerträglich wird die passagiere haben davon gelitten ebenso wie ich und vermögen sich diese abnorme temperatur gar nicht zu erklären nachdem er mir diese sehr ernste mitteilung gemacht versinkt robert curtis wieder in stillschweigen es scheint meine frage zu erwarten doch gestehe ich daß mich zunächst ein kalter schauer vom kopf bis zu den füßen überlief von allen unfällen die eine seefahrt nur treffen können ist jener der furchtbarste und kein mensch er sei noch so kaltblütig wird ohne ein leises erzittern die worte hören können es ist feuer an bord indes gewinne ich die herrschaft über mich selbst und meine erste frage lautet seit wann besteht diese feuersbrunst seit sechs tagen seit sechs tagen rufe ich es war also in jener nacht ja erwiderten robert curtis seit der nacht während der die sonderbare aufregung auf dem verdeck des chancellor herrschte die wachhabenden matrosen hatten einen leichten rauch bemerkt der aus den fugen am deckel der großen luke quoll der kapitän und ich waren sofort bei der hand kein zweifel die waren im kielraum hatten feuer gefangen und es gab keinen weg nach dem herde der entzündung zu gelangen wir haben getan was unter solchen verhältnissen nur allein möglich ist daher wir haben die luken so dicht als es irgend anging verschlossen um jeden zutritt der luft nach dem innern des fahrzeuges abzuhalten ich hoffte wir würden dadurch imstande sein die forst brunst im entstehen zu ersticken und die ersten tage glaubte ich wirklich wir waren herr ihrer geworden seit drei tagen steht aber fest dass das feuer fortschritte macht die hitze unter unseren füßen nimmt zu und ohne die vorsichtsmaßregel das verdeck immer im feuchten zustande zu erhalten wäre es hier nicht zum aushalten alles in allem mr kasalon ist es mir lieber daß sie von dem stande der dinge unterrichtet sind deshalb sage ich ihnen das schweigend lausche ich dem berichte des zweiten offiziers ich durchschaue den ganzen ernst der situation gegenüber einer feuers brunst die von tag zu tag mehr ausbreitung gewinnt und welche zuletzt vielleicht keine menschliche macht mehr zu dämpfen vermag ist ihnen die entstehung des feuers bekannt frage ich sehr wahrscheinlich ist sie in einer selbstentzündung der baumwolle zu suchen kommt eine solche häufig vor häufig nein aber dann und wann denn wenn die baumwolle zur zeit der einschiffung nicht vollkommen trocken ist kann sie unter den verhältnissen in denen sie sich später befindet daher bei der feuchten luft eines kiel raumes der nur sehr unzulänglich zu lüften ist sich ganz von selbst entzünden in mir steht die überzeugung fest dass die force brunst an bord keine andere ursache hat doch die ursache fällt für uns jetzt nicht ins gewicht ist etwas dagegen zu tun mr kurtis nein mr kasalon antwortet mir robert kurtis doch wiederhole ich ihnen dass wir alle für den gegebenen fall gebotenen vorsichtsmaßregeln ergriffen haben ich hatte daran gedacht das schiff in der wasserlinie an einer stelle zu öffnen um eine gewisse menge wasser einströmen zu lassen welches die pumpen später leicht heraus geschafft hätten da wir aber zu der überzeugung kamen daß das feuer jedenfalls in der mitte des cargo entstanden ist hätten wir den ganzen killraum unter wasser setzen müssen um jenes zu erreichen inzwischen habe ich an mehreren stellen des verdecks kleine öffnungen anbringen lassen durch welche während der nacht wasser eingegossen wird doch erweist sich das als unzureichend nein es ist wirklich nur ein weg offen derselbe welchen man in solchen fällen immer einschlägt das feuer zu ersticken indem man ihm jeden luftzutritt von außen abschneidet und dadurch den die verbrennung unterhaltenen sauerstoff raubt und das feuer ist trotzdem im wachsen ja und das liefert den beweis für das eindringen von luft in den schiffsraum durch eine öffnung die wir trotz alles nachsuchens nicht zu entdecken imstande sind hat man beispiele dafür mr kurtis daß schiffe unter solchen verhältnissen ausgehalten haben o gewiß mr kasalon es kommt gar nicht so sehr selten vor daß mit baumwolle befrachtete schiffe in liverpool oder havre mit zum teil verzerrtem cargo anlangten in diesen fällen hat man freilich das feuer zu löschen mindestens in schranken zu halten vermocht mir ist mehr als ein kapitän bekannt der so mit dem feuer unter den füßen in den hafen eingelaufen ist dann musste natürlich eiligst die ladung gelöscht werden wodurch mit dem unversehrten teile derselben auch das schiff gerettet wurde bei uns liegen die dinge leider schlimmer und ich verhehle mir nicht dass das feuer anstatt beschränkt zu werden täglich weitere fortschritte macht notwendigerweise existiert irgendeine öffnung die sich unserem nachsuchen entzieht und welche durch zuführung frischer luft den brand ernährt es schien es da nicht angezeigt umzukehren und sobald als möglich land zu erreichen zu suchen vielleicht entgegnet mir robert curtis das ist eine frage welche der lieutenant der hochbootsmann und ich noch heute mit dem kapitän besprechen wollen doch ich gestehe ich sage das ihnen mr kazallon daß ich es schon heute auf mich genommen habe den bis jetzt gesteuerten kurs zu ändern wir haben jetzt den wind im rücken und fahren nach südwesten daher nach der küste zu die passagiere wissen nichts von der ihnen drohenden gefahr frage ich den zweiten offizier nichts und ich bitte sie auch um stillschweigen über die ihnen gewordenen mitteilungen es ist unnötig durch den schrecken der frauen und vielleicht kleinmütiger männer unsere verlegenheiten zu vermehren auch die mannschaft hat befehl nicht darüber zu sprechen mir leuchten die gewichtigen gründe des mannes also zu sprechen ein und ich versichere ihn meiner unbedingtesten verschwiegenheit kapitel 10 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg am oktober unter diesen umständen setzte der chancellor seine fahrt mit so vielen segeln fort als seine masten tragen können manchmal beugen sich seine obermasten so als ob sie brechen sollten aber robert kurtis wacht aufmerksam er bleibt immer neben dem steuerrade da der mann da selbst nicht sich allein überlassen sein soll durch kleine geschickte schwenkungen gibt er der brise nach wenn die sicherheit des fahrzeuges kompromittiert sein könnte und so weit als es möglich ist verliert der chancellor unter der hand die ihn regiert nichts an seiner schnelligkeit heute am 20 oktober sind alle passagiere auf das oberdeck gekommen sie haben offenbar die abnorme temperaturerhöhung im inneren bemerken müssen da sie indes die wahrheit nicht ahnen so verursacht ihnen dieselbe keinerlei unruhe da sie alle starkes schuhwerk tragen so haben sie auch die wärme welche trotz der begießung mit wasser durch das verdeck dringt nicht gefühlt die fortwährende tätigkeit der pumpen hätte zwar ihre aufmerksamkeit erregen sollen doch nein meist strecken sie sich auf die bänke aus und lassen sich vollkommen ruhig von dem rollen des schiffes wiegen mr letourneur allein scheint erstaunt dass sich die mannschaft einer auf kaufpartei schiffen ganz ungewohnten reinlichkeit befleißigt er spricht darüber einige worte zu mir und ich antworte ihm in gleichgiltigen tone dieser franzose ist übrigens ein energischer mann ihm könnte ich wohl alles mitteilen ich habe robert curtis jedoch versprochen zu schweigen also schweige ich wenn ich mir aber die möglichen folgen der bevorstehenden katastrophe vergegenwärtige dann steht mir das herz fast still 28 personen sind wir an bord vielleicht ebenso viele opfer denen die flammen keine rettende planke übrig lassen werden heute hat die konferenz zwischen dem kapitän dem zweiten offizier dem lieutenant und dem hochbootsmann stattgefunden captain huntley ist wie vorauszusehen war ganz gebrochen er hat weder kaltes blut noch energie und überlässt das kommando des schiffes an robert curtis die fortschritte der feuers brunst im inneren sind nun unbestreitbar und schon kann man in dem am vorder teile gelegenen mannschaftsraum kaum noch verweilen offenbar ist man nicht im stande das feuer zu beschränken und früher oder später muss es zum ausbruch kommen was wird nun zu tun sein es gibt nur ein mittel sobald als möglich das land erreichen das nächstgelegene land ist in beobachtungen nach die inselgruppe der kleinen antillen und kann man wohl hoffen bei fortdauerndem nordost winde schnell dahin zu gelangen da man sich in dieser ansicht geeinigt hat so will der zweite offizier die schon seit 24 stunden eingeschlagene richtung weiter beibehalten die passagiere denen auf dem unendlichen ozeane jeder anhaltepunkt fehlt und die mit den kompassangaben sehr wenig vertraut sind haben die änderungen in der richtung des chancellor nicht wahrnehmen können der jetzt mit dem ganzen segelwerk die antillen zu gewinnen sucht von denen er noch gegen 600 meilen entfernt ist auf eine von mr letourneur an ihn hierüber gerichtete frage antwortet robert curtis daß er da man gegen den wind nicht aufzukommen vermöge im westen günstige strömung aufzusuchen beabsichtige es bildet das die einzige bemerkung welche die dem chancellor erteilte andere richtung hervorgerufen hat am anderen tage am 21 oktober hat sich in unserer lage nichts geändert in den augen der passagiere geht die fahrt unter den gewöhnlichen umständen von statten und die lebensweise an bord erleidet keinerlei abweichung übrigens verraten sich die fortschritte des feuers äußerlich noch auf keine weise und das ist ein gutes zeichen alle öffnungen sind so hermetisch verschlossen dass kein rauch den brand im inneren bemerken lässt vielleicht wird es doch noch möglich das feuer auf den kiel raum zu beschränken und vielleicht verlässt es gar noch ganz oder glimmt nur langsam fort ohne die ganze ladung zu ergreifen hierauf gründet robert curtis seine hoffnung und hat aus übermäßiger vorsicht sogar die öffnungen der pumpen verstopfen lassen während im kiel raum mündendes rohr einige luftteilchen eintreten lassen konnte möge uns der himmel zu hilfe kommen denn wir sind nicht im stande selbst etwas weiteres für uns zu tun dieser tag wäre ohne weitere ereignisse vergangen wenn der zufall mich nicht zum hörer weniger worte eines gesprächs gemacht hätte aus welchem hervorgeht dass unsere ohnehin sehr ernste lage jetzt wahrhaft schrecklich wurde man urteile selbst ich saß auf dem oberdeck zwei der passagiere plauderten mit leiser stimme ohne zu ahnen dass es mir dort verständlich sein könnte diese beiden passagiere waren der engineer falsten und der kaufmann ruby welche sich beide öfter miteinander unterhalten meine aufmerksamkeit wird erst durch einige ausdrucksvolle gesten des ingenieurs erregt der seinem vis-a-vis lebhafte vorwürfe zu machen scheint ich kann nicht umhin zu lauschen und höre denn dabei folgendes aber das ist ein wahnsinn wiederholt falsten wie können sie so unklug sein bah antwortet ruby ganz sorglos es wird ja nichts geschehen im gegenteil es kann das schlimmste unheil geschehen versetzte der ingenieur gut gut erwiderte der kaufmann es ist nicht das erste mal dass ich mit dem zeuge umgehe ein stoß genügt aber schon eine explosion hervorzurufen das gefäß ist sorgfältig verpackt mr falsten und ich wiederhole ihnen daß nichts zu fürchten ist deshalb haben sie den kapitän nicht davon unterrichtet ei weil er mein coli dann nicht mitgenommen hätte der wind hat sich seit einigen augenblicken gelegt und trägt mir die worte nicht mehr zu offenbar leistet aber der ingenieur noch immer widerstand während ruby sich begnügt mit den achseln zu zucken jetzt jetzt dringen er aufs neue einzelne worte an mein ohr doch doch sagte falsten der kapitän muß davon erfahren das coli muß ins wasser geworfen werden ich verspüre keine lust mich in die luft sprengen zu lassen in die luft sprengen ich erhebe mich rasch bei diesen worten was will der ingenieur damit sagen worauf spielt er an er kennt ja die situation des chancellor nicht und weiß nicht daß eine feuersbrunst seine fracht verzehrt aber ein wort ein furchtbares unter den tatsächlichen verhältnissen jagt mich auf und dieses wort natron pikrat kommt mehrmals vor im augenblick bin ich neben den beiden männern und unwillkürlich fasse ich mit unwiderstehlicher gewalt ruby beim kragen es ist pikrat an bord ja antwortet falsten ein coli mit etwa dreißig pfund und wo im raum bei der schiffsfracht ende von kapitel 10 diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 11 von der chancellor dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org der chancellor von jules verne kapitel 11 fortsetzung am 21 oktober ich kann es nicht schildern was bei den worten des ingenieurs in mir vorging das ist kein erschreckt sein mehr es ist eine art resignation mir scheint sich die situation dadurch zu klären der knoten vielleicht eher zu lösen kühl bis ans herz suche ich robert kurtis auf der sich auf dem vorderkastell befindet auf die nachrichtin dass ein coli mit dreißig pfund pikrat daher eine hinreichende menge um einen berg in die luft zu sprengen an bord ist und zwar im schiffsraume nahe dem herde des feuers selbst und dass der chancellor jeden augenblick in die luft gehen kann entsetzt sich robert kurtis keineswegs kaum runzelt sich seine stirn und erweitert sich seine orge gut antwortet er mir nicht ein wort hiervon wo ist diese ruby auf dem verdeck kommen sie mit mir mr kasalon wir steigen beide nach dem oberdeck hinauf wo der kaufmann und der ingenieur noch im gespräch waren robert kurtis geht geradenwegs auf sie zu sie haben das getan fragt er ruby nun ja das habe ich getan antwortet seelenruhig ruby der sich höchstens eines betrugs schuldig gemacht zu haben glaubt einen augenblick erscheint es mir als wolle robert kurtis den unseligen passagier zermalmen der die tragweite seiner unklugheit gar nicht zu begreifen scheint dem zweiten offizier gelingt es aber sich zu bemeistern und ich sehe wie er die hand auf dem rücken ballt um nicht verleitet zu werden ruby bei der gurgel zu nehmen dann richtet er mit ruhiger stimme einige fragen an ruby dieser bestätigt die von mir gemeldete tatsache zwischen seinem gepäck befindet sich ein coli welches 30 pfund jener so höchst gefährlichen substanz enthält der passagier hat hier mit derselben nachlässigkeit und unklugheit gehandelt die wie man gestehen muss der anglo sächsischen race angeboren ist und hat jenen explosiven körper in dem raume des fahrzeuges unterbringen lassen wie ein franzose etwa eine flasche wein wenn er den inhalt dieses coli falsch deklariert hat so kam es daher daß er die weigerung des kapitäns dasselbe mitzunehmen vorher vollkommen kannte nun nun das ist doch kein grund einen menschen zu hängen wenn das ding ihnen so sehr unangenehm ist so mögen sie es meinetwegen ins meer werfen mein gepäck ist versichert bei dieser antwort kann ich mich nicht mehr zurückhalten denn mir fehlt robert kurtis kaltes blut und der zorn übermannt mich bevor mich der zweite offizier daran hindern kann stürze ich mich auf ruby und schreie elender sie wissen also wohl nicht daß an bord feuer ist kaum ist mir das wort entflohen so geräute es mich schon doch es ist zu spät die wirkung dieser nachricht auf den kaufmann ruby ist gar nicht zu beschreiben den unglücklichen erfasst eine konvulsivische furcht sein körper zuckt seine haare sträuben sich sein auge weitete sich erschreckend aus sein atem wird keuchend wie der eines asthmatikers er vermag nicht zu sprechen der schreck erreicht in ihm seinen höhepunkt plötzlich bewegen sich seine arme krampfhaft er stiert auf das verdeck des chancellor das jeden moment in die luft gehen kann er läuft vom oberdeck herab und wieder hinauf durch das ganze schiff und gestikuliert wie ein wahnsinniger endlich kommt ihm die sprache wieder und seinem munde entringen sich die fürchterlichen worte es ist feuer an bord es ist feuer an bord bei diesem rufe läuft die ganze mannschaft auf dem verdeck zusammen offenbar in dem glauben daß die flammen einen weg nach außen gefunden haben und es nun zeit sei in die boote zu entfliehen die passagiere kommen hinzu mr kerr seine gattin miss herby die beiden lettoneur robert kurtis versucht ruby ruhe zu gebieten doch dieser will keine vernunft annehmen die unordnung erreicht ihren höhepunkt mrs kerr ist bewusstlos auf dem deck zusammengebrochen ihr mann bekümmert sich nicht im mindesten um sie und überlässt sie der sorgfalt der miss herby die matrosen haben sich schon an die winden der schaluppen gemacht um diese ins meer zu bringen indes teile ich den misteren lettoneur mit was sie noch nicht wissen das feuer an bord ist der nächste gedanke des vaters gehört seinem sohne den er umschlingt als wolle er ihn schützen der junge mann bewahrt sein kaltes blut und beruhigt den vater durch die versicherung daß es ja keine unmittelbare gefahr habe robert kurtis hat mit unterstützung des lieutenant inzwischen seine leute wieder zur ordnung gebracht er versichert ihnen daß die feuersbrunst keine weiteren fortschritte gemacht daß passagier ruby keine vorstellung von dem habe was er tue oder sage daß man nicht übereilt handeln solle und daß man wenn der augenblick gekommen das schiff verlassen werde der größte teil der matrosen hört auf die stimme des zweiten offiziers den sie lieben und achten diese erreicht bei ihnen was dem captain huntley nicht gelungen wäre und die schaluppe verbleibt auf ihrem lager glücklicherweise hat ruby von dem im killraum eingeschlossenen pickrad nicht weiter gesprochen wenn die mannschaft die ganze wahrheit wüsste wenn sie hörte daß das schiff eigentlich nur noch ein vulkan ist der sich jeden augenblick unter ihren füßen öffnen kann kämen sie gewiss aus rand und band und niemand würde imstande sein ihr entfliehen zu hindern der zweite offizier ingenieur falsten und ich wir sind die einzigen welche die schreckliche komplikation der feuersbrunst kennen und es ist gut daß es dabei bleibt nach wiederhergestellter ordnung suchen wir robert curtis und ich den ingenieur wieder auf dem oberdeck dieser ist noch dort und steht mit gekreuzten armen da wahrscheinlich denkt er über ein mechanisches problem nach mitten unter dem allgemeinen schrecken wir empfehlen ihm dringend nichts von der verschlechterung unserer lage zu sagen die wir der unklugheit rubys verdanken falsten verspricht darüber zu schweigen dem captain huntley der auch noch nicht unterrichtet ist übernimmt es robert curtis alles mitzuteilen vorher muß er sich aber der person rubys versichern denn der unglückliche ist vollkommen geistig gestört er weiß nicht mehr was er tut und läuft nur mit dem rufe feuer feuer auf dem oberdeck umher robert curtis befiehlt einigen matrosen sich des passagieres zu bemächtigen den man fesselt und unschädlich macht dann wird er in seine kabine gebracht und sorgfältig bewacht das schreckliche wort ist nicht über seine lippen gekommen ende von kapitel 11 gelesen von der kweber rheinberg kapitel 12 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg am 22 und 23 oktober robert curtis hat dem kapitän alles mitgetheilt captain huntley ist wenn auch nicht in der that so doch dem wortlaute nach sein vorgesetzter und er darf ihm nichts verheimlichen bei dieser nachricht hat kapitän huntley kein sterbenswörtchen geantwortet sondern ist nur mit der hand über die stirn gefahren wie ein mensch der sich irgendeinen gedanken vertreiben will dann ist er ruhig in seine kabine zurückgekehrt ohne einen befehl zu erteilen robert curtis der lieutenant der ingenieur falsten und ich wir treten zu einer beratung zusammen und ich erstaune über die kaltblütigkeit die jeder unter diesen umständen an den tag legt alle möglichkeiten einer rettung werden erwogen und robert curtis fasst unsere lage in folgende worte zusammen die feuersbrunst kann unmöglich beschränkt werden und schon ist der mannschaftsschlafraum am vorderteil kaum noch zu bewohnen der augenblick muss also und das vielleicht bald kommen an dem die flammen das verdeck durchbrechen wenn vor eintritt dieser katastrophe das meer es erlaubt werden wir das schiff auf den boten verlassen ist es uns dagegen unmöglich den chancellor zu verlassen so kämpfen wir gegen das feuer bis zum letzten atemzuge wer weiß ob wir seiner nicht leichter her werden wenn es zum durchbruch gekommen ist vielleicht bekämpfen wir den feind der sich offen zeigt erfolgreicher als den der sich verbirgt das entspricht meiner ansicht bemerkte ruhig der ingenieur auch der meinigen setzte ich hinzu doch mr curtis ziehen sie gar nicht in betracht daß dreißig pfund jener furchtbaren explosiven substanz sich im killraum befinden nein mr kasalon antwortete robert curtis mit einem übermaße vom kaltem blute das ist nur ein detail welches mich nicht besonders kümmert warum sollte es auch kann ich das gefahrdrohende keuli mitten aus dem brennenden cargo heraussuchen und das aus einem raume dem wir jenen luftzutritt verwehren müssen nein daran denke ich gar nicht noch bevor ich ausspreche kann das pikrat seine entsetzliche wirkung äußern das ist wohl wahr indes entweder erreicht das feuer jenes oder nicht der schwärende umstand den sie anführen ist für mich nicht weiter vorhanden es liegt in der hand gottes und nicht in der meinigen uns diese schreckliche katastrophe zu ersparen robert curtis hat diese worte im ernsten tone gesprochen und wir senken die köpfe ohne darauf zu antworten da der zustand des meeres eine benutzung der boote ganz unmöglich macht so dürfen wir an jenen besonderen umstand nicht weiter denken die explosion ist ja nicht unbedingt notwendig hätte wohl ein formalist gesagt sie ist nur eine zufällige eine ähnliche bemerkung äußerte der ingenieur auch wirklich auf eine frage möchte ich sie noch um eine antwort bitten mr falsten sagte ich kann das natron pikrat sich auch ohne stoß entzünden gewiß entgegnete der ingenieur unter gewöhnlichen verhältnissen ist das pikrat nicht mehr entzündlich als das pulver aber ebenso wie dieses falsten hatte das wort ergo gebraucht sollte man nicht glauben er doziere in einem kursus der chemie wir sind nach dem verdeckt zurückgegangen robert curtis ergreift meine hand mr kazallon sagt er ohne den versuch seine erregung zu verbergen diesen chanzler dieses schöne schiff das ich so sehr liebe durch feuer zerstört zu sehen ohne etwas dagegen tun zu können mr kurtis ihre erregung ich könnte sie nicht bezwingen sie allein sind zeuge dessen wieviel ich leide doch es ist vorüber fügte er hinzu aber ich sah den kampf den er bestand ist die situation ganz verzweifelt fragte ich darauf nun unserer lages folgende antwortete wieder ruhig robert curtis wir befinden uns über einer mine deren lunte schon entzündet ist jetzt ist nur die frage die wie lang diese lunte wohl ist dann zieht er sich zurück jedenfalls ist es der mannschaft und den übrigen passagieren noch unbekannt wie ungeheuer ernst unsere lage ist seit er von der feuers brunst gehört hat beschäftigt sich mr kerr damit seine wertvollsten objekte zusammen zu raffen und denkt an seine frau natürlich gar nicht nachdem er gegen den zweiten offizier halb befehlend den wunsch geäußert hat das feuer zu löschen und ihn für alle folgen desselben verantwortlich gemacht zieht er sich in seine kabine im hinterteil zurück und kommt nicht wieder zum vorschein mrs kerr seufzt und stöhnt und findet trotz ihrer sonstigen lächerlichkeiten doch allgemeines mitleid miss herby glaubt sich unter diesen umständen von den pflichten gegen ihre herrin nur um so weniger entbunden und widmet jener die erdenklichste sorgfalt ich muß das benehmen dieses jungen mädchens bewundern der ihre pflicht über alles geht am nächsten tage dem 23 oktober lässt der kapitän den zweiten offizier nach seiner kabine rufen zwischen ihnen entspinnt sich folgendes gespräch dessen inhalt mir robert kurtis mitgeteilt hat mr kurtis sagt der kapitän mit ihrem blicke und den offenbaren anzeichen geistiger störung ich bin doch wohl seemann nicht wahr gewiß herr kapitän nun gut stellen sie sich vor daß ich von meinem geschäfte nichts verstehe ich weiß nicht was mit mir vorgeht ich vergesse ich bin mir unklar sind wir seit unserer abweise von charleston nicht nach nordosten gesegelt nein antwortet der zweite offizier wir fuhren auf ihren befehl nach südosten wir haben aber doch nach liverpool geladen gewiß und der wie heißt doch das schiff mr kurtis der chancellor ah richtig der chancellor wo befindet er sich jetzt im süden des wendekreises gut gut ich verpflichte mich auch nicht ihn nach norden zurückzuführen nein das könnte ich nicht ich wünsche meine kabine nicht wieder zu verlassen ich kann den anblick des meeres nicht ertragen er kapitän antwortet robert kurtis ich hoffe daß unsere sorgfalt ja ja ist schon gut wir werden später sehen indes ich habe einen befehl für sie den letzten den sie von mir empfangen werden ich höre entgegnete der zweite offizier mein herr nimmt der kapitän das wort von jetzt ab existiere ich nicht mehr an bord und sie übernehmen das kommando des schiffes die verhältnisse sind stärker als ich ich vermag nicht zu widerstehen mein kopf schwindelt oh ich leide sehr mr kurtis fügt silas handle hinzu und drückt seine beiden hände gegen die stirn aufmerksam betrachtet der zweite offizier den der bisher an bord befehligte und begnügt sich zu antworten es ist gut herr kapitän nach dem verdeck zurückgekehrt erzählte er mir das vorgefallene jawohl sage ich wenn der mann auch noch nicht ganz von sinnen ist so leidet er doch am gehirn und es ist besser daß er sich seines mandats freiwillig begeben hat ich trete unter sehr ernsten umständen an seine stelle erwidert mir robert kurtis doch wie dem auch sei ich werde meine pflicht zu tun wissen nach diesen worten ruft der zweite offizier einen matrosen herbei und befiehlt ihm den hochbootsmann zu suchen der hochbootsmann erscheint in kurzer zeit hochbootsmann sagt robert kurtis zu ihm lassen sie die mannschaft sich am großmast versammeln der hochbootsmann zieht sich zurück und wenige minuten später umringen die leute des chancellor den bezeichneten platz robert kurtis begibt sich mitten unter sie jungens sagt er mit ruhiger ernster stimme in der lage in welcher wir uns befinden und aus anderen mir bekannten gründen hat mr silas huntley sein kommando als kapitän niederlegen zu sollen geglaubt von heute an kommandiere ich an bord so vollzog sich dieser wechsel der nur zu unser allerbesten dienen kann jetzt haben wir einen energischen und verlässlichen mann an der spitze der vor keiner für das allgemeine wohlerforderlichen maßnahme zurückschrecken wird die herren lettourneur ingenieur falsten und ich bringen robert kurtis unsere glückwünsche da wobei der hochbootsmann und der lieutenant sich uns anschließen das schiff steuert nach südwesten und robert kurtis der so viel segel als möglich beisetzen lässt sucht die nächste insel der kleinen antillen auf kürzestem wege zu erreichen ende von kapitel 12 diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 13 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg vom 24 bis 29 oktober während der nun folgenden fünf tage geht das meer sehr hohl der chancellor hat es aufgeben müssen dagegen anzukämpfen und trotz dem er jetzt mit dem winde und den wellen geht wird er doch ganz außerordentlich umhergeworfen bei dieser fahrt auf einem brander ist uns auch kein augenblick der ruhe gegönnt man betrachtet das wasser welches das schiff umgibt und anzuziehen scheint fast mit vergnügen warum aber habe ich robert kurtis gesagt wollen sie das verdeck nicht öffnen warum keine tonnen mit wasser in den kielraum eingießen und wenn das schiff damit angefüllt würde was täte das wenn das feuer gelöscht ist werden die pumpen das wasser ja leicht wieder entfernen mr kazallon antwortet mir robert kurtis ich habe ihn schon gesagt und wiederhole es ihnen wenn wir der luft einen auch noch so geringen zutritt gestatten so wird das feuer sich sofort durch das ganze schiff verbreiten und die flammen werden dasselbe vom kiel bis zu den mast spitzen ergreifen wir sind zur unfähigkeit verurteilt und befinden uns unter verhältnissen in denen man den mut haben muss nichts zu tun ja jede öffnung hermetisch verschließen das ist noch immer das einzige mittel die feuers brunst zu bekämpfen und das vernachlässigt auch die mannschaft nicht inzwischen schreitet das feuer unablässig fort und vielleicht schneller als wir es annehmen nach und nach ist die hitze so unleidlich geworden dass die passagiere haben auf das verdeck flüchten müssen und nur die kabinen im hinterteil welche die größeren fenster im spiegel haben sind noch einigermaßen bewohnbar die eine derselben verlässt die mrs kerr niemals die andere hat robert kurtis für den kaufmann ruby in beschlag genommen ich habe den unglücklichen mehrmals besucht er ist vollkommen närrisch geworden und muß gefesselt gehalten werden um ihn am zertrümmern der thür zu hindern sonderbar in seiner verwirrtheit hat er doch das gefühl des furchtbarsten schreckens noch bewahrt und stößt entsetzliche schreier aus als leide er wirklich unter schmerzhaften brandwunden wiederholt habe ich auch dem ex kapitän einen besuch abgestattet und fand in ihm einen ruhigen mann der ganz vernünftig spricht nur nicht über sein geschäft über letzteres sind ihm nun ganz allgemeine anschauung verblieben ich erbitte mich ihn zu pflegen denn er leidet offenbar doch er weist es ab und will seine kabine auf keinen fall verlassen heute ist der wachhabende matrose durch den scharfen und ekeln rauch der durch die fenster ritzen dringt von der gewohnten stelle vertrieben worden es steht fest dass die feuers brunst nach dieser seite fortschreitet und wenn man das ohr an die zwischenwände legt hört man ein dumpfes prasseln woher nimmt dieses feuer die luft zum brennen wo ist die öffnung die jeder nachforschung entgeht die schreckliche katastrophe kann nunmehr nicht fern sein vielleicht handelt es sich noch um wenige tage vielleicht nur um stunden und zum unglück geht das meer so hoch dass man an eine einschiffung in die boote gar nicht denken kann auf befehl robert curtis ist die zwischenwand nach den schlafräumen der mannschaft mit einem nassen segel belegt worden trotz alledem verbreitet sich der rauch bei einer feuchten und heißen temperatur welche die luft fast unatembar macht zum glück sind der große und der besammast aus eisen sonst wären die unteren teile desselben gewiss schon durchgebrannt und sie selbst niedergestürzt wir aber rettungslos verloren robert curtis lässt so viel segel als möglich beisetzen und der chancellor läuft bei dem auffrischenden nordostwinde mit großer schnelligkeit schon sind seit ausbruch des feuers 14 tage vergangen immer hat dasselbe zugenommen da wir nicht imstande waren es zu beschränken der dienst an bord wird allmählich sehr beschwerlich auf dem oberdeck dessen fußboden mit dem kiel raume nicht in unmittelbarer verbindung steht kann man wohl noch einher gehen auf dem verdeck bis zum vorderkastell ist das aber selbst mit starken schuhen fast unmöglich geworden das wasser reicht nicht mehr hin die bretter abzukühlen an denen die flammen lecken und die sich auf ihren balken krümmen das harz des holzes schwitzt um die aststellen aus die fugen öffnen sich und der durch die hitze geschmolzene teer läuft in wunderbaren windungen je nach der bewegung des schiffes überall umher um das unheil voll zu machen springt der wind plötzlich nach nordosten um und weht mit aller kraft es erhebt sich ein warfter orkan wie sie in jenen gegenden nicht selten sind und verschlägt uns von den antillen nach denen wir steuern robert kurtis will erst beizulegen suchen das wasser wird aber so schwer dass der chanzler seinem andrängen von der seite nicht zu widerstehen vermag am 29 erreicht der sturm seine größte heftigkeit in wilder empörung schäumt der ozean und die wellen fluten über den chanzler ein jetzt ins meer gelassenes boot müßte sofort umschlagen und sinken wir haben uns die einen auf das oberdeck die anderen auf das vorderkastell geflüchtet keiner spricht ein wort das coili mit pikrat kommt uns fast gar nicht mehr in den sinn wir haben dieses detail vergessen um mit robert kurtis zu reden ich weiß wirklich nicht ob die explosion des schiffes die unsere angstvolle lage auf einmal beendigen würde nicht zu wünschen wäre ich glaube hiermit die gedanken aller übrigen auszusprechen wenn dem menschen eine gefahr lange zeit droht so wünscht er sie endlich wohl herbei denn die erwartung einer unvermeidlichen katastrophe ist stets schlimmer als die wirklichkeit selbst solange es noch zeit war hat kapitän kurtis eine gewisse menge nahrungsmittel aus der kombüse welche man jetzt nicht mehr betreten könnte herausschaffen lassen schon hat die hitze viel davon verdorben doch sind einige fässer salzfleisch und schiffszwieback ein tönnchen brandwein und einige behälter mit wasser auf dem verdeck untergebracht worden denen man etwas an decken instrumenten eine bussole und segleinwand hinzufügt um im falle der not das fahrzeug unverweilt verlassen zu können um acht uhr abends hören wir trotz des tobenden orkans ein entsetzliches geräusch die luken des decks haben sich unter dem druck der erhitzten luft gehoben und schwarzer rauch wirbelt aus ihnen empor sowie der dampf unter der platte des sicherheitsventils an einem dampfkessel ausströmt die mannschaft eilt auf robert kurtis zu als erwarte sie seine befehle ein einziger gedanke erfasst uns der diesen vulkan der sich unter unseren füßen öffnet zu fliehen robert kurtis schaut auf den ozean hinaus dessen wogen sich schäumend überstürzen der schaluppe vermag man sich jetzt nicht einmal zu nähern nur das boot welches in den kranen an der steuerbordseite hängt ist zu erreichen sowie die kleine jolle am hinterteil des schiffes die matrosen stürzen auf das boot zu nein ruft ihnen robert kurtis zu nein das wäre ein zu verwegenes spiel sich jetzt dem meere anzuvertrauen einige matrosen an der spitze wollen dennoch halb von sinnen das boot ins meer herablassen da eilt robert kurtis nach dem oberdeck und ergreift eine axt dem ersten der an die taue rührt ruft er zerspalte ich den schädel die matrosen ziehen sich zurück einige klettern in die maschen der strickleitern andere flüchten bis in die mastkörbe um elf uhr hört man im kiel raum heftige detonationen die zwischenwände springen und öffnen der heißen luft und dem rauche den weg sofort wälzen sich dampfströme aus der treppenkappe der mannschaftskajüte und eine lange flamme leckt am besermast in die höhe da tönt ein schrei mrs kirk verläßt unterstützt von miß herbey ihre kabine welche das feuer erreicht dann erscheint silas huntley das gesicht von rauch geschwärzt und ruhig begibt er sich nach einem grüße gegen robert kurtis nach der strickleiter des besernmastes die erscheinung silas huntleys erinnert mich noch an einen anderen menschen der unter dem oberdeck eingeschlossen geblieben ist in der kabine welche die flammen in kurzer zeit verzehren müssen sollte man den unglücklichen ruby unkommen lassen ich eile nach der treppe da zeigt sich der irrsinnige der seine fesseln gesprengt hat schon mit verbrannten haaren und brennenden kleidern ohne einen schrei auszustoßen geht er auf dem verdeck ihn brennt es nicht an den füßen er stürzt sich in die rauchwirbel hinein der rauch erstickt ihn nicht er macht den eindruck eines menschlichen salamanders der durch die flammen geht eine neue detonation die schaluppe berstet die luken in der mitte fliegen in die höhe und zerreißen die übergelegten segelstücke eine feuergabe schießt bis zur hälfte des hauptmastes empor da stößt der irrsinnige ein schreckliches geschrei aus und ruft das pikrat das pikrat wir fliegen alle in die luft alle alle noch ehe es möglich ist ihn zurückzuhalten springt er durch die luke in den glühenden abgrund ende von kapitel 13 diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 14 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg während der nacht des 29 oktober die szene war schrecklich und erfüllte trotz der verzweifelten allgemeinen lage jedermann mit entsetzen ruby existiert nicht mehr doch eines seiner letzten worte sollte noch die traurigsten folgen haben die matrosen haben ihn rufen hören das pikrat das pikrat sie sind unterrichtet dass das schiff jede minute in die luft gehen kann und dass sie nicht nur die feuers brunst sondern auch die grässlichste explosion bedroht einige leute die ganz außer sich sind wollen um jeden preis und ohne vorzug entfliehen das boot das boot rufen sie sie sehen es nicht nein sie wollen es nicht sehen diese verblendeten dass das meer in wilder empörung ist dass kein boot ihm trotzen kann ohne von den furchtbaren schäumenden wellen verschlungen zu werden nichts vermag sie zurückzuhalten sie hören die stimme ihres kapitäns gar nicht mehr robert kurtis eilt mitten unter seiner mannschaft vergebens der matrose owen reizt seine kameraden an die leinen des kanuts werden gelöst und das kleine boot hinausgeworfen ein augenblick schwankt es in der luft und stößt in folge des rollens unseres schiffes gegen seinen aufzug die matrosen stoßen es ab eben als es schon fast das wasser berührt erfasst es eine ungeheure welle von unten entfernt es zunächst ein wenig und schleudert es dann mit einer solchen gewalt gegen die wände des chanzler dass es zertrümmert wird schaluppe und boot sind nun zerstört es bleibt uns nichts mehr übrig als die kleine zerbrechliche jolle wie vom donner gerührt stehen die matrosen dabei man hört nichts mehr als das pfeifen des windes im takelwerk und das prasseln der flammen tiefgehend der glutofen in der mitte des fahrzeugs und ströme von dampf und rauch drängen sich aus der luke empor man kann nicht mehr vom vorderkastell bis zum oberdeck sehen eine barriere von feuer trennt den chanzler in zwei teile die passagiere und zwei oder drei von der mannschaft haben sich nach dem oberdeck geflüchtet mrs kerr liegt ohne bewusstsein ausgestreckt da miss herby weicht nicht von ihrer seite mr letourneur hält seinen sohn in den armen und presst ihn an sein herz eine nervöse erregtheit hat sich meiner bemächtigt die ich nicht zu bezwingen vermag der ingenieur falsten sieht seelenruhig nach der uhr und bemerkt die zeit in seinem notizbuche was mag auf dem vorderteil vorgehen wo sich ohne zweifel der lieutenant der hochbootsmann und die anderen mannschaften befinden welche wir jetzt nicht zu sehen vermögen zwischen den beiden hälften des fahrzeugs ist jede verbindung unterbrochen und niemand konnte durch die wand von flammen dringen welche aus den luken emporwirbelt ich nähere mich robert kurtis alles verloren frage ich ihn nein antwortet er da die luke einmal offen ist werden wir versuchen ströme von wasser in die glut zu leiten und sie vielleicht zu löschen wer soll aber auf dem brennenden verdeck die pumpen bedienen mr kurtis wie wollen sie den matrosen durch jene flammen hindurch ihre befehle zukommen lassen robert kurtis erwidert kein wort es ist alles verloren nicht wahr frage ich noch einmal nein herr sagt robert kurtis nein solange ich noch ein brett unter meinen füßen fühle verzweifle ich noch nicht die wut der forst brunst nimmt zu die wellen des meeres färben sich mit rötlichem scheine über uns spiegelt sich der feuerschein an den niedrigeren wolken lange feuerstrahlen schießen jetzt aus den dick luken und wir haben uns nach dem hackbord hinter dem oberdeck zurückgezogen mrs kerr ist in der jolle niedergelegt worden die noch an ihren trägern hängt und miss herby hat neben ihr platz genommen welch entsetzliche nacht welche feder wäre imstande ihre schrecken zu schildern der entfesselte orkan bläst wie ein ungeheurer ventilator in diesen schmelzofen der chancellor trotzdem er schon viel segel eingebüßt hat fliegt wie ein riesiger brander durch die finsternis dahin wir haben offenbar keine wahl entweder ins meer springen oder in den flammen umkommen aber das pikrad fängt kein feuer der vulkan öffnet sich nicht unter unseren füßen ruby hat doch wohl gelogen es ist gar keine explosive substanz im raume um elf einhalb uhr das meer tobt gerade furchtbarer als je hört man ein von den seeleuten so gefürchtetes scharren und kratzen durch den lärm der elemente hindurch und vom vorderteil dringt ein schrei bis zu uns riffe riffe auf der steuerbordseite robert kurtis springt auf die schanzkleidung überfliegt mit einem raschen blicke die weißlichen wellen und ruft mit lautester gebieterischer stimme backbord steuern backbord doch es ist zu spät ich fühle wie der rücken einer ungeheuren welle uns empor hebt und ein plötzlicher stoß erfolgt das schiff schleift mit dem hinterteil stößt wiederholt auf und der besernmast stürzt dicht über deck abbrechend ins meer der chancellor sitzt unbeweglich fest ende von kapitel 14 diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 15 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg fortsetzung der nacht vom 29 oktober noch ist es nicht mitternacht kein mond am himmel rings tiefes dunkel wo das schiff aufgefahren ist können wir jetzt unmöglich wissen ob es wohl durch den sturm verschlagen wieder an die küste amerikas getrieben ist zeigt sich vielleicht wenn es tag wird land ich sagte daß der chancellor nachdem er wiederholt aufstieß unbeweglich sitzen blieb bald nachher belehrte robert kurtis ein geräusch von rasselnden ketten daß man die anker herablasse gut gut sagte er der lieutenant und der bootsmann lassen die anker fallen hoffentlich werden sie fassen dann sehe ich robert kurtis auf der schanzkleidung hinlaufen bis ihm die flammen jedes weitergehen verwehren er gleitet auf die rüsten am steuerbord nach welchem das schiff geneigt liegt und hält sich dort einige minuten trotzdem das meer ihn mit wellen überspült ich sehe wie er aufmerksam horcht man sollte meinen er höre ein eigentümliches geräusch neben dem geheul des sturmes nach einer viertelstunde kehrt robert kurtis nach dem oberdeck zurück es dringt wasser ein sagt er zu mir und dieses wasser gott steh uns bei wird vielleicht die feuersbrunst bewältigen aber nachher sage ich mr kazallon antwortet er mir nachher wie gott will wir denken jetzt nur an das nächste das nächstliegende wäre nun wohl gewesen sich mittels der pumpen vom stande des wassers zu überzeugen aber dies kann niemand mitten in dem flammen mehr erreichen wahrscheinlich gestattet ein leck im grunde des fahrzeuges dem wasser in vollen strömen einzudringen denn es will mir scheinen als vermindere sich das feuer schon ein wenig man vernimmt jetzt ein betäubendes gezisch den beweis daß beide elemente miteinander kämpfen unzweifelhaft ist der unterteil des feuerherdes erreicht und das erste lager der baumwollballen schon überschwemmt nun wohl möge dies wasser das feuer löschen dann werden wir auch mit ihm fertig zu werden wissen vielleicht ist es minder zu fürchten als das feuer das wasser ist ja des seemannselement das er zu besiegen gewohnt ist die nachfolgenden drei stunden dieser schreckensnacht verbringen wir in fürchterlicher angst wo sind wir eins nur steht fest daß jetzt ebbe einzutreten scheint und die wut der wellen sich zu mäßigen beginnt der chancellor muß eine stunde nach der fluth aufgestoßen sein doch ist das ohne rechnung und beobachtung nicht möglich sicher zu bestimmen wenn es so ist darf man hoffen sich nach löschung des feuers bei steigender fluth wieder flott zu machen gegen viereinhalb uhr morgens vermindert sich die flamme welche ein vorhang zwischen dem vorder und dem hinterteil des schiffes bildet nach und nach und wir erblicken eine geschwärzte gruppe menschen das ist die mannschaft die sich auf dem engen vorderkastell zusammengedrängt hat bald wird die verbindung zwischen den beiden enden des fahrzeuges wiederhergestellt und kommen der lieutenant und der bootsmann zu uns nach dem oberdeck indem sie auf dem barkholz hingehen da es noch unmöglich ist den fuß auf das verdeck zu setzen captain curtis der lieutenant und der hochbootsmann beraten in meiner gegenwart und stimmen in dem punkte völlig überein daß vor anbruch des tages nichts zu unternehmen sei wenn das land nicht entfernt das meer einigermaßen fahrbar ist wird man die küste und wäre es auf einem floße zu erreichen suchen wenn aber kein land in sicht ist wenn der chancel auf einem ganz isolierten riffe gestrandet wäre wird man versuchen ihn wieder flott zu machen um dann die nächstgelegene küste anzulaufen jedoch sagt robert curtis dessen meinung auch von den beiden anderen geteilt wird es ist sehr schwierig zu beurteilen wo wir uns befinden der nordwestwind muss den chanzler weit nach süden verschlagen haben ich habe schon längere zeit keine messung der sonnenhöhe vornehmen können und da mir in diesem teile des atlantischen ozeans keine klippen bekannt sind so ist es nicht unwahrscheinlich daß wir an irgendeinem punkte amerikas strandeten wir befinden uns aber immer warf ich ein vor einer drohenden explosion sollten wir den chanzler nicht verlassen können und uns flüchten auf dieses riff etwa antwortet robert curtis welche gestalt hat es wird es nicht zur zeit der flut überschwemmt können wir es bei dieser dunkleit überhaupt erkennen lassen sie es erst hell werden dann wollen wir davon reden ich teile diese worte robert curtis sofort den übrigen passagieren mit sie sind doch nicht besonders beruhigender natur aber keiner hat ein einsehen für die neue gefahr welche uns bedroht wenn das schiff auf ein in der offenen see isoliertes riff aufgestoßen ist das vielleicht hunderte von meilen vom lande entfernt liegt alle haben nur einen einzigen gedanken den dass das wasser jetzt erfolgreich gegen das feuer ankämpft und also die explosionsgefahr vermindert in der tat dringt statt der leuchtenden flammen jetzt ein dicker schwarzer rauch in feuchten wirbeln aus der großen luke herauf einige feuerbüsche züngeln zwar noch manchmal zwischen dem höllen qualm auf doch sie verlöschen meist sofort wieder dem prasseln und knacken des feuers folgt nun das zischen des wassers das auf dem herde im inneren verdampft sicher erfüllt jetzt das mehr das was unsere pumpen und eimer niemals erreicht hätten und diese feuersbrunst welche mitten in 1700 ballen baumwolle ausgebrochen war konnte eben nur durch eine überschwemmung überwunden werden ende von kapitel 15 diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 16 von der chancellor gelesen für librivox.org von dirk weber rheinberg am 30 oktober das erste tageslicht beginnt den horizont zu färben durch den dunst über dem wasser bleibt der blick jedoch auf einen engen umkreis beschränkt kein land ist in sicht und vergeblich schweift unser auge nach süden und westen über den ozean jetzt ist das meer fast vollkommen gefallen und steht das schiff nur sechs fuß tief im wasser während es bei voller ladung sonst etwa 15 fuß tief eintaucht da und dort überragen einige felsenspitzen die oberfläche des meeres und man erkennt aus einer gewissen färbung des grundes dass dieses riff rein aus basalt aufgebaut ist auf welche weise hat aber der chancellor auf dasselbe gelangen können gewiß hob ihn eine ungeheure welle wenigstens hatte ich ein ähnliches gefühl bevor wir aufliefen nachdem ich die lagerung der felsen die uns umringen genauer betrachtet habe stelle ich mir die frage wie wir von denselben wohl wieder loskommen werden das schiff liegt von hinten nach vorne zugesenkt wodurch das gehen auf dem verdeck sehr schwierig wird und außerdem hat es sich mit der eingetretenen ebbe sehr auffällig nach backbord geneigt robert kurtis hat sogar befürchtet dass es bei tiefer ebbe kentern würde jetzt nimmt die seitliche neigung aber nicht weiter zu und unsere besorgnis ist verschwunden um sechs uhr morgens machen sich ziemlich heftige stöße bemerkbar sie rühren von dem besernmaste her der nach seinem bruche erst weggetrieben wurde und jetzt wieder an die breitseite des chancellor anschlägt zugleich hören wir wiederholt schreie und unterscheiden mehrmals den namen robert kurtis wir blicken nach der richtung hin aus welcher die rufe zu kommen scheinen und sehen einen mann der sich an dem mastkorb anklammert es ist silas huntley den der sturz des mastes mitgerissen und ein wunder vom tode errettet hat robert kurtis eilt seinem früheren kapitän zu hilfe und bringt ihn tausend gefahren trotzend glücklich an bord zurück ohne ein wort zu sprechen setzt sich silas huntley sofort in die entlegenste ecke des oberdecks der mann ist vollkommen passiv geworden erzählt gar nicht mehr mit nach manchen anstrengungen gelingt es den mast unter dem wind zu bringen wonach er mit dem schiffe dessen planken er nicht ferner bedroht fest verbunden wird vielleicht soll dieses trümmerstück uns noch dienste leisten wer kann es wissen es ist nun völlig tag geworden die nebel steigen schon vermag der blick den horizont auf drei meilen entfernung zu erreichen doch nichts zeigt sich was einer küste ähnlich sähe im norden nur taucht eine art eiland auf seine unregelmäßige gestalt verdankt es einer launhaften anhäufung von felsmassen die sich etwa 200 faden von der stelle an der der chancellor strandete und zu einer höhe von vielleicht fünfzig fuß erhebt sie muss also die stärkste hochflut überragen ein sehr schmaler doch bei niedrigem wasser gangbarer weg eröffnet sich uns für den notfall nach jenem eilande darüber hinaus nimmt das meer wieder eine dunklere färbung an dort ist tiefes wasser dort endet das riff eine schmerzliche enttäuschung gerechtfertigt durch die lage des fahrzeuges bemächtigt sich aller es ist wirklich zu fürchten daß diese klippen mit keinem benachbarten lande in verbindung stehen in diesem augenblick es ist um sieben uhr ist nun heller tag und sind die dunstmassen verschwunden vollkommen deutlich zeichnete sich der horizont rund um den chancellor ab aber die grenzlinie des wassers und die des himmels verschwimmen ineinander und das meer erfüllt den ganzen weiten raum unbeweglich beobachtet robert kurtis den ozean unvorzüglich im westen mr letourneur und ich stehen nahe beieinander achten auf seine geringsten bewegungen und erraten alle gedanken die sich in seinem gehirn jagen sein erstaunen scheint groß zu sein denn er mußte uns nahe dem lande glauben da das schiff von den bermuden aus immer nach süden getrieben worden war und doch ist kein land in sicht in diesem augenblicke verlässt robert kurtis das oberdeck begibt sich auf der schanzkleidung bis nach der strickleiter des großmastes er klettert diese bis zum mastkorb und von da aus an den seilen noch höher hinauf bis er auf einer oberen segelstange steht von dort aus schweift sein blick aufmerksam über den ganzen umkreis und nach verlauf einiger minuten gleitet er an einem tau bis zu dem barkholz herab und kommt zu uns zurück wir sehen ihn fragend an kein land sagt er sehr kalt da tritt mr kerr vor und spricht in offenbar übler laune wo sind wir her das weiß ich nicht mein herr das sollten sie aber wissen erwiderte ärgerlich der ölhändler möglich aber ich weiß es nicht nun fährt mr kerr fort so hören sie denn daß ich keine lust habe ewig auf ihrem schiff zu bleiben mein herr und ich erwarte von ihnen daß sie nun weiter segeln robert kurtis begnügt sich mit der achsel zu zucken dann wandt er sich zu mr le tourneur und zu mir wenn sich die sonne zeigt sagt er werde ich eine aufnahme ausführen und werden wir dann erfahren auf welchen punkte des atlantischen ozeans wir uns befinden hierauf lässt robert kurtis zunächst an die passagiere und die mannschaft lebensmittel verteilen wir brauchen solche recht nötig denn alle sind von hunger und anstrengung erschöpft es wird schiffs zwieback und etwas konserviertes fleisch genossen worauf der kapitän sofort gewisse maßnahmen zum wieder flott machen des schiffes vorbereitet das feuer hat sich jetzt noch weiter vermindert und keine flamme dringt mehr nach außen auch der rauch ist wenn auch noch schwarz doch minder reichlich gewiß steht im kiel raume des chancellor eine große menge wasser doch kann man sich darüber nicht vergewissern da das verdeck ungangbar ist deshalb läßt robert kurtis die glühheißen halbbrennenden planken begießen und nach zwei stunden können die matrosen wieder auf dem verdecke gehen jetzt ist es die erste sorge zu sondieren ein geschäft dem sich der hochbootsmann unterzieht seiner messung nach stehen fünf fußwasser im raume der kapitän lässt dasselbe jedoch noch nicht auspumpen da er will dass es seine arbeit ganz vollende erst mit dem feuer fertig werden mit dem wasser später erscheint es nun wohlgeraten das schiff sofort zu verlassen und sich auf die klippe zu flüchten captain kurtis ansicht der auch der leutnant und der hochbootsmann zustimmen ist das nicht wirklich bei schwerem wellengange dürfte die position selbst auf dem am meisten hervorragenden felsen nicht haltbar sein die wahrscheinlichkeit einer explosion des fahrzeuges ist ja wesentlich gemindert gewiss hat das wasser im raume eine solche höhe erreicht dass rubys gepäck und folglich aus sein kohli mit pickrad überschwemmt ist es wird also entschieden dass weder die mannschaft noch die passagiere den schanzler verlassen dafür bemüht man sich auf dem oberdeck eine art lagerstätte zuzurichten und für die beiden damen werden einige vom feuer noch verschonte matratzen dahin geschafft die mannschaft welche ihre habseligkeiten gerettet hat bringt diese unter das vorderkastell dort soll auch der schlafraum sein da die kajüte der leute völlig unbewohnbar geworden ist zum glück sind die zerstörungen in der kombüse weniger umfänglich als man hätte annehmen sollen die lebensmittel ebenso wie die wasserkisten hat das feuer zum großen teil verschont das ganze im vorderteil liegende segelmagazin erweist sich völlig unversehrt vielleicht stehen wir vor dem ende unserer prüfungen man ist fast versucht das zu glauben denn seit dem morgen hat sich der wind sehr bedeutend abgeschwächt und der seegang merklich ermäßigt letzteres ist ein ganz besonders günstiger umstand denn wenn den chanzler jetzt heftige wellenstöße träfen müßte er an dem harten basalte zerschellen mit den herren letourneur habe ich ausführlich über die schiffsoffiziere gesprochen ebenso über die mannschaften und über das benehmen aller in dieser zeit der gefahr alle haben proben des mutes und der tatkräftigen entschlossenheit abgelegt der lieutenant walter der hochbootsmann und der schiffszimmermann daulas zeichneten sich ganz besonders aus das sind wackere männer gute seeleute auf die man sich verlassen kann robert curtis ist über jedes lob erhaben jetzt wie immer scheint er sich zu verdoppeln und ist überall zur hand schwierigkeiten bieten sich nur um von ihm überwunden zu werden durch wort und tat feuert er seine matrosen an er bildet gleichsam die seele der ganzen mannschaft die nur durch ihn handelt ende von kapitel 16 diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 17 von der chancellor gläsen für librivox.org von dirk weber rheinberg fortsetzung vom 30 oktober seit sieben uhr morgens begann das meer inzwischen wieder zu steigen jetzt um elf uhr sind die spitzen der felsen bei der flut alle wieder verschwunden es steht zu erwarten dass das wasser im schiffsraum um ebenso viel steigen wird als das meer außerhalb das geschieht wirklich die sonde ergibt neuen fuß und wiederum sind neue schichten der ballen überschwemmt worüber wir uns jedoch nur glück wünschen seit eintritt der vollen flut ist der größte teil der das schiff umgebenden felsmassen untergetaucht nur die umfassung einer art kleinen beckens bleibt noch sichtbar dass ein durchmesser von 250 bis 300 fuß hat und dessen nördlichen winkel der chancellor einnimmt das meer erscheint recht ruhig und seine wellen gelangen nicht bis zum schiffe glücklicher umstand denn da es ganz unbeweglich fest liegt würde es ebenso wie eine klippe gepeitscht werden um elfeinhalb uhr wird die sonne die bis dahin von einigen wolken verdeckt blieb recht zur gelegenen zeit sichtbar schon am morgen gelang es dem kapitän einen stundenwinkel zu messen jetzt bereitet er sich zur aufnahme der mittagshöhe die er um 12 uhr ganz genau ermittelt er begibt sich nach seiner kabine für die nötigen berechnungen aus und kommt nach dem oberdeck zurück wir befinden uns meldet er hierüber unter 18 grad 45 minuten nördlicher breite und 45 grad 53 minuten westlicher länge der kapitän erläutert unsere lage noch denjenigen die mit der bedeutung dieser zahlen weniger vertraut sind robert kurtis sucht mit recht nichts zu verheimlichen er will daß sich jeder darüber klar sei was er unter den gegebenen verhältnissen zu erwarten habe der chancellor ist also unter 18 grad 45 minuten nördlicher bereite und 45 grad 53 minuten westlicher länge auf einem noch auf keiner seekarte verzeichneten riff gescheitert wie kann aber ein solches in diesem teile des atlantischen ozeanes vorhanden sein ohne daß man von ihm kenntnis hat sollte das eiland erst von jüngerer bildung und durch irgendeine plutonische erhebung entstanden sein ich sehe wenigstens keine andere erklärung jener tatsache doch dem sei wie es will jedenfalls befindet sich das eiland mindestens 800 meilen von guyana das ist das nächstbenachbarte land entfernt die eintragung des punktes auf der karte hat das unzweifelhaft ergeben der chancellor ist also bis zum achtzehnten breiten grade nach süden hinab gelangt zuerst infolge der sinnlosen hartnäckigkeit silas hundleys nachher durch den nordweststurm der ihn zum entfliehen nötigte der chancellor hatte demnach noch 800 meilen weit zu segeln bevor er das nächstgelegene land anlaufen kann so gestaltet sich unsere lage sie ist wohl ernst doch machte die offenherzige mitteilung des kapitäns keinen üblen eindruck wenigstens für den augenblick welch neue gefahren hätten uns auch so bedrohlich erscheinen können nachdem wir dem feuer und der explosion so glücklich entgangen waren jedermann vergisst daß der kielraum mit wasser gefüllt ist daß das rettende land uns so fern liegt daß der chancellor wenn er wieder flott wird leicht sinken kann jetzt stehen die gemüter noch unter dem eindruck des jüngsten schreckens und neigen in einem augenblick der ruhe weit mehr zum vertrauen hin was wird robert curtis nun zunächst vornehmen ganz einfach das was der gesunde menschenverstand empfiehlt das feuer vollständig löschen die ganze fracht oder doch einen teil derselben über bord werfen das keuli mit pikrat nicht zu vergessen den leck verschließen und nach erleichterung des schiffes dasselbe unter mithilfe der flut wieder flott zu machen suchen gelegentlich eines unserer jetzige lage betreffenden gespräches mit mr letourneur habe ich ihm die versicherung geben zu können geglaubt daß unser aufenthalt auf dem riffe nur von kurzer dauer sein werde wenn uns die umstände nur irgend begünstigen mr letourneur scheint meine ansicht aber nicht zu teilen im gegenteil sagt er ich glaube wir werden auf diesem felsen lange zeit zurückgehalten bleiben und warum erwidere ich einige hundert ballen baumwoll über bord zu werfen ist doch weder eine lange noch allzu beschwerliche arbeit die in zwei bis drei tagen recht wohl geschehen sein kann gewiss mr kasalon das möchte schnell genug gehen wenn sich die mannschaft nur heute schon ans werk machen könnte vorläufig ist es absolut unmöglich in den killraum des chancellor hinab zu steigen denn die luft darin ist völlig irrespirabel und wer weiß ob nicht mehrere tage vergehen ehe sich das ändert da die mittleren lagen des cargo noch immer in brand sind übrigens wenn wir nun wirklich herr des feuers geworden sind werden wir deshalb auch weiter schiffen können nein erst muss die eintrittsstelle des wassers die eine ziemliche ausdehnung haben mag verschlossen werden und zwar mit größter sorgfalt wenn wir nicht sinken wollen nachdem wir der gefahr zu verbrennen entgangen waren nein nein mr kasalon ich mache mir keine illusion und werde es als einen glücklichen umstand betrachten wenn wir das riff nach drei wochen wirklich verlassen haben werden nun gebe nur der himmel daß kein sturm ausbricht noch bevor wir wieder flott sind denn der chancellor müsste an diesen klippen wie ein glas zerschellen in der tat ist hierin die größte gefahr zu suchen welche uns drohen könnte das feuer wird nun vollends gelöscht werden das fahrzeug wird wieder flott gemacht werden mindestens haben wir allen grund es zu glauben aber wir leben vor der hand von der gnade eines windstoßes zugegeben auch daß der höchste theil des nahen riffes während eines sturms als huftflut dienen könnte was soll aus den passagieren und mannschaften des chancellor werden wenn ihr schiff in stücke ging mr le tourneur habe ich diesen darauf gefragt sie haben vertrauen zu robert kurtis ein vollkommenes vertrauen mr kasalon und ich sehe es für eine gnade gottes an dass der kapitän huntley ihm das kommando des schiffes abgetreten hat ich bin überzeugt dass robert kurtis alles tun wird was nötig und möglich ist um uns aus der schlimmen lage zu reißen auf meine frage an den kapitän wie lange er den entstehenden aufenthalt veranschlage antwortete er mir daß er das jetzt da eines von verschiedenen umständen abhänge noch nicht abzuschätzen im stande sei er hoffe aber wenigstens daß die witterung nicht allzu ungünstig sein werde wirklich steigt das barometer ununterbrochen ohne das gewöhnliche auf und abschwanken der quecksilbersäule das ihr eigen ist solange die luftschichten noch nicht vollkommen ins gleichgewicht gekommen sind jene erscheinung ist also ein vorzeichen dauernder ruhe ein wahres glück für unsere notwendigen arbeiten übrigens wird keine stunde vergeudet und jeder geht freudig an seine tätigkeit vor allen anderen hat robert kurtis die absicht die feuersbrunst vollkommen zu löschen welche noch in den oberen lagen der baumwollballen über dem niveau des wassers im killraum fortdauert es kann sich aber nicht darum handeln die ladung zu schonen offenbar gilt es nur das feuer zwischen zwei wasserschichten zu ersticken die pumpen beginnen ihr werk demnach aufs neue bei diesen ersten vornamen reicht die mannschaft zur bedienung der pumpen aus die passagiere werden nicht in anspruch genommen obgleich wir alle zur hilfe bereit sind doch dürfte unsere unterstützung nicht zu unterschätzen sein wenn man zur entlastung des fahrzeuges fortschreiten wird die mr le tourneur und ich wir verbringen unsere zeit entweder mit plaudern oder mit lektüre und außerdem verwende ich täglich einige stunden auf die fortführung meines tagebuches der wenig mitteilsame ingenieur falsten ist ganz von seinen ziffern in anspruch genommen und entwirft fortwährend maschinen im aufriss wie im durchschnitt wenn es doch dem himmel gefiele ihn einen kräftigen apparat ersinnen zu lassen der den chancellor wieder flott zu machen vermöchte die beiden kerr halten sich abseits und ersparen uns dadurch das langweilige anhören ihrer unablässigen entschädigungsansprüche leider ist auch miss herby genötigt an der seite jener zu verbleiben und sehen wir das junge mädchen sehr wenig oder gar nicht silas hantley bekümmert sich um nichts was auf das schiff bezug hat der seemann in ihm ist gestorben und der mann vegetiert nur noch mühsam der steward hobbert versieht seinen dienst wie gewöhnlich als befinde sich das schiff auf der regelmäßigsten überfahrt dieser hobbert ist ein unterwürfiger kriecher und unterscheidet sich sehr auffallend von seinem koch jinxdrop einem häßlichen neger mit brutalen und unverschämten manieren der sich mehr als nötig zu den matrosen hält zerstreuung können an bord natürlich nicht allzu häufig sein da kommt mir zum glück der gedanke das unbekannte riff auf dem der chancellor gestrandet ist näher zu untersuchen der ausflug wird weder weit sein noch besondere abwechslung bieten doch gibt er gelegenheit das schiff auf einige stunden zu verlassen und einen boden zu untersuchen der einen interessanten ursprung haben muß übrigens ist es von wichtigkeit daß der plan dieses riffes das man noch auf keiner karte verzeichnet findet sorgfältig aufgenommen wird ich glaube mit den herren le tourneur diese hydrographische arbeit ausführen zu können wobei wir dem captain curtis natürlich die sorge überlassen sie durch genaue aufnahme der geografischen längen und breiten zu vervollständigen die herren le tourneur stimmen meinem vorschlage bei ein boot nebst tieflot wird uns zur verfügung gestellt dazu ein matrose zur leitung desselben und am morgen des 31 oktober verlassen wir den chancellor diese aufnahme ist gemeinfrei kapitel 18 von der chancellor dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org der chancellor von jules verne kapitel 18 vom 31 oktober bis 5 november wir haben damit begonnen das riff dessen länge eine viertel meile betragen mag zu umfahren diese kleine umschiffung ist bald beendigt und wir bestätigen die sonde in der hand daß die ränder des gesteins unter wasser sehr steil abfallen das meer zeigt sich noch ganz nah daran sehr tief und es unterliegt kaum einem zweifel daß eine auf plutonische kräfte zurückzuführende plötzliche erhebung ein heftiger druck von unten das riff über die meeresfläche gedrängt haben auch über den rein vulkanischen ursprung des ganzen eilandes ist gar nicht zu streiten durchweg besteht es aus ungeheuren basaltblöcken deren regelmäßige prismen ihm das aussehen einer gigantischen kristallisation verleihen das meer ist rund um den rand des riffes ganz wunderbar durchsichtig und läßt die sonderbaren bündel prismatischer schafte erkennen welche den merkwürdigen bau tragen das ist ein eigentümliches gebilde bemerkt mr le tourneur und gewiß neueren ursprungs ohne zweifel vater antwortet der junge andr und ich füge noch hinzu daß es dieselbe ursache welcher zum beispiel die insel julia an der küste siziliens und die insel santorin im griechischen archipel ihrer entstehung verdanken gewesen ist die dieses eiland zur gelegenen zeit erschuf um den chancellor darauf stranden zu lassen eine bodenerhebung in diesem teile des atlantischen ozeans bestätige ich muß notwendig stattgefunden haben da dieses riff auch auf den neuesten karten sich nicht verzeichnet findet und schwerlich konnte es doch den augen der seeleute in dieser vielbefahrenen gegend des ozeanes bis jetzt entgehen wir wollen es deshalb sorgfältig untersuchen und zur kenntnis der seefahrer bringen wer weiß ob es nicht infolge eines ähnlichen prozesses wie dessen der es erhob nicht auch bald wieder verschwinden wird antwortet andré le tourneur sie wissen mr casallon daß solche vulkanische inseln häufig nur von ganz ephemerem bestande sind und wenn die geografen diese hier in ihre karten eingetragen haben existiert sie vielleicht schon nicht mehr das tut nichts liebes kind wendet mr le tourneur ein es ist besser vor einer nicht mehr vorhandenen gefahr zu warnen als eine tatsächlich bestehende geringschätzig zu übergehen und die seeleute werden sich deshalb nicht zu beklagen haben wenn sie ein riff auch nicht mehr da antreffen wo wir ein solches fanden du hast recht mein vater erwidert andré nach allem ist es ja auch möglich daß ihm eine ebenso lange dauer bestimmt ist wie unseren kontinenten wenn es aber verschwinden soll so würde es kapitän curtis gewiß gern sehen daß es nach einigen tagen wenn er seine havarien ausgebessert hat geschähe denn das würde ihm die mühe ersparen sein schiff wieder flott zu machen wahrlich andré rief ich da scherzend sie wollen wohl mit der natur ganz nach eigenem gutdünken schalten und walten sie verlangen daß jene ein riff ganz nach ihrem willen hebe oder senke so ganz nach ihrem höchst eigenen persönlichen bedürfnisse und nachdem sie diese felskanten ganz speziell geschaffen hat um den brennenden chancellor löschen zu können mag sie dieselben nur auf die berührung ihrer wünschelroute wieder versenken um denselben wieder frei zu machen nein nein mr kazallon erwidert der junge mann lächelnd ich will gar nichts als gott danken daß er uns so sichtbar beschützt hat er hat unser fahrzeug auf dieses riff werfen wollen und er wird es schon wieder schwimmen lassen wenn die zeit dazu gekommen ist und wir werden dazu mit allen kräften helfen nicht wahr meine freunde gewiß mr kazallon erwidert mr le tourneur denn es ist eine unabweisliche pflicht sich selbst zu helfen dennoch tut andré sehr recht daran sein vertrauen auf gott zu setzen wenn sich der mensch auf das meer hinaus wagt so wendet er die ihm von natur verliehenen fähigkeiten in weitestem umfange an auf dem grenzenlosen ozeane fühlt er aber auch wenn die elemente sich entfesseln wie zerbrechlich das fahrzeug das ihn trägt wie schwach und ohnmächtig er selbst ist deshalb meine ich sollte die devise des seemanns lauten vertrauen zu sich selbst und glauben an gott wie wahr ist das mr le tourneur habe ich geantwortet auch glaube ich es wird nur wenig seeleute geben deren herzen religiösen eindrücken hartnäckig verschlossen sind also sprechend untersuchen wir die felsenmassen welche die basis des eilandes bilden mit aller sorgfalt und überzeugen uns immer mehr von dessen ganz neuerlichem ursprunge nirgends findet sich eine muschel oder ein bareckbüschel an die basaltwände geheftet ein liebhaber der naturkunde möchte bei der durchsuchung dieser steinhaufen schwerlich auf seine kosten kommen hier wo weder tier noch pflanzenreich ihren stempel aufgedrückt haben schaltiere fehlen ebenso vollständig wie wasserpflanzen noch hat der wind kein samenkörnchen hierher geweht und haben die seevögel hier kein obdach gesucht dem geologen allein böte sich vielleicht stoff zu interessanten forschungen über dieses basaltische gebilde welches die spuren seines plutonischen herkommens noch unverwischt an der stirn trägt erst jetzt erreicht unser kanot die südspitze des eilandes neben der der chancellor aufgefahren ist ich schlage meinen begleitern vor ans land zu gehen sie gehen mit großem vergnügen darauf ein im fall das eiland wieder untergehen sollte sagt der junge andré lachend müssen ihm menschliche wesen wenigstens einen besuch abgestattet haben das kanot landet und wir betreten den basaltfelsen andré geht bei dem ziemlich bequem zu ersteigenden steinboden voraus der junge mann braucht keinen arm der ihn stützte sein vater bleibt etwas hinter ihm in meiner nähe zurück und so ersteigen wir das riff auf einem sanften abhange der zu seinem gipfel empor führt in einer viertelstunde legen wir die entfernung bis dahin zurück und setzen uns alle drei auf eine basaltsäule welche den höchsten felsen des eilands krönt andré le tourneur zieht dann ein notizbuch aus der tasche und beginnt das riff dessen ränder sich von dem grünlichen wasser deutlich vor unseren augen abheben sorgsam abzuzeichnen der himmel ist rein und das jetzt niedrige meer entblößt auch die letzten felsen vorsprünge im süden welche eine schmale straße zwischen sich lassen die der chancellor vor dem auffahren passiert hat die gestalt des ganzen riffs erscheint sehr eigentümlich und erinnert lebhaft an die eines jorker schinkens dessen mittlerer teil bis zu der höhe anschwillt die wir jetzt einnehmen nachdem andré die umrisse des eilandes zu papier gebracht hat sagt sein vater du zeichnest da ja einen schinken mein kind jawohl vater aber einen schinken von basalt dessen größe wohl auch einen riesen zufrieden stellen würde und wenn kapitän curtis zustimmt werden wir das riff hamrock das ist schinkenstein taufen herrlich rufe ich ein gut erfundener name das schinkenstein riff mögen sich ihm die seefahrer immer in respektvoller entfernung halten denn sie haben die zähne nicht hart genug dasselbe anzubeißen an der südspitze des eilandes ist der chancellor aufgefahren das heißt auf dem knochen oder stiel des schinkens und in der kleinen ausbuchtung welche seine biegung bildet er neigt gerade jetzt sehr stark nach steuerbord da es eben tiefe ebbe ist nach vollendung der skizze durch andré le tourneur steigen wir über eine andere schiefe nach westen zu abfallende ebene wieder herab und treffen bald auf eine hübsche niedliche grotte zuerst möchte man sie für ein werk der architektur halten und ähnelt sie sehr den von der natur in den hybriden geschaffenen und speziell der grotte auf der insel staffa die herren le tourneur welche die fingalshöhle besucht haben wollten diese wenn auch in kleinerem maßstabe hier vollständig wiederfinden hier zeigt sich dieselbe anordnung konzentrischer prismen welche von der art der erstarrung des basaltes herrührt dieselbe decke schwarzer balken deren fugen mit einer gelblichen masse verkittet erscheinen dieselbe reinheit der kristallkanten wie sie der meißel eines bildhauers nicht sauberer herzustellen vermöchte endlich dasselbe klingen in den tönenden basalten aus denen die gälische volkssage hafen der schatten fingals gemacht hat auf staffa bildet aber das meer den boden der höhle der hier nur von den hohen wogen erreicht werden kann wo eine schicht von basaltschaften einen festen grund darstellt übrigens bemerkt andré le tourneur ist die grotte auf staffa eine ungeheure gotische kathedrale diese hier aber nur eine kapelle zu jener wer hätte jedoch ein solches wunder auf einem unbekannten riffe des ozeans zu finden erwartet nach einstündigem ausruhen in der hamrock grotte gehen wir längst im ufer des eilandes hin und kommen nach dem chancellor zurück robert curtis wird von den resultaten unseres ausfluges in kenntnis gesetzt und verzeichnet auf der karte das eiland unter dem ihm von andré le tourneur beigelegten namen die folgenden tage haben wir niemals versäumt einen spaziergang nach der hamrock grotte zu machen in der wir so manche stunde verbringen auch robert curtis besuchte sie doch ist er jetzt mit hunderterlei anderen dingen zu sehr beschäftigt um zur bewunderung der natur gestimmt zu sein folstein begab sich nur einmal dahin um die natur des gesteins kennen zu lernen und mit der für schönheiten an sich unempfindlichen ruhe des geologen einige brocken loszubrechen mr kear hat sich nicht inkommodieren wollen er ist an bord geblieben der mrs kear habe ich das anerbieten gemacht uns bei einer solchen exkursion zu begleiten aber die unannehmlichkeit sich nach dem boote zu begeben und vielleicht einiger anstrengung ausgesetzt zu sein hat sie veranlaßt es abzuschlagen mr le tourneur hat auch miss herby gefragt ob sie lust habe das riff zu besuchen das junge mädchen glaubte dazu ja sagen zu dürfen glücklich der launischen tyrannei ihrer herrin wenn auch nur auf eine kurze stunde zu entfliehen als sie aber mrs kear um die erlaubnis bittet das schiff verlassen zu dürfen schlägt diese es ihr rundweg ab mich ärgert das und ich lege bei mrs kear ein wort für miss herby ein ich habe zwar meine not mit jener da ich aber früher schon gelegenheit hatte der egoistin einige dienste zu leisten und sie nicht weiß ob sie meiner vielleicht später wieder bedarf so gibt sie endlich meinen bitten nach miss herby begleitet uns also nun mehrere male beim spaziergange über die felsen öfter fischen wir auch am ufer des eilandes und verzehren heiter ein frühstück in der grotte wozu die basaltharfen im winde tönen wir sind selbst ganz beglückt über das vergnügen miss herbys sich einige stunden frei zu fühlen das eiland ist gewiß nur klein aber niemals ist dem jungen mädchen etwas in der welt größer erschienen auch wir lieben dieses dürre trostlose riff und bald gibt es keinen stein mehr den wir nicht kennten keinen pfad den wir nicht fröhlich gewandelt wären gegen den chancellor gehalten ist es immer ein großes gebiet und ich weiß bestimmt daß wir es zur stunde der abfahrt nur ungern verlassen werden bezüglich der insel staffa teilt uns andré le tourneur noch mit daß sie der familie mcdonald gehöre welche sie für den jährlichen zins von zwölf pfund sterling verpachtet habe nun meine herren begann darauf miss herby glauben sie daß man für diese hier mehr als eine halbe krone verlangen würde keinen pfennig miss antwortete ich lachend hätten sie lust dieselbe in pacht zu nehmen nein mr kazallon erwidert das junge mädchen mit einem unterdrückten seufzer und doch ist hier vielleicht der einzige ort an dem ich glücklich gewesen bin und ich auch sagt halblaut andré welch heimliches leiden spricht aus dieser antwort miss herbys das junge mädchen in ihrer armut ohne eltern oder freunde hat noch nirgends ein glück das glück einiger flüchtiger minuten gefunden als auf einem unbekannten felsen des atlantischen ozeans ende von kapitel 18 kapitel 19 von der chancellor dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei der chancellor von jules verne kapitel 19 vom sechsten bis fünfzehnten november während der fünf ersten tage nach der strandung sind dem kielraum des chancellor stets dicke beißende dämpfe entströmt dann haben sie sich nach und nach vermindert und am sechsten november kann man die feuersbrunst als erloschen ansehen aus fürsorge aber läßt robert kurtis die pumpen noch fortarbeiten so daß der schiffsrumpf jetzt bis zum zwischendeck mit wasser gefüllt ist nur zur zeit der ebbe sinkt das wasser im raum und stellen sich die oberflächen im inneren und äußeren auf gleiches niveau es beweist das sagt robert kurtis zu mir daß der leck ein ziemlich beträchtlicher sein muß da das wasser mit solcher schnelligkeit nachsinkt wirklich beträgt die oberfläche der oeffnung im rumpfe nicht weniger als vier quadratfuß einer der matrosen ist ins meer getaucht und hat die stelle und ausdehnung der havarie untersucht die eintrittsöffnung des wassers befindet sich etwa dreißig fuß vom steuer nach vorn zu es sind drei planken durch eine felsenspitze eingedrückt und zwar zwei fuß über der kielfuge der anprall muß ein sehr starker gewesen sein denn das fahrzeug war schwer beladen und das meer ging hoch fast möchte man bewundern daß der rumpf sich nicht an noch mehr stellen geöffnet hat ob der leck leicht zu stopfen sein wird läßt sich erst dann beurteilen wenn die ladung entweder entfernt oder doch weggeräumt ist so daß der zimmermann denselben erreichen kann zwei tage dürfen indes noch vergehen um in den raum des chancellor eindringen zu können und diejenigen baumwollenballen zu entfernen welche das feuer noch unversehrt gelassen hat während dieser zeit bleibt robert kurtis nicht müßig und es werden unter tatkräftiger unterstützung der mannschaft sehr wichtige arbeiten ausgeführt so läßt der kapitän den besanmast der beim auffahren abgebrochen war wieder herstellen da es gelungen ist denselben mit seinem ganzen takelwerk anzuholen mittels starker stützbalken am hinter teile gelangt man dazu ihn auf seinen früheren stumpf wieder aufzusetzen nachdem der zimmermann diesen mit zapfenlöchern versehen hat angelegte wangen welche durch eiserne bänder und tüchtige bolzen gehalten sind sichern die verbindung der beiden bruchstücke nachdem das geschehen mustert man sorgfältig die strickleitern und das tauwerk prüft die stagen wechselt einige segel aus ordnet die laufenden seile und so dürfen wir hoffen mit aller sicherheit segeln zu können am vorder und hinter teile des schiffes gibt es viel arbeit denn das oberdeck und die mannschaftskajüte sind von den flammen arg mitgenommen es ergibt sich also die notwendigkeit alles wieder instand zu setzen was natürlich einige zeit und mühe erfordert an zeit fehlt es nicht an mühe spart man nicht und bald können wir in unsere kabinen zurückkehren erst am achten kann die entladung des chancellor mit aussicht auf erfolg begonnen werden da die baumwollenballen von dem wasser das bei der flut den ganzen kielraum erfüllt durchnäßt sind bringt man über den deckluken kranen an und wir gehen der mannschaft mit zur hand die schweren ballen heraufzuwinden die sich zum größten teile zerstört zeigen einer nach dem anderen wird auf die jolle verladen und nach dem riff geschafft nach löschung der obersten schicht des cargo wird es notwendig das wasser aus dem raume mindestens zum teil auszupumpen das erfordert aber einen möglichst guten verschluss des leckes welchen der felsen in den rumpf gestoßen hat eine schwere arbeit doch der matrose flaypole und der hochbootsmann unternehmen diese mit dem lobenswertesten eifer zur zeit der ebbe ist es ihnen geglückt unter die steuerbordseite zu tauchen und eine kupferplatte über die öffnung zu nageln da dieses blech aber dem drucke von außen schwerlich widerstand zu leisten imstande sein kann wenn sich infolge des pumpens das niveau im inneren senkt so versucht robert curtis dasselbe durch baumwollenballen welche gegen die eingedrückten planken gepresst werden zu unterstützen material ist ja genug vorhanden und bald ist der grund des chancellor wie gepolstert mit jenen schweren und undurchdringlichen ballen welche die widerstandsfähigkeit des kupferbleches erhöhen sollen das verfahren des kapitäns hatte den gewünschten erfolg man erkennt es deutlich seitdem die pumpen in thätigkeit sind denn das wasserniveau im raume sinkt immer mehr und die leute setzen die entladung rüstig fort es wird nun wahrscheinlich sagt robert curtis zu uns daß wir bis zu der havari hinunter gelangen und sie vom inneren aus wieder ausbessern können freilich wäre es geratener das schiff zu kiel holen doch fehlen mir dazu die hilfsmittel gänzlich ich würde mich davon auch durch die befürchtung abhalten lassen daß schlechtes wetter einträte während das schiff auf der seite läge nichtsdestoweniger glaube ich ihnen versichern zu können daß der zugang des wassers auf geeignete weise verschlossen werden wird und daß wir ihn nicht zu ferner zeit und unter verhältnissen welche eine genügende sicherheit garantieren nach der nächsten küste absegeln können nach zweitägiger arbeit war das wasser zum größten teile ausgepumpt und die entladung der letzten ballen des cargo ging ohne schwierigkeit von statten auch wir haben bei den pumpen jetzt mit hand anlegen müssen um die mannschaft abzulösen und haben das gewissenhaft getan trotz seiner schwäche hat sich auch andré le tourneur uns angeschlossen und jeder erfüllt seine pflicht nach besten kräften doch das war eine anstrengende arbeit wir vermochten sie nicht lange fortzusetzen ohne einmal auszuruhen die fortwährende auf und abgehende bewegung brach uns fast die arme und ich begreife recht wohl daß die matrosen sich gern von ihr wegzustehlen suchen wir befinden uns dabei noch unter günstigen verhältnissen da das schiff auf festem grunde liegt und unter unseren füßen kein abgrund gähnt wir verteidigen jetzt nicht unser leben gegen das anstürmende meer und bekämpfen kein wasser welches ebenso wie es ausgeschöpft wird immer wieder nachdringt gebe der himmel daß wir nie auf einem sinkenden schiffe eine solche prüfung auszuhalten haben ende von kapitel 19 kapitel 20 von der chancellor dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org der chancellor von jules verne kapitel 20 vom fünfzehnten bis zwanzigsten november heute endlich hat man den schiffsraum eingehender untersuchen können endlich ist das kolli mit dem pikrat ganz hinten an einer stelle aufgefunden worden welche das feuer glücklicherweise nicht erreicht hat das kolli zeigt sich unversehrt nicht einmal durch das wasser hat sein inhalt schaden genommen und man bringt es an einem sicheren platze an der spitze des eilandes unter warum es nicht sofort ins meer geworfen wurde ich weiß es nicht mit einem worte es ist nicht geschehen robert kurtis und daulas haben gelegentlich ihre untersuchung das deck und seine tragbalken minder zerstört gefunden als man erwartete die intensive hitze der sie ausgesetzt gewesen sind hat sie zwar verzogen ohne sie tief anzunagen und scheint sich die wirkung des feuers mehr gegen die seiten des schiffsrumpfes geäußert zu haben wirklich sind die weger auf eine große strecke hin von den flammen verzehrt da und dort ragen die köpfe verkohlter holzpflöcke hervor und leider ist das ganze rippenwerk sehr tiefgehend ergriffen worden das werk an den stoßverbindungen und den fugen muß bald verbrannt gewesen sein und man darf es als ein reines wunder betrachten daß das fahrzeug sich nicht schon längst geöffnet hat man muß zugeben daß das mißliche umstände sind die beschädigungen sind tatsächlich so ernster natur daß robert kurtis wenn er sich jetzt auf einer insel und nicht auf einem jeden augenblick dem wogenschwalle preisgegebenen riffe befände gar nicht zögern würde das ganze schiff zu demolieren und daraus ein kleineres aber verläßlicheres zu erbauen robert kurtis ist sich jedoch über die situation völlig klar er läßt uns alle mannschaften und passagiere auf dem deck des chancellor zusammentreten meine freunde beginnt er unsere havarien erweisen sich bedeutender als sie vorher angenommen wurden und ist der rumpf des schiffes ganz besonders schwer betroffen da uns einerseits jedes mittel abgeht jenen wieder zu reparieren und wir andererseits auf diesem eilande nur abhängig von der gnade des windes keine zeit haben ein anderes fahrzeug zu erbauen so geht mein vorschlag dahin wir verstopfen das leck so gut als nur möglich und suchen den nächsten hafen zu erreichen wir sind nur 800 meilen von der küste von paramaribo das den nördlichen teil des holländischen guyana bildet entfernt und können dort bei einigermaßen günstigem winde schon in zehn bis zwölf tagen eine zuflucht finden wirklich war ja nichts anderes zu tun so wurde denn robert kurtis vorschlag einstimmig gewilligt daulas und seine gehilfen bemühen sich nun das leck auch von innen her zu verschließen und verstärken die angekohlten rippenpaare aufs beste trotz alledem leuchtet es ein daß der chancellor für eine längere fahrt die nötige sicherheit nicht bietet und daß er im ersten besten hafen den er anläuft kondemniert werden wird der zimmermann kalfatert auch die äußeren fugen der verplankung so weit diese während der ebbe bloß gelegt wird denjenigen teil aber der auch zu dieser zeit unter wasser bleibt kann er nicht untersuchen und muß sich begnügen denselben inwendig möglichst auszubessern diese verschiedenen arbeiten dauern bis zum zwanzigsten november nun nachdem man alles mögliche getan hat das schiff wieder in stand zu setzen beschließt robert kurtis es wieder in tieferes wasser zu bringen es versteht sich von selbst daß der chancellor seit der entfernung der frachtgüter und des wassers aus dem raume selbst vor eintritt der vollen flut sich schwimmend erhielt da man die vorsicht gebraucht hatte ihn an beiden enden zu verankern so wurde er nicht weiter auf die klippe gehoben sondern verblieb in dem kleinen natürlichen bassin das zur rechten und zur linken von felsen begrenzt ist die sich auch während des höchsten standes der flut nicht mit wasser bedecken das bassin erweist sich auch geräumig genug um das schiff zu wenden was mit hilfe starker taue leicht ausgeführt wird so daß sein vorderteil jetzt nach süden zugekehrt ist es erscheint demnach gar nicht so schwierig den chancellor ganz frei zu machen entweder durch auffissen der segel wenn der wind dazu günstig wäre oder durch schleppen desselben durch die einfahrtsöffnung bei conträrer luftströmung der ausführung dieses vorhabens stellen sich freilich hindernisse anderer art entgegen die dabei zu überwinden sind der eingang der durchfahrt ist nämlich durch eine querliegende basaltbarriere verschlossen welcher auch beim höchsten stande der flut kaum so hoch mit wasser überdeckt ist als es der tiefgang des chancellor trotz der möglichsten entlastung desselben erfordert wenn er vor seiner strandung dennoch über diesen felsengrat hinweggekommen ist so erklärt sich das ich wiederhole es dadurch daß er von einer gewaltigen welle empor gehoben und in das bassin hineingeworfen wurde dazu kommt noch daß an jenem tage nicht die gewöhnliche beim neumond eintretende sondern die stärkste hochflut des jahres war und dauert es einige monate bis sich eine so hohe equinoctiale springflut wiederholt nun leuchtet es aber ein daß robert kurtis nicht mehrere monate lang warten kann heute ist syzygien springflut er muß diese benutzen um sein schiff zu befreien gelangt es erst bis über das bassin hinaus so soll es aufs neue so weit belastet werden um segel tragen und fahrt machen zu können glücklicherweise weht ein erwünschter nordostwind in der richtung der durchfahrt der kapitän ist aber mit recht zu vorsichtig mit vollen segeln gegen ein hindernis anzufahren das ihn doch vielleicht aufhalten konnte noch dazu mit einem fahrzeuge dessen haltbarkeit jetzt so fraglich geworden ist nach einer beratung mit dem lieutenant walter und dem hochbootsmann entscheidet er sich dahin den chancellor zu schleppen infolgedessen wird unter seinem hinter teile ein anker eingelegt um für den fall des misslingens der operation das schiff nach dem anker platze zurückwinden zu können zwei weitere anker werden außerhalb der kaum 200 fuß langen durchfahrt auf den grund gelassen die ketten derselben legt man an die spille die mannschaften begaben sich an die drehbalken derselben und um vier uhr nachmittags setzt sich der chancellor in bewegung um vier uhr dreiundvierzig minuten muß die flut am höchsten sein schon zehn minuten vorher ist das schiff so weit angeholt als es sein tiefgang gestattet bald aber streifte der vordere teil des kiels die felskante und mußte es anhalten jetzt wo der vorderstern schon über das hinternis hinweg ist hat robert kurtis keine ursache mehr die kraft des windes nicht der mechanischen wirkung der spille beizugesellen man entfaltet also möglichst viele segel und stellt sie recht winkelig gegen den wind jetzt gilt es die flut steht passagiere und matrosen sind an den balken der spille robert kurtis befindet sich auf dem oberdeck zur beobachtung der segel der lieutenant auf dem vorderkastell der hochbootsmann am steuer der chancellor erzittert von einigen stößen und ein wenig hebt ihn auch das zum glücke ruhige meer nun vorwärts meine freunde ruft robert kurtis mit seiner ruhigen vertrauenerweckenden stimme jetzt mit vereinten kräften los die balken der spille werden in bewegung gesetzt daß das holz ächzt die angezogenen ketten scharren und klirren in den klüsen da erhebt sich etwas wind und weil das schiff ihm nicht nachgeben und sich fortbewegen kann biegen sich die masten unter seinem drucke wir gewinnen gegen zwanzig fuß ein matrose stimmt eines jener monotonen lieder an deren rhythmus die gleichzeitigkeit der bewegungen sichert wir verdoppeln unsere anstrengungen der chancellor erzittert vergeblich das meer sinkt schon wieder wir kommen nicht hindurch auf der schmalen felskante kann aber das schiff unmöglich gelassen werden da es bei voller ebbe zerbrechen müßte auf befehl des kapitäns werden die segel schleunigst wieder eingezogen und der hinter uns versenkte anker soll nun in anspruch genommen werden kein augenblick ist jetzt zu verlieren man dreht rückwärts es sind augenblicke der entsetzlichsten angst doch der chancellor gleitet auf dem kiele und gelangt in das bassin jetzt sein gefängnis zurück nun kapitän fragt da der hochbootsmann wie werden wir durchkommen ich weiß es noch nicht antwortet robert kurtis aber wir müssen hindurch ende von kapitel 20 kapitel 21 von der chancellor dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org der chancellor von jules verne kapitel 21 vom einundzwanzigsten bis dreiundzwanzigsten november in der tat ist es notwendig dieses beschränkte bassin und zwar sobald als möglich zu verlassen das wetter welches uns während des ganzen monats november begünstigt hat droht umzuschlagen seit gestern ist das barometer gesunken und rings um den hamrock geht die see höher das eiland bietet den windstößen zu wenig widerstand der chancellor müßte hier ohne zweifel zertrümmert werden während der ebbe am heutigen abend haben wir robert kurtis falsten der hochbootsmann der zimmermann und ich uns nach der jetzt freiliegenden basaltbarriere begeben ein passieren derselben ist nur zu erzwingen wenn die felskante in einer breite von etwa zehn und einer länge von sechs fuß mit der spitzhaue bearbeitet wird eine tieferlegung von acht bis neun zoll muß für den chancellor schon das nötige wasser schaffen und wenn man diesem kleinen kanale mit der nötigen vorsicht folgt kann der chancellor ihn ohne schaden zu nehmen durchfahren und dicht außerhalb desselben in tiefes fahrwasser gelangen dieser basalt ist aber so hart wie granit bemerkt der hochbootsmann und das wird umso mehr eine lange zeit beanspruchende arbeit werden als sie nur während der tiefebbe das heißt während zwei stunden von vierundzwanzigen vorgenommen werden kann ein grund mehr hochbootsmann um keine sekunde zu verlieren erwidert ihm robert kurtis ei kapitän sagt daulas einen monat über werden wir damit zu tun haben ging es denn gar nicht an die felsen zu sprengen pulver ist ja an bord zu dem zwege zu wenig erklärt der hochbootsmann die situation wird sehr ernst einen monat lang arbeit vor verlauf eines monats wird aber das schiff durch die wellen zerstört sein wir haben ja etwas vorzüglicheres als pulver sagt da falsten und was fragt robert kurtis mit einer wendung nach dem ingenieur das natron pikrat antwortet der ingenieur das natron pikrat wahrhaftig das von dem unglücklichen ruby hereingepaschte colli die explosive substanz welche nahe daran gewesen ist das schiff zu zersplittern soll nun dazu dienen unser fahrthindernis zu beseitigen ein sprengloch in den basalt und die felskante existiert nicht mehr das pikrat colli ist wie gesagt auf dem riff an sicherer stelle niedergelegt worden es darf als ein glück betrachtet werden daß man jenes nach seiner entfernung aus dem raume nicht ins meer geworfen hat die matrosen holen spitzhauen herbei und daulas beginnt unter leitung falstens einen minengang in derjenigen richtung welche den umfassendsten effekt zu erzielen verspricht auszuarbeiten alles berechtigt zu der hoffnung daß derselbe während der nacht vollendet werden wird und daß morgen mit tagesanbruch nach stattgehabter erfolgreicher explosion die durchfahrt freigelegt sein werde bekanntlich ist die pikrinsäure ein kristallinischer körper von bitterem geschmacke den man aus steinkohlenteer gewinnt und welcher mit natron eine gelbgefärbte verbindung eben jenes natron pikrat bildet die explosive gewalt dieser substanz erreicht zwar die der schießbaumwolle noch nicht übertrifft indessen die des gewöhnlichen pulvers um ein bedeutendes seine entzündung erfolgt schon durch einen heftigen kurzen stoß wir werden sie aber auch durch zündpillen leicht ermöglichen können daulas hat zwar so gut wie seine leute tüchtig gearbeitet bei tagesanbruch ist das sprengloch aber noch weit von seiner vollendung entfernt wirklich kann an demselben nur zur zeit der tiefsten ebbe das heißt immer nur eine stunde lang gearbeitet werden viergezeiten werden vorübergehen müssen jenem die gewünschte tiefe zu geben erst am morgen des dreihundzwanzigsten ist die mühsame arbeit vollbracht die basaltmauer ist mit einem schräg nach unten verlaufenden sprengloche versehen hinreichend für gut zehn pfund des explosiven salzes und diese miene soll sofort geladen werden gerade vor dem einbringen des pikrats in das loch bemerkt folsten wir sollten unser sprengmittel mit gewöhnlichen pulver vermischen das erlaubt uns die miene durch eine lunte in brand zu setzen was jedenfalls geeigneter erscheint als die explosion einer zündpille durch einen schlag zu veranlassen übrigens hat man sich überzeugt daß die gleichzeitige anwendung von pulver und pikrat bei harten felsarten bessere resultate erzielt das seiner natur nach sehr plötzlich wirkende pikrat arbeitet dabei wie es scheint dem pulver vor welches sich langsamer entzündend den basalt dann vollends zur seite wirft sehr oft spricht der ingenieur falsten nicht aber wenn er es tut sind es worte von gehalt sein rat wird befolgt man vermengt die beiden substanzen und bringt nach vorhergegangener einführung einer lunte die mischung in das sprengloch das sorgfältig verschlossen wird der chancellor liegt weit genug von der mine entfernt so daß für ihn von der explosion nichts zu fürchten ist doch haben sich passagiere und mannschaften aus vorsicht bis nach den entfernteren teilen des riffs und in die grotte zurückgezogen und auch mr kehr hat sich bequemen müssen trotz seiner einwendungen das schiff zu verlassen falsten entzündet die lunte welche eine brenndauer von zehn minuten haben muß und gesellt sich dann zu uns die explosion erfolgt sie ist dumpf und weniger laut gewesen als man erwartet hätte doch soll das bei allen tief angelegten minen der fall sein wir eilen hinzu die operation ist vollkommen geglückt die basaltwand ist buchstäblich zerstäubt und jetzt durchsetzt ein kleiner kanal den die flut eben anzufüllen beginnt das hindernis und gewährt uns einen unbehinderten durchgang ein allgemeines hurra die kerkertür ist offen wir brauchen nur zu entfliehen nach eingetretenem hochwasser wird der chancellor mittels seiner anker angeholt passiert den kanal und schwimmt im freien wasser noch einen tag lang müssen wir uns jedoch bei dem eilande aufhalten denn in seinen jetzigen verhältnissen vermag das schiff nicht zu segeln und muß erst noch ballast einnehmen um seine stabilität zu sichern während der nächsten vierundzwanzig stunden beschäftigt sich die mannschaft also mit der einladung von steinen und derjenigen baumwollenballen welche am wenigsten havarie erlitten haben heute unternehmen mr le tourneur miss herby und ich noch einen letzten spaziergang durch die felsen des riffs welches wir nie wiedersehen sollen und auf oder neben dem wir drei wochen verliebten der name des chancellor der des riffs selbst das datum der strandung werden von andré in eine wand der grotte kunstgerecht eingemeißelt und wir rufen ein letztes lebewohl dem dürren felsen zu auf dem wir manche tage und zwei von uns vielleicht bis dahin die glücklichsten ihres lebens verbrachten endlich am vierundzwanzigsten november schmückt sich der chancellor zur zeit der morgenflut mit seinen unteren segeln und zwei stunden später verschwindet die letzte spitze des hamrock unter dem horizonte ende von kapitel 21 kapitel 22 von der chancellor aufgenommen von lisa vom 24 november bis 1 dezember nun schwimmen wir also auf dem meere und das auf einem fahrzeuge dessen festigkeit nur sehr zweifelhaft ist doch haben wir ja zum glück keine allzu weite fahrt vor uns es handelt sich nur um 800 meilen und wenn der nordostwind nur einige tage anhält so wird der chancellor der vom wind im rücken nicht so arg angegriffen wird die küste von guayana mit sicherheit erreichen beim kurs nach südwesten nimmt das leben an bord nun wieder seinen gewohnten lauf die ersten tage vergehen ohne weitere zufälle die richtung des windes bleibt immer günstig doch vermeidet robert kurtis zu viel segel beisetzen zu lassen da er eine wiedereröffnung des lecks fürchtet wenn das schiff zu schnell fährt eine traurige fahrt wenn man zu dem schiffe das einen trägt kein zutrauen haben kann jeder ist mit seinen eigenen gedanken beschäftigt und an bord entwickelt sich nicht jene lebhafte mitteilungslust wie bei einer raschen und sicheren seefahrt während des 29. geht der wind um ein viertel nach norden zurück die segelstellung muss geändert und die steuerbordhalsen müssen beigesetzt werden infolgedessen neigt sich das schiff stark nach der seite robert kurtis zieht die brahm stengen ein denn er bemerkt wohl wie stark die seitenneigung den chancellor belästigt er tut recht daran denn es handelt sich weniger darum eine schnelle überfahrt auszuführen als ohne neuen unfall einen hafen zu erreichen die nacht vom 29 zum 30 ist dunkel und dunstig die brise frischt immer mehr auf und unglücklicherweise droht der wind nach nordwesten umzuschlagen die meisten passagiere halten sich in ihren kabinen auf captain curtis verlässt dagegen das oberdeck niemals und die ganze mannschaft verbleibt auf dem verdecke noch immer neigt sich das schiff ganz bedeutend trotzdem es gar kein obersegel mehr trägt gegen zwei uhr morgens will auch ich mich in meine koje zurückziehen als einer der matrosen der im kielraum gewesen war eiligst daraus hervorkommt und ausruft zwei fuß wasser robert curtis und der bootsmann eilen die leiter hinab und finden die traurige neuigkeit nur allzu wahr ob sich der leck trotz aller vorsichtsmaßregeln wieder geöffnet hat oder ob einige schlecht kalfartete fugen auseinander gewichen sind lässt sich noch nicht sagen jedenfalls dringt das wasser wieder in den kielraum ein der captain kommt auf das verdeck zurück lässt das schiff wieder vor den wind legen damit es weniger umher geworfen wird und so erwartet man den tag beim sondieren am morgen findet man drei fuß wasser ich sehe robert curtis an eine leichte blässe fliegt über sein angesicht doch bewahrt er seine kaltblütigkeit die passagiere von denen einige auf das verdeck gekommen sind werden von dem vorfall unterrichtet den zu verheimlichen doch schwierig gewesen wäre ein neues unglück sagt mr le tourneur zu mir das war vorauszusehen habe ich geantwortet indessen können wir nicht weit vom lande entfernt sein und hoffe ich dass wir es erreichen gott möge sie erhören erwiderte mr le tourneur ist denn gott an bord fragt falsten mit achselzucken er ist gegenwärtig mein herr fällt da miß hurbey ein der ingenieur schweigt bei diesen worten dem ausfluss eines frommen glaubens über denen nicht zu streiten ist inzwischen ist auf anordnung robert curtis der dienst an den pumpen organisiert worden mit mehr resignation als eifer geht die mannschaft an die arbeit aber es geht um den kopf und die in zwei rotten geteilte mannschaft löst sich an den pumpen stangen ab im laufe des tages wiederholt der hochbootsmann die sondierungen und man erkennt dass das meer langsam aber unablässig in den schiffsraum eindringt zum unglück kommen die pumpen häufig in unordnung sie verstopfen sich entweder durch asche oder baumwollen bällchen welche sich noch im unteren teile des kiel raumes befinden bei der notwendig werdenden reinigung verlieren wir natürlich eine gewisse zeit und die erfolge unserer mühe am folgenden morgen ergibt eine neue untersuchung fünf fuß wasser im raume wenn das herausschaffen desselben aus irgendeinem grunde ausgesetzt werden müsste so würde das schiff also sinken überhaupt kann das ja nur eine frage der zeit und zwar einer sehr kurzen zeit sein schon ist die schwimmlinie des chancellor um einen fuß gesunken und sein stampfen wird stärker da er sich nur schwerfällig mit den wellen hebt den captain curtis sehe ich auch die augenbrauen runzeln sobald ihm der leutnant oder der hochbootsmann eine meldung machen das ist kein gutes vorzeichen die arbeit an den pumpen ist den ganzen tag und die nacht über fortgesetzt worden dennoch nimmt das wasser zu die mannschaft ist erschöpft unter den leuten werden anzeichen von entmutigung bemerkbar inzwischen gehen der leutnant und der hochbootsmann mit ihrem beispiel voran und die passagiere nehmen an den pumpenhebeln platz jetzt ist die lage freilich nicht dieselbe wie zur zeit als der chancellor auf dem festen grunde des hemrock aufsaß unser fahrzeug schwebt über einem abgrunde in den es jeden augenblick versinken kann Ende von Kapitel 22 Gelesen von Lisa Kapitel 23 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Am 2. und 3. Dezember Noch 24 Stunden lang kämpfen wir mit aller Macht und verhindern ein Steigen des Wasserniveaus im Innern des Raumes doch es liegt auf der Hand, dass die Zeit kommen wird, wo die Pumpen nicht mehr hinreichen werden, dieselbe Menge Wasser auszuwerfen, welche durch den Leck im Rumpf vereinträgt Im Verlaufe dieses Tages geht Robert Curtis, der sich keinen Augenblick der Ruhe gönnt, selbst an eine Untersuchung des Kielraumes, bei der der Zimmermann und der Hochbootsmann ihn begleiten Auch ich schließe mich jenen an Wir schaffen einige Baumwollballen zur Seite und hören bei einiger Aufmerksamkeit ein Rauschen von Wasser oder um es richtiger zu bezeichnen ein Gluck Gluck Robert Curtis will auf jeden Fall versuchen, den Schiffsrumpf am Hinterteil durch Einhüllung desselben mit geteerten Segeln trocken zu legen Vielleicht gelingt es dadurch wenigstens vor der Hand, jede Kommunikation mit dem Meere zu unterbrechen Wenn das Nachströmen des Wassers nur momentan aufzuhalten ist, wird man erfolgreicher pumpen und das Schiff wahrscheinlich wieder heben können Die Ausführung dieser Absicht ist umständlicher, als man glauben sollte Zunächst muss die Schnelligkeit des Fahrzeugs gemäßigt werden Und nachdem die großen Segel, welche die Jöll-Tower halten, bis nach dem Kiel hinuntergeklitten sind Leitet man sie bis zu der Stelle des früheren Lecks und versucht den ganzen Teil des Chancellor vollkommen einzuhöhlen Von jetzt ab wirken die Pumpen etwas bemerkbarer und wir gehen mit neuem Mute an die Arbeit Dennoch hat Kapitän Curtis die größtmögliche Menge Segel beibehalten lassen Denn er weiß zu gut, dass der Rumpf des Chancellor nicht lange aushalten kann Und er große Eiler hat, irgendein Land zu erreichen Wenn ein anderes Schiff in Seeweite vorüberkäme, würde er nicht zögern, Notsignale zu geben Seine Passagiere, selbst die Mannschaften auszuschiffen und allein an Bord zurück zu bleiben Bis zum Versinken des Chancellor unter seinen Füßen Alle unsere Hilfsmittel sollten aber vergeblich sein In der Nacht hat die Segelhülle dem Drucke von außen nachgegeben Und am Morgen des 3. Dezember meldet der Hochbootsmann mit einigen kräftigen Flüchen Wieder sechs Fuß Wasser im Raum Die Tatsache ist nur zu richtig Das Schiff fühlt sich aufs Neue an Es sinkt merklich tiefer und schon taucht seine Schwimmlinie weit unter das Wasser Indessen arbeiten wir an den Pumpen mit mehr Anstrengung als je Und setzen unsere letzten Kräfte daran Unsere Arme sind halb gebrochen Unsere Hände bluten Und trotz allen Quälens läuft uns das Wasser den Rang ab Robert Curtis lässt nun noch an der großen Luke eine Kette bilden Und schnell fliegen die Eimer von Hand zu Hand Alles ist vergebens Um 8,5 Uhr morgens ergibt die Messung einen noch weiteren Zuwachs des Wassers im Raume Schon bemächtigt sich die Verzweiflung einiger der Matrosen Robert Curtis treibt sie an weiterzuarbeiten Sie verweigern es Unter den Leuten ist einer von sehr widerspenstigem Sinne Ein Anführer von dem ich schon gesprochen habe Der Matrose Owen Er mag 40 Jahre alt sein Sein Gesicht endet mit einem rötlichen Spitzbarter am Kinne Während die Wangen haarlos sind Seine Mundwinkel verlaufen nach unten Und seine fahlen Augen zeichnen sich durch einen roten Punkt An der Verbindungsstelle mit den Lidern aus Er hat eine scharfe Nase Weitabstehende Ohren Und seine Stirn ist durch hässliche Falten Tiefgefurcht Dieser verlässt zuerst seinen Posten Fünf oder sechs Kameraden folgen seinen Beispiele Unter ihnen bemerke ich den Koch Trinkstrop Ebenfalls ein verdächtiges Subjekt Auf den Befehl Robert Curtis an die Pumpen zurückzukehren Antwortet Owen mit einem trotzigen Nein Der Kapitän wiederholt sein Befehl Owen bleibt bei seiner Weigerung Robert Curtis nähert sich dem aufsässigen Matrosen Ich rate Ihnen, mich nicht anzurühren Sagt Owen in kaltem Ton und steigt nach dem Vorderkastell hinauf Robert Curtis begibt sich nach dem Oberdeck Geht in seine Kabine und kehrt mit einem geladenen Revolver in der Hand Daraus zurück Einen Moment sieht Owen Robert Curtis an Doch Tinkstrop macht ihm ein Zeichen Und alle nehmen ihre Arbeit wieder auf Ende von Kapitel 23 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 24 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Am 4. Dezember Der erste Versuch einer Empörung ist durch das energische Auftreten Robert Curtis vereitelt Wird der Kapitän in Zukunft ebenso glücklich sein? Man muss es hoffen, denn eine undisziplinierte Mannschaft Müsste die ohnehin ernste Situation ganz unerträglich machen Auch während der Nacht dürfen die Pumpen nicht feiern Die Bewegungen des Schiffes sind schwerfällig Da es sich kaum mit den Wellen erhebt So überfluten es auch häufig Sturzsäen Deren Wasser durch die geöffneten Luken eindringt Und das schon im Raume vorhandene vermehrt Unsere Lage wird nun bald ebenso bedrohlich Wie in den letzten Tagen der Feuersbrunst Passagiere, Mannschaften, alle merken es Dass das Fahrzeug ihnen unter den Füßen schwindet Und sehen langsam, aber ununterbrochen Das Wasser in demselben Wachsen Das ihnen jetzt ebenso furchtbar erscheint Wie früher die Flammen Dennoch arbeitet die Mannschaft unausgesetzt Unter den Drohungen Robert Curtis Und wohl oder übel kämpfen die Matrosen Zwar mit aller Energie Doch fangen die Kräfte ihnen an zu schwinden Ausschöpfen können sie dieses Wasser Das sich unablässig erneuert Und dessen Niveau von Stunde zu Stunde wächst Doch nicht mehr Die, welche die Eimerhand haben Sind gezwungen, den Raum zu verlassen Wo sie, schon bis an den Leib im Wasser stehend Zu ertrinken befürchten müssen Nun gibt es nur noch einen Ausweg Zu dem man sich am nächsten Tage Dem vierten Nach einer Beratung zwischen dem Lieutenant Dem Hochbootsmand und Robert Curtis entschließt Nämlich denen das Schiff zu verlassen Da die Jolle, das einzige uns verbliebene Boot Nicht alle zu fassen vermag So soll sofort ein Floß gezimmert werden Die Mannschaft indessen an den Pumpen tätig bleiben Bis zu dem Augenblicke des Befehls zur Einschiffung Der Zimmermann Daulas wird in Kenntnis gesetzt Und man kommt dahin überein, das Floß aus den Reserverahen Und dem entbehrlichen Mastwerk, das vorher in Stücke von gewünschter Länge Zerschnitten werden soll, zu erbauen Das verhältnismäßig ruhige Meer erleichtert dieses selbst unter den günstigsten Umständen Ziemlich schwierige Werk Ohne Zeitverlust gehen Robert Curtis, der Ingenieur Falston, der Zimmermann und zehn Matrosen mit Sägen und Äxten daran Die Rahen zu zerschneiden, bevor sie ins Meer geworfen werden So hat man diese nur noch haltbar zu verbinden und eine Unterlage herzustellen Auf welche die Platteform des Flosses zu liegen kommen soll Die man in einer Länge von 40 und einer Breite von 25 Fuß projiziert hat Wir anderen Passagiere und der Rest der Mannschaft bleiben fortwährend an den Pumpen beschäftigt Neben mir müht sich André Letourneur nach Kräften ab Den sein Vater fortwährend mit zärtlicher Erregung anzieht Was soll aus seinem Sohne werden, wenn er gegen die Wellen ankämpfen muss Unter Umständen, aus denen sich kaum ein gesunder und kräftiger Mensch zu retten vermag Jedenfalls werden wir zwei sein, die ihn nicht verlassen Der Mrs. Keir hat man die drohende Gefahr verhehlt Da eine anhaltende Ohnmacht ihr fast jedes Bewusstsein raubt Mehrmals ist Miss Herbie auf dem Verdeck erschienen Doch nur während einiger Augenblicke Zwar haben die Strapazen sie blasser gemacht Doch immer ist sie stark und mutig Ich empfehle ihr, sich auf alles gefasst zu machen Ich bin immer bereit, mein Herr Doktor Antwortet mir Miss Herbie Und kehrt sofort zu Mrs. Keir zurück André Letourneurs Blicke folgen dem jungen Mädchen Und sein Gesicht überfliegt ein Schatten von Traurigkeit Gegen 8 Uhr abends ist das Untergestell des Flosses nahezu vollendet Man ist jetzt dabei, leere, luftdicht verspundete Fässer hinabzuschaffen welche die Schwimmkraft des Apparates erhöhen sollen und die man sorgfältig zwischen den Stämmen anbringt Zwei Stunden später erschallt ein lautes Geschrei auf dem Oberdeck und Mr. Keir kommt mit dem Ausrufe herauf Wir sinken! Wir sinken! Sogleich erblicke ich auch Miss Herbie wie sie die bewusstlose Mrs. Keir heraufschleppt Robert Curtis eilt nach seiner Kabine aus der er eine Karte, einen Sextanten und eine Bussole geholt hat Unter lautem Verzweiflungsgeschrei herrscht die größte Verwirrung an Bord und die Mannschaft stürzt nach dem Flosse dessen Gestell ohne Überbau sie ja doch nicht aufzunehmen vermag Es ist mir unmöglich weder die Gedanken zu schildern, die jetzt durch mein Gehirn jagen noch das schnelle Vorüberziehen der Bilder aus meinem ganzen Leben zu malen Meine ganze Existenz scheint sich in diesen letzten Augenblick der sie abschließen soll, zusammenzudrängen Ich fühle, wie sich die Blanken unter meinen Füßen beugen und sehe das Wasser rängs um das Schiff aufsteigen so als ob der Ozean sich unter ihm aushüllte Einige Matrosen flüchten sich auf die Strickleitern und stoßen verzweifelte Flüche aus Ich versuche ihnen zu folgen Eine Hand hält mich zurück und ich sehe Mr. Letourneur, der auf seinen Sohn hinweist während ihm große Tränen aus den Augen perlen Jawohl, sage ich und drücke ihm krampfhaft die Hand Wir zwei, wir werden ihn retten Noch bevor ich aber zu ihm gelange hat Robert Curtis von André Letourneur umfasst und trägt ihn nach dem Mastkorbe des großen Mastes während der Chancellor, den der Wind bislang noch ziemlich schnell forttreibt plötzlich still hält Es folgt eine heftige Erschütterung des Fahrzeuges Das Schiff sinkt Das Wasser erreicht schon meine Beine Instinktiv erfasse ich ein Seil aber plötzlich steht das Schiff wieder und bleibt der Chancellor nachdem das Verdeck etwa zwei Fuß unter das Wasser versunken ist unbeweglich Ende von Kapitel 24 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 25 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Von Dirk Eichhorn Die Nacht vom 4. zum 5. Dezember Robert Curtis hat den jungen Letourneur aufgehoben eilt mit ihm über das überschwemmte Verdeck und setzt ihn auf die Strickleiter am Steuerbord Sein Vater und ich, wir klettern zu ihm hin Dann blicke ich mich um Die Nacht ist hell genug, um erkennen zu können, was ringsum vorgeht Robert Curtis ist auf seinen Posten zurückgekehrt und steht auf dem Oberdeck Ganz rückwärts nahe dem noch nicht überfluteten Hackbord Gewahre ich Mr. Keir, seine Frau, Miss Herbey und Falston Auf der äußersten Spitze des Vorderkastells den Lieutenant und den Bootsmann In den Mastkörben und auf den Strickleitern den Rest der Mannschaft André Letourneur ist nach dem Mastkorbe des Großmastes geklettert Mit Hilfe seines Vaters, der ihm den Fuß Stufe für Stufe heben mußte Und trotz des Rollens ist er ohne Unfall hinaufgekommen Mrs. Keir Vernunft beizubringen, ist freilich unmöglich gewesen Sie verbleibt auf dem Oberdeck und läuft Gefahr, von den Wellen weggespült zu werden Wenn der Wind noch mehr auffrischt Auch Miss Herbey hält bei ihr aus, da sie jene nicht verlassen will Robert Curtis erste Sorge nach dem Aufhören des Sinkens war es Alle Segel abnehmen und alle Stängen und die Obermaste herabsenken zu lassen Hierdurch hofft er das Kentern des Chancellor zu verhindern Kann er aber nicht jeden Augenblick ganz untergehen? Ich begebe mich zu Robert Curtis und richte diese Frage an denselben Das kann ich nicht wissen, erwidert er mit dem ruhigsten Tone Denn das hängt ganz von dem Zustande des Meeres ab Gewiss ist für jetzt nur, dass das Schiff sich im Gleichgewicht befindet Leider können sich diese Verhältnisse aber in jeder Minute verschlimmern Kann der Chancellor noch mit zwei Fuß Wasser über dem Deck segeln? Nein, Mr. Kesselan, wohl aber kann er unter dem Einflüsse des Windes und der Strömung abweichen Und wenn er sich einige Tage so hält, doch irgendeinen Küstenpunkt anlaufen Übrigens haben wir als letzte Zuflucht das Floß, das in wenigen Stunden fertig sein muss Und auf welchem wir uns, sobald der Tag anbricht, dann einschiffen können Sie haben also noch immer nicht alle Hoffnung aufgegeben? Frage ich Robert Curtis sehr erstaunt Die Hoffnung darf nie zu Schanden werden, Mr. Kesselan Selbst unter den allerschlimmsten Verhältnissen nicht Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass, wenn unter hundert Chancen 99 gegen uns sind, doch die hundertste uns gehört Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, so befindet sich der halb versunkene Chancellor genau in derselben Lage wie im Jahre 1795 der Dreimaster Juno Länger als 20 Tage hat dieses Schiff halb im Wasser sich schwebend erhalten Passagiere und Mannschaften waren in die Tagelage geflüchtet Und als man endlich ans Land trieb, wurden alle, die nicht den Strapazen und dem Hunger erlegen waren, glücklich gerettet Es ist das ein in den Annalen der Seefahrten zu bekanntes Faktum Als dass es mir gerade jetzt nicht wieder in den Sinn kommen sollte Nun, Mr. Kesselan, es liegt kein Grund vor Dass die Überlebenden des Chancellor nicht ebenso viel Glück haben sollten Als die der Juno Man konnte Robert Curtis wohl so manches dagegen einhalten Aus dem Gespräch geht aber doch hervor Dass unser Kapitän noch nicht jede Hoffnung verloren habe Da sich die Bedingungen des Gleichgewichts jeden Augenblick ändern können Werden wir doch den Chancellor früher oder später verlassen müssen Auch bleibt es dabei, dass morgen, sobald der Zimmermann mit dem Flosse fertig ist Dasselbe bestiegen werden soll Nun stelle man sich die dumpfe Verzweiflung der Mannschaft vor Als Daulas gegen Mitternacht die Bemerkung macht Dass das Gestell des Flosses verschwunden ist Die Leinen, trotzdem man darauf gesehen hatte, nur haltbare zu verwenden Waren bei dem Auf- und Abschwanken des Fahrzeuges gerissen Und etwa seit einer Stunde trieb der Unterbau des Rattungsflosses in der weiten See Als die Matrosen dieses neue Unglück vernahmen Liesen sie manchen Verzweiflungsschrei erschallen Ins Meer, ins Meer, die Masken kappen Riefen sie halb von Sinnen Sie wollen die Taue zerschneiden und die Untermasken ins Wasser stürzen Um sofort ein neues Floß daraus herzurichten Aber Robert Curtis mischt sich ein Auf euren Posten, Jungens, ruft er Dass kein Faden ohne mein Befehl zerschnitten wird Der Chancellor ist im Gleichgewicht Der Chancellor geht noch nicht unter Bei der entschiedenen Stimme ihres Kapitäns gewinnt die Mannschaft wieder einige Besinnung Und trotz der bösen Absicht einiger unter ihnen Begibt sich jeder wieder auf den ihm angewiesenen Platz Sobald der Tag kraut, steigt Robert Curtis so weit als möglich in die Höhe Und sein Blick durchschweift forschend den Umkreis um das Schiff Unnütze suchen Das Floß ist längst außer Seeweite Soll man die Jolle bemannen und dasselbe aufzusuchen ausfahren Auch das ist unmöglich Denn die See geht so hohl, dass das kleine Fahrzeug ihr nicht zu widerstehen vermag Man muss sich demnach zur Konstruktion eines neuen Flosses entschließen Und ohne Zaudern an die Arbeit gehen Inzwischen sind die Wählen immer stärker geworden Mrs. Keir hat sich endlich entschlossen, den Platz auf dem Oberdeck zu verlassen Auf dem sie übrigens in einem Zustande vollständiger Willenlosigkeit lag Mr. Keir hat sich mit Salus Huntley im Mastkorbe des Bessanmastes eingerichtet Neben Mrs. Keir und Miss Herbey befinden sich die Herren Letträneurs Alle auf der in ihrem größten Durchmesser höchstens zwölf Fuß messenden Plattform Enge aneinander gedrückt Von einer Strickleiter zur anderen hat man Seile angebracht An die sich die Insassen bei dem Schwanken des Schiffes festhalten können Robert Curtis hat auch noch ein Dach zum Schütze der beiden Frauen über dem Mastkorbe anbringen lassen Einige Fässer, welche nach dem Sinken zwischen den Masten schwimmen Hat man rechtzeitig aufgefischt und an den Stagen sicher befestigt Es sind das Behälter mit Konserven und Zwieback Sowie einige Fässer Trinkwasser Unser ganzer Vorrat an Lebensmitteln Ende von Kapitel 25 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 26 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Am 5. Dezember Der Tag ist warm Unter dem 16. breiten Grade ist der Dezember kein Herbst, sondern ein vollkommener Sommermonat Wenn der Luftzug nicht die Glut der Sonne mildert, dürften uns noch grausame Leiden durch dieselbe bevorstehen Die See geht noch immer sehr hohl Der zu drei, vier Teilen versunkene Schiffsrumpf wird wie eine Klippe von den Wellen gepeitscht Der Schaum spritzt bis zu den Mastkörben hinauf und unsere Kleidungsstücke werden wie von einem feinen Regen durchnässt Über der Meeresoberfläche befinden sich von dem Chancellor noch folgende Teile Die drei Masten mit den Mastkörben, das Bugspriet, an dem man jetzt die Jolle aufgehangen hat, um sie vor dem Anprall der Wogen zu sichern Ferner das Oberdeck und das Vorderkastell, beide nur durch den schmalen Rahmen der Schanzkleidung verbunden Das Verdeck dagegen befindet sich vollständig unter Wasser Die Kommunikation zwischen den Mastkörben ist sehr beschwerlich Die Matrosen, welche an den Stagen hinklettern, können sich allein von dem einen zu dem anderen hinbegeben Unter ihnen, zwischen den Masten, vom Hackbord bis zum Vorderkastell, schäumt das Meer wie über einem Riffe und löst nach und nach die Wände des Schiffes ab, deren Planken man zu erhaschen sucht Für die auf die engen Platteformen geflüchteten Passagiere gewährt es ein erschütterndes Schauspiel, unter ihren Füßen den Ozean zu sehen und zu hören Die aus dem Wasser emporragenden Maste erzittern bei jedem Wellenschlage und man möchte glauben, dass sie weggerissen werden müssten Besser ist es, die Augen zu schließen und gar nicht nachzudenken, denn dieser Abgrund übt eine eigene Anziehungskraft aus und man fühlt die Versuchung, sich hineinzustürzen Inzwischen ist die gesamte Mannschaft unablässig mit der Herstellung eines zweiten Flosses beschäftigt Dabei finden die Obermasten die Maßrahen und Bramstängen Verwendung und widmet man unter Robert Curtis' Leitung dieser Arbeit alle mögliche Sorgfalt Der Chancellor scheint wirklich nicht weiter zu sinken Wie der Kapitän es vorausgesagt, wird er voraussichtlich im Wasser sich eine Zeit lang schwebend erhalten Robert Curtis achtet also darauf, dass das Floss so solid als möglich gebaut wird Die Überfahrt wird bei der noch immer beträchtlichen Entfernung der nächsten Küste, der von Guyana nämlich, lange Zeit in Anspruch nehmen Es empfiehlt sich also lieber einen Tag länger in den Mastkörben auszuharren und sich die nötige Zeit zur Erbauung eines schwimmenden Gerüstes zu nehmen auf welches man sich einigermaßen verlassen kann Die Matrosen selbst haben sich wieder mehr beruhigt und jetzt geht die Arbeit ungestört vonstatten Ein alter, etwa 60-jähriger Seemann allein, dem Bart und Harr im Seewinde gebleicht sind, ist nicht der Ansicht, den Chancellor zu verlassen Es ist ein Ihre mit Namen O'Ready Als ich mich eben auf dem Oberdeck befand, gesellte er sich zu mir Mein Herr, beginnt er und schiebt mit bewundernswerter Gleichgiltigkeit sein Priemchen im Munde hin und her Meine Kameraden haben die Absicht, das Schiff zu verlassen Ich nicht, ich habe schon neunmal Schiffbruch gelitten Viermal auf offener See, fünfmal an der Küste Es ist mein eigentliches Geschäft zu scheitern Ich kenne das aus dem Grunde Nun, Gott soll mich verdammen, wenn ich nicht immer die Hasenherzen habe, elend umkommen sehen, die sich auf Flösen oder Booten zu retten suchten Solange ein Kasten schwimmt, soll man darauf bleiben Lassen Sie sich das gesagt sein Nach diesen sehr bestimmt gesprochenen Worten, welche die alte irländische Wasserratte zur Beruhigung seines eigenen Gewissens von sich zu geben schien, versank der Mann wieder in ein vollkommenes Schweigen An demselben Tage bemerkte ich auch, gegen drei Uhr nachmittags, Mr. Kier und den Ex-Kapitän Salles Huntley im Mastkorbe des Besahnmastes in eifrigem Gespräche Der Petroleumhändler scheint dem anderen heftig zuzusetzen und dieser einem Vorschlage des genannten Mr. Kier gewisse Einwürfe entgegenzuhalten Lange Zeit betrachtet Salles Huntley wiederholt das Meer und den Himmel und schüttelt mit dem Kopfe Endlich, nach einer Unterhaltung von einer Stunde, gleitet er an den Besahnstagen bis zur Spitze des Vorderkastells, mischt sich unter die Matrosen und ich verliere ihn aus den Augen Übrigens scheint mir dieser Vorfall ohne Bedeutung und ich steige wieder nach dem Großmast hinauf, wo die Herren Lettonneur, Miss Herbie, Falston und ich noch einige Stunden im Gespräche verbringen Die Sonne brennt gewaltig und ohne das Segel, welches uns als Zeltdach dient, wäre es hier wohl kaum auszuhalten Um fünf Uhr nehmen wir gemeinsam einen Imbiss ein, der aus Schiffszwieback, gedörrtem Fleisch und einem halben Glase Wasser per Mann besteht Mrs. Kier, welche in heftigem Fieber darnieder liegt, genießt nichts Mrs. Herbie vermag ihr nur dadurch einige Erquickungen zu verschaffen, dass sie die brennenden Lippen der Kranken von Zeit zu Zeit benetzt Die unglückliche Frau leidet schwer, ich bezweifle, dass sie diesen Zustand lange aushalten wird Ihr Mann hat sich auch nicht einmal nach ihr erkundigt Gegen drei Viertel auf sechs Uhr aber scheint es mir doch, dass das Herz dieses Egoisten zu klopfen beginnt Mr. Kier ruft nach einigen Matrosen vom Vorderdeck und bittet sie, ihm zum Verlassen des Besahnmastes behilflich zu sein Will er sich nun vielleicht zu seiner Frau nach dem Großmast begeben? Die Matrosen beachten den Ruf Mr. Kiers nicht sofort Dieser wiederholt sein bitte dringender und verspricht denen eine gute Belohnung, die ihm diesen Dienst leisten würden Jetzt begeben sich zwei Matrosen, Burke und Sandon, über die Schanzkleidung hin nach dem Besahnmast und steigen nach dem Mastkorbe Mit Mr. Kier feilschen sie lange um die Bedingungen für ihre Bemühung Offenbar verlangen sie viel und der Erdölbaron will nur wenig geben Schon schicken sich die Seeleute wieder an, den Passagier an seinem Platze zurückzulassen Endlich wird man einig und zieht Mr. Kier ein Päckchen Papier Dollars hervor, das er dem einen Matrosen einhändigt Dieser zählt die Summe sorgfältig durch und scheint es mir, dass er wenigstens 100 Dollars in der Hand hat Es handelt sich nämlich, wie ich gewahr werde, darum, Mr. Kier längst der Besahnstagen nach dem Vorderkastell zu befördern Burke und Sandon umwickeln jenen mit einem Tau, das sie um die Stagen schlingen Dann lassen sie ihn unter Nachhilfe einiger Rippenstöße wie ein Collie vor sich hergleiten Was nicht ohne ein spöttisches Gelächter ihrer Kameraden abgeht Aber ich hatte mich getäuscht Mr. Kier fiel es gar nicht ein, seine Frau im Mastkorbe aufsuchen zu wollen Er bleibt auf dem Vorderkastell im Gesellschaftsheil des Huntleys und die eintretende Dunkelheit wehrt mir, etwas weiteres zu erkennen Die Nacht bricht an Der Wind hat sich gelegt, aber die See geht hohl Der Mond, schon seit 4 Uhr nachmittags am Horizonte, wird nur dann und wann zwischen Wolkenstreifen sichtbar Die Niedrigeren derselben färben sich am Horizonte mit rötlichem Tone, was für morgen eine steife Brise erwarten lässt Gott gebe, dass sie aus Nordosten weht und uns nach dem Lande zutreibt Denn jede andere Windrichtung wäre für uns verderblich, wenn wir erst auf dem Flosse eingeschifft sind, das nur mit dem Wind im Rücken eine Gefahrt machen kann Robert Curtis ist gegen 8 Uhr nach unserem Mastkorbe gekommen Ich bin der Meinung, dass ihm der Anblick des Himmels Sorge verursacht und er im Voraus beobachten will, was für Witterung morgen sein werde Eine Viertelstunde lang beobachtet er, dann drückt er mir vor dem Herabsteigen, ohne ein Wort zu sagen, die Hand und nimmt seinen Platz auf dem Oberdeck wieder ein Ich versuche auf dem beengten Räume des Mastkorbes zu schlafen, kann aber nicht dazu gelangen Böse Ahnungen beunruhigen mich Die Atmosphäre kommt mir gar zu ruhig vor Kaum streicht von Zeit zu Zeit ein Lüftchen durch das Takelwerk und lässt die Metallfäden in demselben ertönen Indessen das Meer fühlt etwas, denn es bleibt in hochgehender Bewegung und unterliegt offenbar der Rückwirkung eines entfernten Sturmes Gegen elf Uhr nachts leuchtet einmal der Mond mit hellem Scheine in dem Zwischenraume zwei Wolken und das Wasser erklänzt, als würde es von unten her erhellt Ich erhebe mich und blicke hinaus Sonderbar! Ich glaube, einige Augenblicke einen dunklen Punkt wahrzunehmen, der sich mitten in der intensiven Weise der Wellen hebt und senkt Ein Felsen kann das nicht sein, da er die Bewegungen der See mitmacht und wahrscheinlich hat mich eine Illusion getäuscht Dann verschleiert sich der Mond von neuem und wird es tief dunkel, sodass ich mich nahe der Backbordstrickleiter wieder niederlege Ende von Kapitel 26 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 27 von der Chancellor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Chancellor von Jules Verne Kapitel 27 Am 6. Dezember Ich habe einige Stunden schlafen können. Um 4 Uhr morgens erweckt mich das Pfeifen des Windes und ich vernehme Robert Curtis Stimme, welche noch das Brausen der Windstöße, unter denen die Masten erzittern, hörbar durchdringt. Ich erhebe mich, packe die um unseren luftigen Aufenthalt gezogenen Leinen und versuche mir darüber klar zu werden, was unter mir und um mich herum vorgeht. Mitten durch die Dunkelheit growlt das Meer unter meinen Augen, und zwischen den Masten schäumen die jetzt mehr Bleichen als weißen Wellen auf. Zwei schwarze Schatten ganz am Hinterteile kämen sich von der helleren Farbe des Wassers ab. Diese Schatten sind der Kapitän Curtis und der Hochbootsmann. Ihre bei dem Klatschen der Wellen und dem Pfeifen der Brise nur wenig verständlichen Stimmen dringen nur wie ein zerrissenes Seufzen zu meinen lauschenden Ohren. Was geht wohl vor? Da kommt ein Matrose, der in die Tackelage gestiegen war, um ein Tau zu befestigen, an mir vor Ubel. Was ist geschehen? frage ich ihn. Der Wind ist umgesprungen. Noch einige Worte fügt der Matrose hinzu, die ich nicht genau verstehen kann. Indessen glaubte ich, die Worte gerade umgekehrt zu hören. Gerade umgekehrt. Dann musste der Wind aber von Nord-Osten nach Südwesten umgeschlagen sein, und er musste uns jetzt in die offene See hinaustreiben. Meine Ahnungen trügen mich also nicht. Nach und nach wird es heller. Der Wind hat sich zwar nicht vollkommen verkehrt, aber ein ebenso verderblicher Umstand vor uns. Er bläst aus Nordwesten und entfernt uns von dem Lande. Jetzt stehen nun fünf Fuß Wasser über dem Deck, und die Linie der Schanzkleidung ist vollkommen verschwunden. Das Schiff sank in der Nacht noch tiefer ein. Auch Vorderkastell und Oberdeck befinden sich jetzt in gleichem Niveau mit dem Wasser, das ununterbrochen darüber hin strömt. Unter dem Winde arbeiten Robert Curtis und seine Leute an der Herstellung des Flosses. Doch machen sie bei der bewegten See nur langsame Fortschritte. Und er forderte es die aufmerksamste Fürsorge, die Balken des Unterbaus, sich nicht verschieben zu lassen, bevor sie unverrückbar fest verbunden wurden. Die Herren Leutourneau stehen an meiner Seite. Der Vater umschlingt mit den Armen den Sohn, den er bei dem heftigen Rollen des Schiffes zu halten sucht. Dieser Mastkorb wird brechen, ruft Mr. Leutourneau, der in der beschränkten Platteform, die uns trägt, ein Krachen vernommen hat. Miss Herbie erhebt sich bei diesen Worten und zeigt auf die neben ihr liegende Missis Kier. »Was sollen wir tun, meine Herren?«, fragt sie. »Wir müssen bleiben, wo wir sind,« habe ich ihr geantwortet. »Hier ist noch unsere sicherste Zuflucht, Miss Herbie,« fügt André Leutourneau hinzu. »Fürchten Sie nichts, Miss?« »Oh, für mich fürchte ich auch nicht,« erwidert das junge Mädchen mit ruhiger Stimme. »Aber für diejenigen, welche Ursache haben, an ihrem Leben zu hängen.« Um acht und vierte Uhr ruft der Bootsmann seinen Leuten zu. »He, ihr da auf dem Kastell?« »Was wollen Sie, Meister?« antwortet einer der Matrosen, ich glaube, Oredi. »Habt ihr die Jolle dort?« »Nein, Meister.« »Nun, da ist sie also weggeschwemmt worden.« »In der Tat hängt die Jolle nicht mehr am Bugsprit, fast gleichzeitig gewahrt man aber auch, das Verschwundensein, Mr. Kears, Silas Huntleys, an dreier Leute von der Mannschaft, eines Schotten und zweier Engländer. Jetzt wird mir der Gegenstand des gestrigen Unterhaltung zwischen Keir und dem Ex-Kapitän klar. In der Befürchtung, dass der Chancellor noch vor Fertigstellung des Flosses untergehen könne, sind sie oberein gekommen, zu entfliehen, und haben drei Matrosen durch Geld bestochen, sich des kleinen Bootes zu bemächtigen. Auch über den schwarzen Punkt, den ich verwechene Nacht vor Obergehen sah, geht mir nun ein Licht auf. Der Elende hat seine Frau im Stich gelassen, der unwürdige Kapitän sein Schiff. Sie haben uns die Jolle gestohlen, das einzige noch übrig gebliebene Boot. »Fünf Gerettete«, sagt der Bootsmann, »fünf Verlorene«, antwortete der alte Irländer. »Wirklich gibt der Zustand des Meers, Oridis Worten, am meisten Recht. Wir sind nur noch 22 an Bord. Wie weit wird sich diese Zahl noch vermindern?« Bei dem Bekanntwerden jener Feigenflucht und des Diebischen Schnurkenstreiks macht sich die Stimmung der Mannschaft in einem Schwall von Flüchen über die entflohenen Luft, und wenn der Zufall sie an Bord zurückführen sollte, würden sie ihren Verrat schwer zu büßen haben. Ich halte es vor geraten, der Mrs. Keir die Flucht ihres Mannes zu verheimlichen. Die bedauernswerte Frau wird vom Fieber furchtbar geschüttelt, gegen das wir völlig ohnmächtig dastehen, weil das Schiff so schnell gesunken ist, dass auch die Arzneikiste nicht zu retten war. Und wenn wir auch Arzneimittel gehabt hätten, welchen Erfolg hätten sie bei dem Zustand, in dem sich Mrs. Keir tatsächlich befand, wohl noch erzielen können? Ende von Kapitel 27 Kapitel 28 von der Schanzelor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Schanzelor von Jules Verne Kapitel 28 Fortsetzung vom 6. Dezember Der Schanzelor wird jetzt im Wasser, nicht mehr ganz im Gleichgewicht gehalten, und er droht allmählich unterzugehen. Glücklicherweise soll das Floss noch diesen Abend fertig werden, und man wird sich auf demselben einrichten können, wenn Robert Curtis es nicht vorzieht, damit bis zum Anbruch des Tages zu warten. Der Unterbau ist sehr fest ausgeführt. Die Balken desselben sind mit starken Tauen verbunden, und da sie kreuzweise übereinander liegen, so erhebt sich das Ganze etwa um zwei Fuß über das Wasser. Die Plattform ist aus Planken der Schanzkleidung hergestellt, welche die Wellen abgerissen haben und die man geschickt verwendet hat. Schon im Laufe des Nachmittags beginnt man, es mit allem, was an Lebensmitteln, Segelwerk, Instrumenten und Werkzeugen gerettet worden ist, zu beladen. Eile tut Not, denn der Mastkorb des Mittelmastes ragt nur noch zehn Fuß über das Meer empor, und vom Buchsprit ist nur die äusserste schief aufsteigende Spitze noch sichtbar. Ich würde mich sehr wundern, wenn der morgende Tag nicht der letzte des Chancelor wäre. Und in welchem moralischen Zustande befinden wir uns nun? Ich suche mir klar zu werden über mein eigenes Innere, und es scheint mir, dass ich mehr zu einer unbewussten Teilnahmlosigkeit hinneige, als zu dem Gefühl der Ergebung. Mr. Letourneau lebt ganz in seinem Sohne, der einerseits wieder nun an den Vater denkt. André zeigt übrigens eine mutige, würdige, christliche Resignation, die ich nicht besser als mit derjenigen Miss Herbys zu vergleichen vermag. Falsten ist stets der Alte, und Gott verzeih mir, der Ingenieur rechnet noch immer in seinem Notizbuche. Mrs. Kier geht trotz der Sorgfalt des jungen Mädchens und der meinigen der Auflösung mehr und mehr entgegen. Von den Matrusen sind zwei oder drei ganz ruhig, die anderen aber nahe daran, den Kopf zu verlieren. Einige scheint ihr rohes Naturell zu Exzessen zu verfuhren. Die Leute, welche dem verderblichen Einflüsse Owens und Jüngstrops unterliegen, werden schwer im Zaume zu halten sein, wenn wir mit ihnen auf dem beschränkten Flosse zusammenleben müssen. Der Leutnant Walter ist ganz entkräftet. Trotz seines Mutes hat er darauf verzichten müssen, länger Dienst zu tun. Robert Curtis und der Bootsmann sind energische, unerschütterliche Männer, welche die Natur in ihrem besten Feuer geschmiedet hat. Gegen fünf Uhr abends hat eine unserer Unglücksgefährten aufgehört zu leiden. Mrs. Kier ist nach schmerzlichem Todeskampf doch wahrscheinlich ohne Bewusstsein unserer Lage verschieden. Sie stieß nur einige Säufzer aus, und alles war vor Uebin. Bis zum letzten Augenblicke hat Miss Herbie mit einer uns alle tief ergreifenden Ergebenheit der Herren alle ihre Sorgfalt gewidmet. Die Nacht verging ohne allen weiteren Zufall. Am Morgen, beim ersten Tagesgrauen, habe ich die Hand der Toten ergriffen, welche schon ganz erkaltet und starre war. Den Körper konnten wir nicht länger im Mastkorbe behalten. Miss Herbie und ich, wir wickeln sie in ihre Kleider, sprechen ein stilles Gebet vor die Seele der unglücklichen Frau, und das erste Opfer so vielen Elends stürzt in die Fluten. Da ruft einer der Leute, die sich in den Strickleitern befinden, uns die entsetzlichen Worte zu. Da, um diese Leiche wird es uns noch leid tun. Ich drehe mich um. Owen war es, der also sprach. Dann beschleicht mich aber der Gedanke, dass die Lebensmittel uns wirklich mit der Zeit ausgehen könnten. Ende von Kapitel 28 Kapitel 29 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Am 7. Dezember Das Schiff sinkt weiter. Das Meer ist nun bis zu den Spinnenköpfen des Besahnmastes gestiegen. Oberdeck und Vorderkastell sind vollständig überflutet. Die Spitze des Bugsprits ist verschwunden, und nur die drei Masten erheben sich noch über den Ozean. Doch das Floß liegt bereit und ist mit allem beladen, was zu retten war. Am Vorderteile desselben ist eine Öffnung ausgespart, welche einen Mast aufnehmen soll, den Strickleitern von den Seiten der Plattform halten werden. Das große Top-Segel ist für denselben bestimmt und treibt uns vielleicht nach der Küste. Wer weiß, ob dieser gebrechliche Bretterhaufen, der nicht wohl untersinken kann, nicht zustande bringen wird, was dem Chancellor nicht gelingen sollte. Die Hoffnung wurzelt doch so fest im Menschenherzen, dass ich sie auch jetzt noch sich in mir regen fühle. Es ist sieben Uhr morgens, und wir sind eben im Begriff, uns einzuschiffen, als das Schiff plötzlich so schnell versinkt, dass der Zimmermann und die auf dem Flosse beschäftigten Leute gezwungen sind, die Taue zu kappen, um nicht mit in den Wirbel hinabgezogen zu werden. Und so bemächtigt sich eine unbeschreibliche Angst, denn in dem Augenblick, da das Schiff in den Abgrund versinkt, treibt unsere einzige rettende Planke mit der Strömung fort. Zwei Seeleute und ein Schiffsjunge verlieren den Kopf, stürzen sich in das Meer, aber sie kämpfen vergebens gegen den Seegang. Es liegt auf der Hand, dass sie das Fluss nicht erreichen, noch an Bord zurückgelangen werden, denn Wind und Wellen haben sie gegen sich. Robert Curtis schlingt sich einen Strick um den Leib und versucht, ihnen zu Hilfe zu eilen, vergeblich. Noch bevor er sie erreicht hat, sehe ich die drei Unglücklichen, welche mit aller Macht sich zu halten suchen, langsam verschwinden, nachdem sie vergeblich die Arme nach uns ausgestreckt haben. Man zieht Robert Curtis wieder heran, der selbst bei dem wildbewegten Wasser nicht ohne Verletzung an Bord gelangt. Inzwischen mühen sich Daoulas und seine Leute mittels Balken, die sie als Ruder gebrauchen, ab dem Schiffe wieder nahe zu kommen. Doch erst nach einer Stunde, eine Stunde, die uns eine Ewigkeit scheint und während der das Wasser bis zu den Mastkörben steigt, gelingt es, das Fluss, welches sich auf zwei Kabellängen von uns entfernt hatte, neben den Chancellor zu legen. Der Bootsmann wirft Daoulas eine Leine zu und das Fluss wird noch einmal an die Mastseile des Großmastes angebunden. Jetzt ist kein Augenblick zu verlieren, denn ein furchtbarer Wirbel entsteht rings um den gesunkenen Schiffsrumpf, aus dem starke Luftblasen in großer Menge aufsteigen. »Einschiffen! Einschiffen!«, rief Robert Curtis. Wir stürzen auf das Floß. André Letourneur beobachtet erst, dass auch Miss Herbie auf dasselbe gelangt und erreicht dann selbst glücklich die Platteform, wohin sein Vater ihm unmittelbar folgt. In kürzester Zeit sind wir alle eingeschifft, alle bis auf den Kapitän Robert Curtis und den alten Matrosen O'Ready. Robert Curtis steht noch auf dem Mastkorbe des Großmastes und will sein Schiff nicht eher verlassen, als bis es in den Abgrund versinkt. Das ist seine Pflicht und sein Recht. Man fühlt es mit, dass ihm fast das Herz bricht, da er den Chancellor, den er liebt und befähigt, aufzugeben, gezwungen ist. Der Ihre ist im Mastkorbe des Besahnmastes geblieben. »Schiffe dich ein, Alter!«, ruft ihm der Kürz. Kapitän zu. »Geht das Schiff schon unter?«, fragt der Starkopf mit der größten Gleichgeltigkeit. »Es sinkt geradenwegs hinab!« »Er schifft sich schon ein,« antwortet O'Ready, als ihm das Wasser bis an den Gürtel gestiegen ist. Kopfschütteln begibt er sich nach dem Flosse. Noch einen Augenblick verweilt Robert Curtis auf dem Mastkorbe, wirft einen Blick ringsum und verlässt als der Letzte sein Fahrzeug. Es ist die höchste Zeit. Die Taue werden gekappt und langsam treibt das Floß ab. Unser aller Augen sind nach der Stelle gerichtet, an der das Schiff untergeht. Erst verschwindet die Spitze des Besahnmastes, dann die des Großmastes, und nun ist nichts mehr sichtbar von dem schönen Schiffe, das vorher der Chancellor hieß. Ende von Kapitel 29 Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Kapitel 30 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Fortsetzung vom 7. Dezember Jetzt trägt uns also ein anderer schwimmender Apparat. Versinken kann er zwar nicht, denn die Balken, aus denen er besteht, müssen unter allen Verhältnissen auf der Oberfläche bleiben. Doch wird ihn das Meer nicht zertrümmern? Wird es nicht die Taue zerreißen, die ihn verbinden? Von 28 Personen, die der Chancellor bei seiner Abfahrt von Charleston trug, sind schon 10 umgekommen. Wir sind noch 18. 18 auf einem Flosse, das auf 40 Fuß länger eine Breite von etwa 20 Fuß bietet. Hier folgen die Namen der Überlebenden. Die Herren Lettonneur, der Ingenieur Falsten, Miss Herbey und ich als Passagiere. Kapitän Curtis, Lieutenant Walter, der Hochbootsmann, der Stuart Hobart, der Koch-Jungstrop, der Zimmermann der Ullas. Endlich die sieben Matrosen Austin, Owen, Wilson, Oreddy, Burke, Sanden und Flaypal. Hat uns der Himmel in den 2 und 7 Tagen seit unserer Abfahrt von der Amortation amerikanischen Küste nun hinreichend geprüft und seine Hand schwer genug auf uns gelegt? Auch der Vertrauensvollste würde das nicht zu hoffen wagen. Doch lassen wir die Zukunft, denken nur an die Gegenwart und fahren wir fort, die Szenen dieses Dramas in der Reihenfolge, wie sie sich entwickeln, zu registrieren. Die Passagiere des Flosses sind bekannt. Welches sind aber ihre Hilfsmittel? Robert Curtis hat nichts anderes einschiffen lassen, als was von den schon aus Diakombüse entnommenen Provisionen übrig war, deren größter Teil damals, als das Verdeck des Chancellor überflutet wurde, verdorben ist. Nur wenig verbleibt uns, wenn man bedenkt, dass 18 Personen zu ernähren sind und wie lange es dauern kann, bis uns ein Schiff begegnet oder wir Land in sich bekommen. Ein Fass Schiffszwieback, ein Fass getrocknetes Fleisch, ein kleines Tönnchen Brandwein, zwei Behälter mit Wasser. Das ist alles, was zusammengerafft werden konnte, sodass wir uns vom ersten Tage an mit zugemessenen Rationen begnügen müssen. An Kleidungsstücken zum Wechseln besitzen wir ganz und gar nichts. Einiges Segel dienen uns als Decken und Schutzdächer. Die Werkzeuge des Zimmermanns der Ullas, der Sextant, die Busole, eine Karte, unsere Taschenmesser, ein metallener Siedekessel und eine Weißblechtasse, welche den alten Irländer O'Ready noch niemals verlassen hat, das sind die Instrumente und Geräte, die noch übrig sind. Denn alle, die auf dem Verdeck schon niedergelegten und für das erste Floß bestimmten Kästen, sind schon bei dem teilweise Versinken des Schiffes verloren gegangen. Und seit dieser Zeit hat niemand mehr in den Kielraum dringen können. So ist also unsere Lage. Sie ist schwierig, doch nicht verzweifelt. Leider liegt die Befürchtung nahe, dass mehr als einem mit der physischen Kraft auch die Seelenstärke schwinden wird und es befinden sich einige unter uns, welche nur schwer im Zaume zu halten sein werden. Ende des 30. Kapitels Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Kapitel 31 von Der Chancellor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Dirk Eichhorn Der Chancellor von Jules Verne Kapitel 31 Fortsetzung vom 7. Dezember Der erste Tag hat sich durch kein besonderes Ereignis ausgezeichnet. Heute hat der Kapitän Robert Curtis uns alle, Passagiere und Matrosen, versammelt. Meine Freunde, sprach er uns an, achten Sie wohl auf meine Worte. Ich kommandiere auf diesem Flosse ebenso wie an Bord des Chancellor und ich rechne ohne Ausnahme auf unbedingten Gehorsam. Denken wir nur an das allgemeine Wohl, seien wir einig und möge der Himmel uns gnädig sein. Alle nahmen diese Worte mit Befriedigung auf. Die schwache Brise, welche jetzt weht und deren Richtung der Kapitän mittels des Kompasses bestimmt, nimmt etwas zu und bläst mehr aus Norden. Diesen günstigen Umstand darf man sich nicht entgehen lassen, um sich der Küste Amerika so weit als möglich zu nähern. Sofort geht der Zimmermann der Ulas daran, den Mast in der Öffnung des Vorderteils aufzurichten, den er durch zwei Spieren sorgsam stützt. Währenddem befestigen der Hochbootsmann und die Matrosen das kleine Top-Segel an der Stänge, welche zu diesem Zwecke aufbewahrt worden ist. Um neuneinhalb Uhr wird der Mast aufgerichtet, dem zwei von den Seiten der Plattform aufsteigende Strickleiter noch mehr Stabilität verleihen. Das Segel wird gehisst und unser Floß bewegt sich mit dem Binde im Rücken merkbar fort. Nach Beendigung dieser Arbeit versucht der Zimmermann auch einen Steuerruder herzustellen, um mit dessen Hilfe das Floß in der gewünschten Richtung zu erhalten. Robert Curtis und der Ingenieur Falsten gehen ihm dabei mit Rat und Tat zur Hand und nach zwei Stunden Arbeit ist an dem Hinterteil eine Art Bootsriemen angebracht, ähnlich denen, wie sie an den malayischen Chonken gebräuchlich sind. Inzwischen hat Kapitän Robert Curtis die notwendige Beobachtung zur Bestimmung der geografischen Länge unternommen und zu Mittag gelingt es ihm, die Sonnenhöhe mit großer Genauigkeit zu messen. Der Punkt unserer Lage ist nach seiner Beobachtung 15 Grad 7 Minuten nördlicher Breite, 49 Grad 35 Minuten westlicher Länge von Greenwich. Durch Eintragung auf die Kurskarte ergibt es sich, dass wir uns gegen 650 Meilen nordöstlich von Parameibo, das heißt dem nächsten Teile des amerikanischen Kontinents, der wie erwähnt zum Gebiete von holländisch Guiana gehört, befinden. Wenn wir nur mittelmäßiges Glück haben, dürfen wir doch nicht, selbst bei konstanter Hilfe der Passatwinde, darauf rechnen, mehr als 10 bis 12 Meilen täglich zurückzulegen, da ein so unvollkommener Apparat wie ein Floß den Wind nicht vorteilhaft auszunutzen vermag. Demnach hätten wir auf eine Fahrt von zwei Monaten zu rechnen, selbst unter den günstigsten Umständen, abgesehen von dem wenig wahrscheinlichen Falle der Begegnung eines Schiffes. Der Atlantische Ozean ist aber gerade in diesem Teile weit weniger besucht als weiter nördlich oder südlich. Wir sind zum Unglück zwischen die Schiffswege nach den Antillen und die nach Brasilien mitten hineingeworfen worden, welche die transatlantischen, englischen oder französischen Steamer einhalten, und es ist besser, wir verlassen uns nicht auf den Zufall einer Begegnung. Wenn wir noch überdies in die Regionen der Kalmen kämen oder der umschlagende Wind uns nach Osten treiben sollte, so werden aus den zwei Monaten vier, ja sechs werden und vor Ablauf des dritten dürften unsere Lebensmittel wohl schon zur Neige gehen. Die Klugheit erfordert also, dass wir nur das dringend notwendige Quantum verzehren. Kapitän Curtis hat uns das alles vorgestellt und wir haben die Lebensvorschriften strengstens festgesetzt. Für alle ohne Unterschied werden die Rationen so bemessen, dass Hunger und Durst wenigstens halbgestellt werden. Die Leitung des Flosses erfordert keinen großen Aufwand physischer Kräfte und uns kann wohl eine schmälere Kost genügen. Der Brandwein, von dem das Fässchen nur fünf Galonen etwa 23 Liter enthält, soll nur mit größter Sparsamkeit verteilt werden und niemand ohne ausdrückliche Erlaubnis des Kapitäns das Recht haben, ihn anzurühren. Das Leben an Bord ist in folgender Weise geregelt. Fünf Unzen Fleisch und fünf Unzen Schiffszwieback täglich für den Mann. Das ist zwar wenig, doch kann die Ration nicht verstärkt werden, denn 15 Magen verzehren bei diesen Verhältnissen des Konsums fünf Pfund täglich oder in vier Monaten 600 Pfund. Alles in allem besitzen wir aber nur 600 Pfund Fleisch und Zwieback. Man muss also bei diesem Maße stehen bleiben. Die vorrätige Menge Wasser kann auf etwa 130 Galonen die sind gegen 600 Liter geschätzt werden und man ist dahin übereingekommen jedem täglich eine Pente dies ist 56 Zentiliter zu verabreichen wobei wir auch drei Monate ausreichen werden. Jeden Morgen um 10 Uhr findet durch den Bootsmann die Verteilung der Lebensmittel statt. Jeder empfängt dann die ihm auf den Tag zukommende Ration die er verzehren kann wann es ihm beliebt. Das Wasser für welches es uns an geeigneten Gefäßen fehlt um es zu schöpfen soll zweimal des Tages morgens um 10 Uhr und abends um 6 Uhr ausgeteilt werden und muss es jeder sofort trinken. Es ist nicht zu vergessen dass es noch zwei Möglichkeiten gibt die unsere Portionen vermehren könnten. Den Regen der uns Wasser liefern würde und den Fischfang der uns mit Fischen versorgen könnte. Zum Fangen des Regens werden zwei leere Behälter aufgestellt und nach der anderen Seite beeilen sich die Matrosen geeignete Angelgerätschaften herzustellen. Das sind die Maßregeln welche wir verabredet haben und strengstens einzuhalten übereingekommen sind. Nur dadurch dürfen wir hoffen einer Hungersnot vorzubeugen. Wir kennen alle genug Beispiele welche uns die peinlichste vor sich geraten erscheinen lassen und wenn wir wirklich den Becher des Unglücks bis zum letzten Tropfen leeren sollen so wird es uns beruhigen getan zu haben was in unseren Kräften stand. Ende von Kapitel 31 Kapitel 32 von Der Chancellor gewesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Vom 8. bis 17. Dezember Der Abend ist herangekommen wir haben uns unter die Segelstücken verkrochen und da ich von dem Aufenthalt im Masskorbe furchtbar ermüdet war habe ich einige Stunden schlafen können das verhältnismäßig gering belastete Floß hebt und senkt sich leicht und da das Meer nicht schäumt bleiben wir auch von den Wellen verschont zum Unglück kann aber der Seegang nur dadurch schwächer werden dass der Wind sich ermäßigt und gegen morgen bin ich in der Lage in meinen Journal eintragen zu müssen ruhig Wetter bis zum Anbruch des Tages hat sich nichts Neues ereignet auch die Herren Lettonö haben einen Teil der Nacht geschlafen und noch einmal haben wir uns die Hand gedrückt Miss Herbay hat ebenfalls geschlummert und ihre jetzt weniger angegriffenen Züge haben ihre gewohnte Ruhe wieder angenommen wir befinden uns unterhalb des 15. Breiten Grades die Hitze am Tag ist sehr stark und die Sonne glänzt ungewöhnlich hell ein heißer Dunst schwebt in der Atmosphäre da der Wind nur stoßweise auftritt so hängt das Segel während der Ruhepausen die immer länger werden schlaff am Maste Robert Curtis und der Bootsmann wollen aus gewissen nur den Seeleuten verständlichen Zeichen erkennen dass eine Strömung von zwei bis drei Meilen in der Stunde uns nach Westen zu weiterträgt das wäre ein sehr günstiger Umstand der unsere Überfahrt merklich abkürzen könnte möchten der Kapitän und der Hochbootsmann sich nicht getäuscht haben denn bei der hohen Lufttemperatur dieser Tage will die Wasserration kaum hinreichen nur unseren quälendsten Durst zu löschen und doch seitdem wir den Chancellor oder vielmehr die Mastkörbe des Schiffes verlassen und uns auf dem Flosse eingeschifft haben hat sich unsere Lage wesentlich verbessert denn der Chancellor konnte jede Minute untergehen und die Plattform welche uns trägt ist wenigstens fest und solid alle ich wiederhole es erkennen auch die jetzige günstige Lage unverhohlen an man lebt fast ganz nach seinem vergnügen und kann hin und her gehen am Tage tritt man wohl zusammen plaudert bespricht dieses und jenes oder betrachtet das Meer in der Nacht schläft man unter der Segeldecke die Beobachtung des Himmels die nötige Aufmerksamkeit auf die Lockleinen welche zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Fahrt ausgelegt sind alles erweckt unser Interesse ist der Kasselon sagte André Letourneur einige Tage nach unserer Einschiffung auf dem neuen Apparat zu mir es scheint als sollten wir hier die Tage der Ruhe wiederfinden welche unseren Aufenthalt auf dem Hemrock Eilande so angenehm machten gewiss so scheint es mein lieber André habe ich geantwortet doch möchte ich auch hinzufügen dass das Floß vor dem Eilande einen großen Vorzug hat es trägt uns weiter solange wir günstigen Wind behalten André ist der Vorzug offenbar auf der Seite des Flosses wenn dieser aber umschlägt sie haben recht Mr. Kasselon antwortet mir der junge Mann doch wir wollen nicht niedergeschlagen sein sondern frohe Hoffnung haben jawohl diese Hoffnung hegen jetzt auch alle anderen es gewinnt den Anschein dass wir die fürchterlichsten Prüfungen für immer überstanden haben alle Verhältnisse sind uns günstig geworden und es ist keiner unter uns der sich jetzt nicht beruhigt fühlte was in der Seele Robert Curtis vorgeht weiß ich nicht ebenso wenig ob er unsere Gedanken teilt denn er hält sich etwas abseits gewiss ist seine große Verantwortlichkeit daran schuld er ist der Chef der nicht nur für sein eigenes Leben sondern auch für das aller übrigen zu sorgen hat ich weiß dass er seine Pflicht in diesem Sinne auffasst oft sehen wir ihn in Gedanken versunken und jeder vermeidet es dann ihn zu stören die langen Stunden ohne Beschäftigung bringt der größte Teil der Mannschaft auf dem Vorderteile schlafend zu auf Anordnung des Kapitäns ist der wo man auf Stangen eine Art Zelt errichtet hat das uns einigen Schutz gewährt wir erfreuen uns alle eines befriedigenden Wohlseins nur der lieutenant walter kann nicht wieder zu Kräften kommen alle ihm zugewendete Sorgfalt ist vergebens und er wird von Tag zu Tag schwächer André Letroneur habe ich niemals mehr schätzen gelernt als unter unseren jetzigen Verhältnissen dieser liebenswürdige junge Mann ist die Seele unserer kleinen Welt bei seinem originellen Geiste überrascht er häufig durch seine neuen Ideen und unerwarteten Anschauungen der Sachen die ihm so eigen sind seine Unterhaltung zerstreut immer und belehrt nicht selten wenn André spricht belebt sich seine kränkelnde Physiognomie sein Vater scheint die Worte jenes aufzusaugen und manchmal erfasst er die Hand des Sohnes die er lange Zeit betrachtet dann und wann mischt sich auch obwohl mit sorglichster Zurückhaltung Miss Hervey in unser Gespräch jeder von uns bestrebt sich nach Kräften sie durch alle möglichen Zuvorkommenheiten vergessen zu lassen dass sie diejenigen verloren die naturgemäß ihre Beschützer sein sollten in Mr. Letroneur hat das junge Mädchen einen verlässlichen Freund gefunden wie nur ein Vater einer sein könnte und zu ihm spricht sie mit der hingebenden Offenheit welche ihr das Alter desselben gestattet auf sein Ersuchen hat sie ihm ihre Lebensgeschichte mitgeteilt die Geschichte eines Lebens voll Mut und Selbstverleugnung das so häufige Los der meisten Armen weißen seit zwei Jahren war sie im Hause des Mr. Keir und jetzt ohne alle Mittel ohne Aussichten auf die Zukunft doch immer voller Vertrauen da sie sich gegen jede Prüfung des Schicksals gewappnet fühlt Miss Herbear zwingt sich durch ihren Charakter ihre moralische Energie die ungeteilteste Hochachtung und auch gewisse ungebildetere Leute an Bord hüten sich vor jedem Worte und jeder Geste die sie unangenehm berühren könnten vom 12. bis 14. Dezember ist keine Änderung in der Situation eingetreten In wechselnder Stärke hat der Wind fortwährend aus Osten geweht Eigentliche Schiffsmanöver sind auf dem Flosse überflüssig Selbst der Steuer oder vielmehr der Boots Riemen braucht in seiner Stellung nicht geändert zu werden Unser Apparat läuft mit dem Winde im Rücken und seine Gestalt verhindert das Schwanken nach der oder jener Seite In Vorderteile bleiben stets einige Matrosen auf Wache welche beauftragt sind das Meer mit peinlichster Sorgfalt zu beobachten Sieben Tage sind nun verflossen seit wir den Chancellor verlassen und gestehe ich dass wir uns an die Rationen schon gewöhnt haben wenigstens bezüglich der festen Nahrung Freilich sind unsere Kräfte auch nach keiner Seite hin in Anspruch genommen wir nutzen uns nicht ab um den volkstümlichen Ausdruck zu gebrauchen der meine Gedanken recht treffend bezeichnet und unter derartigen Verhältnissen braucht der Mensch nur wenig zu seiner Erhaltung am meisten empfinden wir die Beschränkung des Wasser Genusses und bei der großen Hitze ist die uns zugeteilte Quantität notorisch unzureichen Am 15. Dezember wimmelt es plötzlich rund um das Floß von Fische sogenannter Seeprassen Obwohl unser Angelgeräte nur aus langen Schnuren besteht an denen ein umgewogener Nagel mit einem Stückchen gedörrten Fleisches als Lockspeise befestigt ist so gelingt es uns doch eine nicht unbeträchtliche Menge dieser Brassen zu fangen Der Tag bescherte uns einen wahrhaft wunderbaren Fischzug und veranlasste ein wirkliches Fest an Bord ein Taliner Fische wurde geröstet ein anderer in Meerwasser über einem auf dem Vorderteile angezündeten Holzfeuer gekocht Oh das gab eine Mahlzeit und dabei sparten wir an unseren Vorräten Diese Brassen erscheinen in solcher Unzahl dass wir binnen zwei Tagen über 200 Pfund derselben einfangen Wenn jetzt noch Regen fallen sollte müsste sich alles für uns zum Besten wenden Leider hielt sich jener Schwarm von Fischen nicht lange in unserer Nähe auf Am 17. sind einige große Haifische von der 4-5 Meter Langart der sogenannten Getigerten Haie an der Oberfläche des Meeres erschienen Ihre Kiefern und der untere Teil des Körpers sind schwarz mit weißen Flecken und Querlinien Die Gegenwart solcher gefährlichen Quermäuler hat immer etwas Beunruhigendes denn wir befinden uns bei dem geringen Emporragen des Flosses fast in einem Niveau mit ihnen und schon mehrmals haben sie mit dem Schwanze heftig gegen unseren Bau geschlagen zwar ist es den Matrosen gelungen sie durch Schläge mit Pfählen zu vertreiben doch sollte es mich sehr wundern wenn sie uns nicht wie eine Beute die ihnen nicht entgehen kann hartnäckig nachfolgten Geschöpfe mit solchem Ahnungsvermögen liebe ich aber keines wegs Ende von Kapitel 32 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 33 von Der Chancellor gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn vom 18. bis 20. Dezember Heute hat das Wetter sich geändert und der Wind aufgefrischt Wir klagen nicht darüber denn er ist uns günstig nur wird der Mast aus Vorsorge noch mehr verstärkt um infolge des Segeldrucks ein Brechen desselben zu verhindern Nachdem das geschehen bewegt sich unsere schwerfällige Maschine mit größerer Schnelligkeit fort und lässt eine Art langen Kielwassers hinter sich Nachmittags haben einige Wolken den Himmel bedeckt und ist die Hitze weniger stark gewesen Der Seegang hat das Floß Meer umhergeworfen und zwei oder dreimal schlug eine Welle auf dasselbe hinauf Zum Glück hat der Zimmermann aus früheren Schiffsplanken eine Art Schanzkleidung errichten können die uns bei einer Höhe von zwei Fuß besser gegen das Meer schützt Auch die Fässer mit den Lebensmitteln und die Wassertonnen werden mit doppelten Tauen noch sicherer befestigt Wenn eine Sturzsee diese uns entführte würden wir in die ärgste Not geraten und niemand vermag an einen solchen Unfall ohne Schaudern zu denken Am achtzehnten haben die Matrosen einige auch mit dem Namen Sargasso bezeichnete Seepflanzen aufgefischt welche denen auf unserer Fahrt von den Bermuden bis nach Hemrock angetroffenen sehr ähnlich sind Sie bestehen aus langen Schlinggewächsen mit einem zuckerhaltigen Safte und ich berede meine Gefährten zu einem Versuche die Stängel zu kauen Sie tun es und bekennen mir das Gefühl von wohltuender Erfrischung des Gaumens und der Lippen davon zu haben Sonst ereignet sich an diesem Tage nichts Neues nur fällt es mir auf dass einige Matrosen vorzüglich Owen Burke Flaypal Wilson und der Neger Junxtrop immer untereinander zu zischeln haben ohne dass mir der Gegenstand um den es sich handelt klar wird Ich bemerke auch dass sie sofort schweigen wenn sich ihnen einer der Offiziere oder der Passagiere nähert Robert Curtiss hat schon vor mir dieselbe Beobachtung gemacht Diese heimlich geführten Gespräche mißfallen ihm und nimmt er sich vor auf jene Leute ein wachsames Auge zu haben Der Neger Junxtrop und der Matrose Owen sind bekanntermaßen zwei Spitzbuben denen man nicht viel trauen darf da sie die anderen gerne zu verführen suchen Am wird die Hitze ganz unerträglich und zeigt sich kein Wölkchen am Himmel Der schwache Luftzug schwellt die Segel nicht mehr Das Floß bleibt auf einer Stelle Einige Matrosen sind ins Meer gegangen und dieses Bad hat ihnen eine tatsächliche Erleichterung verschafft indem es ihren Durst einigermaßen verminderte Doch ist es nicht ungefährlich sich in die von Haifischen unsicher gemachten Wellen zu wagen und keiner von uns hat Lust verspürt es jenen Leichtsinnigen nachzutun Wer weiß ob sich das in Zukunft nicht ändert Wenn man das unbewegte Floß sieht die langen ungefurchten Wellen des Ozeans das schlaffe Segel am Maste liegt da nicht die Befürchtung nahe dass diese Verhältnisse lange Zeit so fortdauern könnten Die Gesundheit des Rotellent Walter flöst uns von Tag zu Tag mehr Sorge ein Der junge Mann wird von einem schleichenden Fieber verzehrt das ihm in regellosen Anfällen zusetzt Vielleicht vermöchte Schwefelsaure Chenin dasselbe zu unterdrücken Doch ich wiederhole es das Oberdeck ist so rasch verschlungen worden dass der Arzneikasten dabei mit verloren übrigen leidet der junge Mann offenbar an der Verzehrung und hat diese unheilbare Krankheit seit einiger Zeit in ihm reisende Fortschritte gemacht Schon die äußerlichen Symptome setzen das außer Zweifel Walter quäht sich jetzt mit einem trockenen Husten Sein Atem ist kurz und vorzüglich gegen Morgen befällt ihn ein reichliches Schwitzen Er magert sichtlich ab Seine Nase wird die hervorstehenden Backenknochen stechen durch ihre umschriebene Röte von dem bleichen Gesicht auffallend ab Seine Wangen sind hohl die Lippen etwas verzogen die Binderhaut des Auges leuchtend und schwach bläulich gefärbt Doch selbst wenn der Lieutenant jetzt noch in besseren Zuständen wäre dürfte sich die Heilkunst ohnmächtig erweisen gegenüber einem Leiden das kein Erbarmen kennt Am zwanzigsten derselbe Zustand der Atmosphäre dieselbe Unbeweglichkeit des Flosses Die Sonnenstrahlen durchdringen auch unser Zelt und wir schmachten und seufzen bei der unbändigen Glut Mit welcher Ungeduld erwarten wir den Augenblick in dem der Bootsmann die schmale Wasserration verteilt und mit welcher Gier verschlingen wir dann die wenigen Tropfen der lauwarmen Flüssigkeit Wer niemals vor Durst am Verschmachten war vermag sich diese Höllen Qual gar nicht vorzustellen Der Lieutenant Walter ist sehr verdurstet und leidet schwerer von diesem Wassermangel als irgendein anderer Ich habe es gesehen dass Miss Herbey ihm fast die ganze empfangene Ration überließ Das gefühlvolle und mitleidige junge Mädchen tut alles mögliche um die Leiden unseres unglücklichen Genossen wenn nicht zu stillen so doch zu lindern Heute sprach mich Miss Herbey auch selbst an Dieser Unglückliche wird tagtäglich schwächer begann sie Ja Miss habe ich ihr geantwortet und wir können nichts für ihn tun gar nichts Vorsichtig bittet Miss Herbey er könnte uns hören Dann setzt sie sich ganz an das Ende des Flosses und ergibt sich den Kopf in den Händen ihren Gedanken Auch noch etwas recht Bedauerliches ist heute vorgekommen was ich nicht übergehen darf Eine Stunde lang standen die Matrosen Owen Flaypal Burke und der Neger Junxtrop in eifrigem aber heimlich geführtem Gespräche zusammen wobei sich ihre Erregtheit durch die lebhaftesten Gestikulationen verriet Nach Beendigung desselben begibt sich Owen ganz ohne Umstände nach dem für die Passagiere reservierten Hinterteile des Flosses Wohin willst du Owen fragt ihn der Hochbootsmann Dahin wo ich etwas zu tun habe antwortet frech der Matrose Bei dieser unverschämten Antwort verlässt der Hochbootsmann seinen Platz doch schon vor ihm steht Robert Curtis Owen Auge in Auge gegenüber Der Matrose erträgt den zornflammenden Blick seines Vorgesetzten und beginnt mit frechem Tone Kapitän ich habe mit Ihnen im Namen meiner Kameraden zu sprechen Rede erwidert Robert Curtis kurzunbündig Es handelt sich um den Brandwein fährt Owen fort Sie wissen das kleine Fässchen wird das für die Meerschweine oder für die Offiziere aufgehoben Nun sagt Robert Curtis Wir verlangen jeden Morgen wie sonst gewöhnlich unseren Schluck Nein antwortet der Kapitän Sie sagen ruft Owen nochmals Nein Der Matrose blickt Robert Curtis scharf an und ein boshaftes Lächeln umspielt seine Lippen Er zaudert einen Augenblick ob er seine Forderung wiederholen soll doch zieht er sich ohne ein Wort hinzuzufügen zurück und mischt sich unter seine Kameraden mit denen er heimlich spricht Hat Robert Curtis wohl recht daran getan jenes Verlangen so rund Weg abzuschlagen Das wird die Zukunft noch lehren Als ich ihn über die Sache sprach antwortet er mir Diesen Leuten noch Brandwein Lieber werfe ich das Fässchen ins Meer Ende von Kapitel 33 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 34 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Am 21. Dezember Jener Zwischenfall hat wenigstens bis heute weitere Folgen noch nicht gehabt Während einiger Stunden zeigen sich die Seeprassen wieder längs des Flosses und wieder erlangt man eine große Anzahl derselben Man schichtet sie in ein leeres Fass ein und dieser Zuwachs an Nahrungsmittel lässt uns hoffen dass wir wenigstens vom Hunger verschont bleiben werden Der Abend ist gekommen doch ohne die gewöhnliche Frische Gewöhnlich sind nämlich die Nächte in den Tropen kühl die heutige droht aber erstöckend zu werden und schwere Dunstmassen steigen langsam aus den Fluten um 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 Uhr dreißig Minuten früh wird Neumond sein tief dunkel bleibt es auch bis zu dem Augenblicke da ein fernes Wetterleuchten anfängt den Horizont zu erhellen Es treten lang und breit hinschießende elektrische Entladungen auf welche ungeheure Strecken in Flammen setzen Von Donner ist aber keine Spur und die ganze Luft erscheint vielmehr erschreckend ruhig Zwei Stunden lang während der wir immer nach einem minder glühenden Lüftchen schmachten betrachten Miss Herbey André Letourneur und ich jene Vorläufer eines Umgewitters gewissermaßen die Vorversuche der Natur und vergessen ganz unsere augenblickliche Lage über der Bewunderung des großartigen Schauspiels eines Kampfes zwischen den mit Elektrizität geschwängerten Wolken Man hätte hohe mit Feuer bekrönte Zinnen zu sehen vermeint Auch der roheste Mensch ist für diese furchtbaren Szenen empfänglich und so wie wir sehe ich auch die Matrosen nach der unaufhörlichen Feuererscheinung in den Wolken aufschauen Ohne Zweifel betrachten sie diese Streiflichter wie sie wegen ihrer fortwährenden Ortsveränderung nicht selten genannt werden als Vorboten eines elementaren Kampfes nicht ohne eine gewisse Unruhe Was wird auch aus dem Flosse werden mitten zwischen der Wut des Himmels und des Wassers Bis Mitternacht bleiben wir so am Hinterteil sitzen Die leuchtenden Ausströmungen deren Helligkeit die dunkle Nacht verdoppelt übergießen uns mit einem lividen Scheine ähnlich der Farbe welche die Gegenstände annehmen wenn die Flamme von Alkohol in dem Kochsalz gelöst war sie beleuchtet Fürchten sie sich vor dem Gewitter Miss Herbey fragt André Letourneur das junge Mädchen Nein mein Herr antwortet Miss Herbey das Gefühl in meinem Inneren möchte ich lieber das der Ehrfurcht nennen Ist jenes nicht eine der prachtvollsten Erscheinungen die wir nur je bewundern können Nichts wahrer als das Miss Herbey antwortet ihr André und vorzüglich wenn der Donner krollt Kann das Ohr ein majestätischeres Geräusch hören und was ist dagegen die trockene kurze Stimme unserer Geschütze Der Donner ergreift die ganze Seele Er ist weniger ein Geräusch als ein Ton der an und abschwillt wie die getragene Note eines Sängers Und wenn ich offen sein soll Miss so hat mich niemals eines Künstlers Stimme so ergriffen als diese große unvergleichliche Stimme der Natur Ja ein tiefer Bass sage ich lächelnd Wirklich antwortet André Möchten wir ihn bald zu hören bekommen denn diese Stummblitze sind effektloser Meinen Sie das mein lieber André habe ich ihm erwidert Ertragen Sie das Unwetter mutig wenn es da ist doch wünschen Sie es nicht herbei Nun aber das Gewitter ist uns gleich bedeutend mit Wind und mit Wasser mit Wasser an dem es uns gepricht Den jungen Leuten wäre wohl noch manches zu erwidern gewesen Ich mag aber meine nüchterne Prosa nicht in die Poesie ihrer Stimmung hinein mischen Sie betrachten das Gewitter von einem ganz eigenen Gesichtspunkte und eine volle Stunde höre ich sie davon schwärmen und es herbei wünschen Inzwischen hat sich das Firmament allmählich hinter schweren Wolken versteckt und die Sterne im Zenit erlöschen einer nach dem anderen kurze Zeit nachdem die Sternbilder des Tierkreises verschwunden sind Die dichten schwarzen Dunstmassen ballen sich über unserem Haupte und verschleiern auch die letzten Lichter des Himmels Jeden Augenblick erglänzt die Masse droben in fahlem Lichtscheine von dem sich kleine graue Wolken abheben Bis jetzt hat sich die ganze in den Lüften an gesammelte Elektrizität geräuschlos entladen Da die Luft aber sehr trocken und infolgedessen ein sehr schlechter Leiter ist so kann sie zuletzt doch nur in furchtbaren Schlägen zur Ausgleichung kommen und es scheint mir unmöglich dass das Gewitter nicht in kürzester Zeit mit voller Wut ausbrechen sollte Robert Kurtis und der Hochbootsmann sind der nämlichen Ansicht Letzteren leitet nur sein unfehlbarer seemännischer Instinkt Der Kapitän dagegen verbindet mit diesem Instinkte des Weatherwise Wetterpropheten auch noch die Kenntnisse des gebildeten Meteorologen Es scheint mir als bilde sich über uns eine dicke Wolkenschicht die die Wetterkundigen Cloud Ring Ringwolken nennen und welche sich fast allein in der heißen Zone bildet die mit all dem Wasserdampfe überladen ist den die Passatwinde ihr von allen Teilen des Ozeans auszuführen Ja Herr Kessolon sagt Robert Kurtis zu mir Wir befinden uns in der Region der Gewitterstürme denn der Wind hat unser Floß bis nach der Zone verschlagen in der ein sehr feinhöriger Beobachter eigentlich unausgesetzt ein Rollen des Donners hören müsste Mir scheint antworte ich aufmerksam lauschen als hörte ich jenes fortwährende Rollen von dem sie sprechen Ich auch sagt Robert Kurtis Jetzt ist das aber das erste Grollen des Gewitters das binnen zwei Stunden in größter Heftigkeit wüten wird Nun wir sind bereit es zu empfangen Keiner von uns denkt nur entfernt daran zu schlafen Niemand wird es auch im Stande sein denn die schwüle Luft ist zum erstücken Die Blitze werden deutlicher durchzucken den Horizont in einer Ausdehnung von 100 bis 150 Grad und setzen den ganzen Umkreis des Himmels in Flammen während eine Art phosphoreszierende Helligkeit sich in der Atmosphäre entwickelt Endlich wird das Rollen des Donners deutlicher und stärker doch besteht es wenn man so sagen darf noch aus einem abgerundeten Tone ohne scharfe Akzente aus einem Grollen das noch kein Echo weckt Das Himmelsgewölbe erscheint wie gepolstert mit diesen Wolken deren Elastizität den Schall der elektrischen Entladungen erstickt Noch ist das Meer ruhig schwer fast stagnierend geblieben Bei den langen Wellenbergen welche sich zu erheben anfangen können sich die Seeleute aber nicht mehr täuschen Für sie ist das Meer dabei sich zu machen und in der Ferne wird jetzt schon ein Sturm ausgebrochen sein dessen Rückwirkung es empfindet Der entsetzliche Wind kann nicht mehr fern sein und ein Schiff würde man aus Vorsicht schon jetzt ihm gerade entgegen stellen aber mit dem Flosse ist nicht zu manövrieren ihm bleibt nichts übrig als vor dem Unwetter her zu fliehen Um ein Uhr morgens zeigt uns ein greller Blitz dem nach wenigen Sekunden ein prasselnder Donnerschlag folgt dass das Gewitter nun über uns ist Der Horizont verschwindet plötzlich vor einem dichten Dunste der sich massenhaft auf das Floß niederzusenken scheint Da lässt sich die Stimme eines Matrosen vernehmen Da wälzt er sich heran Der Sturm Der Sturm Ende von Kapitel 34 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 35 von der Chancellor gelesen für LibriVox .org Kapitel 35 Die Nacht vom 21. zum 22. Dezember Der Bootsmann stürzt nach dem Jölle Seile welches das Segel hält und sofort wird die Stänge herabgelassen Es war hohe Zeit denn der Sturmwind braust furchtbar über uns hin Ohne den warnenden Höhe Das Floß zusammen Miss Miss Herbie hat sich an einen jener starken Pfähle gebunden die ehedem unser Zelldach trugen und beim Scheine der Blitze sehe ich ihr immer heiteres Antlitz Ununterbrochen blendet jetzt das Feuer des Himmels und krachen die Donnerschläge Dabei steht das ganze Dunstgewölbe um und über uns in Flammen Auch vom Ozeane möchte man wohl dasselbe sagen und ich habe mehrere von den Wellen aufschlagende Blitze gesehen welche gabelartig gespalten nach dem Firmamente züngelten in der ganzen Atmosphäre verbreitet sich ein widerwärtiger Geruch nach Schwefel bis jetzt ist aber das Floß von den Blitzstrahlen welche nur die Wogen trafen verschont geblieben um zwei Uhr morgens rast das Unwetter in voller Wut der Wind ist zum Orkan geworden und der entsetzliche Seegang Der Zimmermann Daoulas Robert Curtis und mehrere Matrosen sind bemüht es durch Taue noch mehr zu sichern Ungeheure Sturzsehen ergießen sich über das flache Bauwerk und ein lauwarmer Wasserschwall durchnässt uns bis auf die Knochen Mr. Le Tourneur bietet dem wütenden Anprall die Brust als könne er seinen Sohn dadurch schützen Miss Herbie bleibt unbeweglich Man könnte sie für eine Bildsäule der Ergebenheit ansehen Bei dem nie verlöschenden Scheine der Blitze bemerke ich da sehr große und wahrscheinlich tiefgehende Wolken die eine auffallend röteliche Farbe zeigen und ein Knattern wie von Kleingewehrfeuer erfüllt die Lüfte Es rührt das von einem eigentümlichen Geräusch elektrischer Ladungen her zu zu denen Hagel Hagelkörner als Mittelglieder zwischeneinander eingesetzt geladenen Wolken dienen Wirklich hat sich durch Aufeinandertreffen von Gewitterwolken und einem kalten Luftstrom Hagel gebildet der jetzt mit unerhörter Gewalt niederfällt Wirklich hat sich durch Aufeinandertreffen von Gewitterwolken und einem kalten Luftstrom Hagel gebildet der jetzt mit unerhörter Gewalt niederfällt Wir werden von den nussgroßen Körnern kartet deren Aufschlagen auf die Platteform ein fast metallischen Ton erzeugt Eine halbe Stunde hält dieses Meteor an welches den Wind einstweilen zu mäßigen scheint Nachdem dieser aber durch alle Kompass Richtungen gegangen erhebt er sich wieder mit einer Gewalt ohne gleichen Der Mast des Floßes dessen Strickleitern gerissen sind wird quer gebogen und man beeilt sich ihn aus der Öffnung zu heben um das Abbrechen desselben zu verhüten Unser Steuerruder wird durch einen Wellenschlag zerstört und der Bootsriemen treibt fort ohne dass es möglich wurde ihn wieder zu erlangen Gleichzeitig werden auch die Schutzwände des Backboards eingedrückt und wütend drangen sich die Wellen durch diese Bresche Der Zimmermann und die Matrosen wollen versuchen dem Schaden beizukommen Bei den fortwährenden Stößen ist das aber unmöglich und sie rollen fallend einer über den anderen als das Floß durch eine ungeheure Woge empor gehoben und sich um einen Winkel von mehr als 45 Grad neigt Sind die Männer nicht mitgerissen worden? Müssen die Stricke welche uns halten nicht zerreißen? Welches Wunder hat uns alle bewahrt dass wir nicht ins Meer geschleudert wurden? Ich weiß es nicht zu erklären Mir scheint es fast unglaublich dass das Floß bei den ungeordneten wilden Bewegungen nicht vollkommen umgestürzt wurde und wir an seine Planken festgebunden einem schrecklichen Tode entgingen In der Tat kommt das Floß gegen drei Uhr morgens als das Unwetter zügelloser als je vorher tobte von dem Rücken einer bergeshohen Woge empor gehoben fast auf die schmale Seite zu stehen Ein Aufschrei des Schreckens erschallt Wir kentern Nein Das Floß hat sich auf dem Wogenkamme in unbestimmbarer Höhe erhalten und wir vermochten bei dem intensiven Lichte der Blitze die sich nach allen Richtungen hin kreuzen vor Entsetzen erstarrt das Meer zu überblicken welches ringsrum aufschäumt als brandete es über Klippen hinweg Das Floß nimmt sofort seine horizontale Lage wieder an aber in dem Augenblicke da es schief stand sind die Taue der Wassertonnen gerissen Eine derselben habe ich über Bord gehen sehen während der Inhalt der anderen zum Teil ausfloss Einige Matrosen springen hinzu um das Fass welches das konservierte Fleisch enthält zu erhalten Da klemmt sich der Fuß des einen zwischen die etwas auseinander gewichenen Planken der Platteform und stößt der Unglückliche ein herzzerreißendes Geschrei aus Ich will ihm zur Hilfe eilen und es gelingt mir auch die Stricke um meinen Leib zu lösen Zu spät Bei einem blendenden Blitze erkenne frei geworden ist durch einen Wogenschwall der sich donnernd über uns stürzt hinweg gerissen wird Sein Kamerad ist mit ihm verschwunden ohne dass es möglich wurde beiden zur Hilfe zu kommen Mich hat die Stürze auf die Plattform niedergeworfen und ich habe durch Anschlagen des Kopfes auf einen vorspringenden Balken eine Zeit lang das Bewusstsein verloren Ende von Kapitel 35 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 36 von der Chancellor gelesen für LibriVox.org Kapitel 36 Am 22. Dezember Endlich ist der Tag angebrochen und die Sonne kommt zwischen den letzten übrig gebliebenen Gewitterwolken wieder zum Vorschein Dieser Kampf der Elemente hat nur wenige Stunden gewährt doch er war entsetzlich und Luft und Wasser wüteten mit einer unvergleichlichen Erbitterung Ich habe hier nur die Hauptvorgänge beschrieben denn ich war infolge der Bewusstlosigkeit nach meinem Stürze nicht im Stande das Ende der Natur zu beobachten Ich weiß nur allein dass der Orkan kurze Zeit nach jener Sturze sich durch Gegenwinde ermäßigt und die elektrische Spannung der Atmosphäre nachgelassen hat Der Sturm hielt also über Nacht hinaus nicht an Doch welchen Schaden hat er auch in dieser kurzen Zeit uns verursacht Welche unersetzliche Verluste und welches Elend droht nun über uns herein zu brechen Von dem Wasser das er in Strömen herabgoss haben wir nicht einen Tropfen auffangen können Infolge der Bemühungen der Herren Le Tourneur und der Miss Herbie bin ich bald wieder zu mir gekommen Aber Robert Kurtes heldenmütiger Hilfe verdanke ich es dass ich durch eine zweite Sturze nicht mit hinweggespült wurde Der eine von den beiden durch das Unwetter umgekommenen Matrosen ist Austen ein junger gutmütiger tätiger und beherzter Mann von 28 Jahren Der andere ist der alte I already der Überlebende so vieler Schiffbrüche Jetzt sind wir nur noch 16 Personen auf dem Floß Das heißt fast die Hälfte derer welche sich an Bord der Chancellor eingeschifft haben ist schon umgekommen und nun was verbleibt uns noch an Lebensmitteln Robert Kurtes suchte sich bald darüber Aufklärung zu schaffen worin bestehen jene und wie lange werden sie reichen noch wird uns das Wasser nicht ganz fehlen denn auf dem Boden der einen Tonne finden sich etwa noch 14 Gallonen und die andere ist unversehrt aber das Fass mit dem konservierten Fleisch und das in welchem wir die gefangenen Fische aufbewahrten sind uns beide entführt worden und von diesen Vorräten besitzen wir nun absolut nichts mehr von dem Schiffs Zwieback sind nach Robert Kurtes Abschätzung nicht mehr als 60 Pfund gerettet worden 60 von Schiffs Zwieback für 16 das ergibt eine Woche Nahrung auf die Person täglich ein halbes Pfund gerechnet Robert Kurtes hat uns alles bekannt gegeben schweigend haben wir ihm zugehört still ist auch der ganze Tag der 22 Dezember vorüber gegangen jeder war mit sich selbst beschäftigt doch offenbar wurden alle von dem selben Gedanken bewegt mir scheint es als betrachte man sich gegenseitig mit ganz eigentümlichen Augen und zeige sich das Gespenst des Hungers schon von weitem bis hierher hatte uns Speise und Trank noch nicht ganz und gar gefehlt jetzt indes muss die Wasserration noch weiter verringert werden und noch mehr die an Zwieback einmal näherte ich mich einer Gruppe auf dem Vorderteil lang hingestreckter Matrosen und hörte aus Flaypools Munde in ironischem Tone die Worte was einmal sterben soll das tut schnell ab ja antwortete ihm Owen sie lassen dann wenigstens ihren Teil anderen übrig der Tag schlich unter allgemeiner Niedergeschlagenheit dahin jeder empfing sein vorschriftsmäßiges halbes Pfund Schiffs Zwieback die einen haben es voller Giers sofort verschlungen andere teilten es sorglich ein der Ingenieur Falsten scheint mir seine Ration in so viele Teile zerlegt zu haben als er Mahlzeiten zu machen gewöhnt ist wenn nur einer uns überlebt Falsten wird dieser eine sein Ende von Kapitel 36 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 37 von der Chancellor gelesen für lipevox.org Kapitel 37 vom 23. bis zum 31. Dezember Nach dem Sturm hat der Wind sich nach Nordosten gewendet und zur günstigen Brise umgestaltet Wir müssen ihn benutzen da er uns nach dem Lande zu treiben verspricht Den Mast hat Daula sich sorgfältig wiederhergestellt Das Segel wird gehisst und das Floß treibt mit einer Schnelligkeit von 2 bis 2,5 Meilen pro Stunde weiter Man hat auch versucht mittels eines Pfales und eines Längs desselben aufgenagelten Brettes eine Art Steuer wiederher zu stellen das wohl oder Übel seine Schuldigkeit tut Bei der geringen Geschwindigkeit die der Wind dem Floße nur mitteilt wird ihm eine größere Kraftäußerung auch nicht zugemutet Die Plattform ist mit Keilen und Stricken so gut als möglich wieder instand gesetzt worden Die auseinander gewichenen Planken sind aufs Neue befestigt Die Backbord Schutzwände welche der Sturm eingedrückt hatte sind wiederhergestellt und leisten dem Eindringen der Wellen Bauwerke aus Maststücken und Segelstangen Festigkeit verleihen kann ist geschehen Doch droht uns von dieser Seite die ärgste Gefahr ja nicht Mit dem reinen Himmel hat sich auch jene tropische Hitze wieder eingestellt von der wir schon während der vorhergehenden Tage so unsäglich zu leiden hatten Gerade heute ist sie übrigens durch die Brise einigermaßen gemildert Und da auch das Zeltdach auf dem Hinterteile wieder in Ordnung gebracht ist suchen und finden wir unter demselben noch weiteren Schutz Inzwischen macht sich die Unzulänglichkeit unserer Nahrung ernsthafter fühlbar Alle leiden sichtlich an Hunger Die Wangen sind hohl Die Gesichter klein geworden Bei den meisten scheint auch das zentrale Nervensystem direkt ergriffen und erzeugt die Zusammenziehung des Magens eine schmerzhafte Empfindung Hätten wir um diesen Hunger zu täuschen oder ein zu schläfern ein Narkotikum Opium oder nur Tabak gewiss wäre er erträglicher aber uns fehlt ja alles Ein einziger fühlt dieses gebieterische Bedürfnis weniger Es ist der Leutnant Walter der die Beute des heftigsten Fiebers ist das keinen Hunger in ihm aufkommen lässt während ihm fortwährend ein brennender Durst quält Miss Herbey die sich von etwas für den Kranken abdarbt hat von dem Kapitän eine kleine Zugabe erwirbt und jede Viertelstunde träufelt sie ein wenig davon auf die Lippen des Leutnants Walter vermag kaum ein Wort zu sprechen und lohnt dem barmherzigen jungen Mädchen nur mit einem dankbaren Blicke der Ärmste Sein Urteil ist gesprochen und auch die zärtlichste Sorgfalt könnte ihn nicht retten Er wird haben Übrigens scheint er sich über seinen Zustand keiner Selbsttäuschung hinzugeben denn er ruft mich durch ein Zeichen zu sich und ich setze mich dicht neben ihn Er rafft seine letzte Kraft zusammen um zu sprechen und haucht mir in unterbrochener Rede zu Herr Katzalon wird es mit mir noch lange dauern So wenig ich auch nur mit der Antwort zögere Walter bemerkt es doch die Wahrheit fährt er fort bitte die volle Wahrheit ich bin ja kein Arzt ich kann nicht wissen das tut nichts geben sie mir Antwort ich bitte sie ich fasse den kranken aufmerksam ins Auge und lege mein Ohr auf seine Brust Seit einigen Tagen hat dieses furchtbare Fortschritte in ihm gemacht offenbar funktioniert der eine Lungenflügel gar nicht mehr und vermag der andere dem Atembedürfnisse nur noch mit genauer Not zu entsprechen Gleichzeitig leidet Walter an einen sehr heftigen Fieber das bei tuberkulösen Erkrankungen ein Symptom des nahen Endes zu sein pflegt Was kann ich auf die Frage des Leutnants antworten Forschend ruht sein Blick auf mir so dass ich mir kaum zu helfen weiß und ich suche nach einer ausweichenden Erwiderung Mein lieber Freund sage ich bei der Lage in der wir uns befinden kann habe wer weiß ob nicht vor Ablauf einer Woche alle die das Floß jetzt trägt vor Ablauf einer Woche murmelt der Leutnant dessen brennender Blick auf mir haftet dann wendet er den Kopf und scheint einzuschlummern am 24 25 und 26 Dezember hat sich in unserer Situation nicht das geringste geändert so unglaublich es erscheinen mag so haben wir uns doch an das Hungern allmählich gewöhnt die Berichte von Schiffsbrüchigen haben nicht selten Tatsachen welche mit den hier beobachteten übereinstimmen angeführt wenn ich jene las war ich geneigt sie für Übertreibungen anzusehen darin täuschte ich mich und jetzt sehe ich wohl ein dass ein Mangel an Nahrung weit länger ertragen werden kann als ich je geglaubt hätte überdies hat der Kapitän unserem halben Pfund Schiffs Zwieback jetzt einige Tropfen Brandwein hinzugefügt und erhält dieses Regime unsere Kräfte mehr als man annehmen sollte oh wenn wir diese Ration für zwei Monate ach nur für einen sicher wären doch unser Vorrat geht zu Ende und jeder kann den Augenblick voraussehen in dem auch diese magere Nahrung uns völlig fehlen muss um jeden Preis müssen wir also aus dem Meere eine Vermehrung unserer Nahrungsmittel zu erlangen suchen was jetzt immerhin ziemlich schwierig ist Indessen fertigen der Hochbootsmann und der Zimmermann aus aufgelösten Seilen neue Angelschnurren an und versehen diesen mit aus Planken gezogenen krummgebogenen Nägeln der Hochbootsmann scheint mit dem Ergebnis der Arbeit ganz zufrieden bestellt zu sein das sind zwar keine tadellosen Angelhaken diese Nägel sagt er zu mir indes ein Fisch könnte an ihnen ebenso gut hängen bleiben wenn wir nur einen Köder daran hätten nun haben wir als solchen aber bloß Schiffs wie Back der daran nicht lange halten kann wenn es erst gelungen ist einen zu fangen würde ich die Angeln mit seinem Fleische als Lock Speise versehen aber den ersten Fisch zu erlangen darin liegt die große Schwierigkeit der Hochbootsmann hat recht und voraussichtlich ist unser Angeln erfolglos indes man probiert es auf gut Glück und die Schnüre werden ausgelegt wie zu erwarten stand beißt kein Fisch an und offenbar ist das Meer hier auch nicht gerade fischreich während des 28. und 29. Dezember setzen wir unsere vergeblichen Versuche fort die zwei Markstücken welche an die Nägel gesteckt werden erweichen sich natürlich im Wasser fallen ab und bedürfen einer wiederholten Erneuerung damit verschwenden wir aber einen Teil der Substanz welche unsere einzige Nahrung darstellt und sind doch schon an dem Punkte angelangt die letzten Brocken zu zählen der Hochbootsmann der die gewöhnlichen Mittel erschöpft hat kommt auf den Einfall ein Stückchen Stoffgewebe an die Nägel zu befestigen Miss Herbey opfert deshalb eine Ecke des roten Schaltuchs das sie trägt und vielleicht lockt der rote unter dem Wasser lebhaft leuchtende Stoff einen gefräßigen Meeresbewohner an Im Laufe des 30. Dezember schreitet man zu diesem neuen Versuchen mehrere Stunden lang lässt man die Schnüre dem Flose in beträchtlicher Tiefe nachschwimmen doch wenn sie heraufgezogen werden zeigt sich das rote Wollen Stückchen immer wieder vollkommen unversehrt dem Hochbootsmann singt aller Mut hier versiegt uns noch eine Quelle auf die wir unsere Hoffnung setzen was würde man nicht für den ersten Fisch bieten mit dem man dann andere zu fangen im stande wäre ein einziges mittel gäbe es noch unsere angel mit einem köder zu versehen sagt der Bootsmann halblaut zu mir und welches frage ich ihn das werden sie später erfahren antwortet mir der Seemann und wirft mir einen unverständlichen Blick zu was sollen diese Worte eines Mannes bedeuten den ich immer als sehr zurückhaltend gekannt habe die ganze nacht hindurch kommen sie mir nicht aus dem Sinn Ende von Kapitel 37 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 38 von Der Chancellor von Jules Verne gelesen von Ragnar Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kapitel Vom ersten bis fünften Januar Es sind nun drei Monate verflossen daß wir Charleston auf dem Chancellor verlassen und zwanzig Tage die wir schon auf dem Floße von der Gnade der Winde und Strömungen abhängig verbracht haben sind wir weiter nach Westen nach der amerikanischen Küste gekommen oder hat uns das Unwetter noch weiter von jedem Lande verschlagen Es ist jetzt sogar unmöglich geworden hierüber klar zu werden Bei dem letzten und so verderblichen Sturme sind auch die Instrumente des Kapitäns trotz aller Vorsichtsmaßregeln beschädigt worden und Robert Curtis besitzt jetzt weder einen Kompass um die Richtung zu bestimmen in der wir fahren noch einen Sextanten um eine Höhenmessung vorzunehmen Sind wir nun einer Küste nahe oder noch hunderte von Meilen von einer Seuchen entfernt Man kann es nicht wissen doch ist da alle Umstände gegen uns gewesen sind vielmehr zu befürchten daß wir noch weiter hinaus getrieben wurden Diese absolute Unkenntnis unserer Lage hat etwas Beängstigendes doch so wie die Hoffnung nie des Menschen herz verlässt so lieben wir es trotz aller Gegengründe zu glauben daß eine Küste in der Nähe sei jeder beobachtet den Horizont und sucht in dessen glatt verlaufender Linie ein Land zu entdecken wie häufig täuschen uns Passagiere die Augen ein Nebel eine Wolke eine Bewegung des Wassers Kein Land erscheint kein Schiff verirrt sich in den unendlichen Kreis um uns in dem Himmel und Meer verschmelzen und dessen Mitte das Floß unverändert einnimmt am ersten Januar haben wir unseren letzten Zwieback verzerrt oder richtiger unseren letzten Brocken Zwieback am ersten Januar welche Erinnerungen weckt dieser Tag und wie traurig erscheint uns dagegen der heutige das neue Jahr der erste Tag desselben wie brachte man sich einander seine Wünsche dar schmeichelte man sich mit den Hoffnungen die das Herz erfüllten und ziemt sich nichts von alledem die Worte ich wünsche ihnen ein glückliches Neujahr die man doch nur mit freudigem Angesichte aussprechen kann wem von uns kämen sie jetzt über die Lippen wer vermöchte auch nur einen Tag für sich selbst noch zu hoffen da nähert sich mir der Hochboots Mann sieht mich ganz eigentümlich an und sagt Mr. Kesselin ich wünsche ihnen ein Glück ein glückliches neues Jahr nein nur einen glücklichen Tag und das will schon viel sagen denn wir haben nichts mehr zu essen auf dem Flosse nichts mehr wir wußten es ja und doch als die Stunde der Verteilung kam traf es uns wie ein neuer schlag man mochte an diesen absoluten Mangel an allem nicht glauben gegen abend fühle ich ein heftiges zusammenziehen des magens dann folgt ihm ein schmerzhaftes gähnen das sich zwei Stunden nachher ein wenig mindert am am nächsten tage dem dritten januar bin ich sehr erstaunt nicht mehr zu leiden ich fühle in mir eine furchtbare leere doch ist das ebenso ein gefühl geistiger wie körperlicher zerschlagen hat mein schwerer kopf schwankt auf den schultern und es wird mir schwindelig so als ob ich in einen abgrund blickte die erscheinungen gleichen sich aber nicht bei allen von uns und einige meiner gefährten leiden schon ganz entsetzlich unter anderem Daulas der Zimmermann und der Bootsmann die von Natur aus starke Esser sind die Hungers Qualen pressen ihnen unwillkürlich schmerzensschreie aus und sie schnüren sich mit einem stricke zusammen wir sind aber jetzt erst am zweiten tage jenes halbe pfund zwieback jene mageren rationen die uns noch vor wenig tagen so unzureichend erschienen wie vergrößert sie unser verlangen wie enorm erscheinen sie uns jetzt da wir gar nichts mehr haben wenn man uns jetzt diese stückchen zwieback noch zuteilte nur die hälfte ja nur den vierten teil davon wir würden mehrere tage damit ausreichen in deren fugen eine vorübergehende milderung dieser leiden wenn sich unsere bleiernen augenlider ja einmal schließen so verfallen wir vielmehr einer fieberhaften betäubung die uns mit albdrücken quält und und doch die letzte nacht unterlag ich der erschöpfung und habe einige stunden ruhen können am anderen tage erwache ich um sechs uhr morgens durch lautes geschrei ich springe auf und sehe im vorder teile den neger djinstorp die matrosen owen flaypel wilson berg und sanden wie zum angriffe zusammengetreten diese schurken haben sich der werkzeuge des zimmermanns der äxte des beiles der meißel und so weiter bemächtigt und bedrohen damit den kapitän den bootsmann und daulas ich geselle mich schleunigst zu robert kurtis und den seinen fordston folgt mir unmittelbar wir haben als waffen zwar nur unsere messer sind aber nicht minder entschlossen uns zu verteidigen owen und die übrigen dringen auf uns zu die verblendeten sind betrunken in der nacht haben sie das brandweinfäßchen gestohlen und es fast ausgetrunken was mögen sie wollen owen und der neger die noch am meisten bei sinnen zu sein scheinen reizen die anderen auf uns nieder zu machen und jene unterliegen gewissermaßen wäre der betrunken weg da die brust sie von von chanceller am fünften und sechsten januar diese szenen haben uns tief ergriffen owens unter den tatsächlichen verhältnissen gegebene antwort ist wohl geeignet als ihre leiden verlängert darauf kommt es nicht an mr letteneure mischt sich da miß herby ein sie haben ihre pflicht getan immer dasselbe gefühl der pflicht welche dem jungen mädchen über alles geht sie ist durch die grausamen entbehrungen abgemagert ihre durch die fortwährende feuchtigkeit verdorbenen und schadhaft gewordenen kleider flattern umher doch keine klage kommt aus ihrem mund und nichts vermag ihr den mut zu rauben mr castellan fragt sie mich nicht wahr wir werden hungers sterben müssen wie lange kann man wohl leben ohne zu essen weit länger als man glauben sollte vielleicht lange unbestimmbare tage kräftige personen leiden ja wohl dabei am meisten ja aber sie unterliegen schneller das gleicht sich aus wie war ich nur imstande dem jungen mädchen so zu antworten wie ich fand kein wort des trostes für sie ich habe ihr die gräßliche wahrheit schonungslos ins gesicht geschleudert ist denn in mir jedes menschliche gefühl erloschen andré letourneur und sein vater die mich hören konnten sahen mich wiederholt erstaunt mit ihren großen vom hunger erweiterten augen an sie schienen sich zu fragen ob ich es war der also sprach einige minuten später als wir ziemlich allein waren sagte mir miss herbe mit leiser stimme mr castellan würden sie mir wohl einen dienst erweisen gern miss habe ich erregt geantwortet bereit für das junge mädchen alles zu tun wenn ich vor ihnen sterbe fährt miss herbe fort und das kann ja der fall sein trotzdem ich schwächlicher bin so versprechen sie mir meine leiche ins meer zu werfen miss herbe ich tat sehr unrecht nein nein fällt sie mir trübe lächelnd ins wort sie taten ganz recht daran mir alles zu sagen nur versprechen sie mir die erfüllung meiner bitte es ist wohl eine schwäche von mir lebend fürchte ich nichts aber tod versprechen sie mir mich ins wasser zu werfen ich habe es ihr versprochen miss herbe reichte mir die hand zum danke und ich fühle wie ihre mageren finger leise die meinigen drücken noch eine nacht ist vorübergeschlichen zu zeiten sind meine qualen so arg daß ich unwillkürlich aufschreie dann meldern sie sich wohl auch wieder und ich versinke in eine art stumpfsinn beim wiedererwachen wundere ich mich meine leidensgefährten noch lebend zu finden derjenige von uns der am wenigsten zu leiden scheint ist der stuart hobbit von dem bis jetzt nur wenig die rede gewesen ist es ist ein kleiner mann von zweideutigem aussehen mit schmeichlerischen blicken und einem ewigen lächeln das aber nur seine lippen angeht seine augen sind stets halb geschlossen so als wollte er seine gedanken verbergen und seine ganze erscheinung atmet falschheit er ist ein heuchler ich schwöre darauf und wirklich wenn ich sagte daß ihm die entbehrungen am wenigsten zuzusetzen schienen so ist damit nicht etwa gesagt daß er keine klagen laut werden ließe im gegenteil er seufzt ohne unterlass aber ich weiß nicht warum mir sein gewimmer nur affektiert vorkommt es wird sich das wohl zeigen ich werde diesen mann beobachten denn ich habe einen verdacht gegen ihn über den ich mir gern klar würde heute am sechsten januar nimmt mich mr letourneur beiseite führt mich nach dem hinterteil des floßes und das mit dem aussehen als habe er mir eine geheime mitteilung zu machen er wünscht weder gesehen noch gehört zu werden ich begebe mich mit ihm nach der hinteren ecke des backbord und nachdem der abend angebrochen vermag uns niemand mehr zu sehen mein herr beginnt mr letourneur mit leiser stimme ist sehr schwach mein sohn stirbt mir vor hunger ich kann das nicht lange mit ansehen nein ich kann es nicht mr letourneur spricht in einem tone dem man den verhaltenen zorn anmerkt und sein accent hat etwas wildes an sich doch begreife ich wohl wie dieser vater leiden mag lieber herr sage ich und ergreife seine hand verzweifeln wir noch nicht wenn ein schiff ich verlange von ihnen keine billigen trostes worte unterbricht mich der arme vater es wird hier kein schiff vorbeikommen das wissen sie recht gut nein es handelt sich um etwas anderes seit wann hat mein sohn haben sie selbst und wir alle nichts gegessen diese frage lässt mich einigermaßen erstaunen und ich antworte seit dem zweiten januar ist der zwieback ausgegangen wir haben jetzt den sechsten es sind demnach vier tage das daß sie nichts gegessen haben nun wohl bei mir sind es schon acht acht tage ja ich habe für meinen sohn gespart bei diesen worten brechen ihm tränen aus den augen ich fasse mr letourneurs hand kaum bin ich imstande zu reden ich sehe ihn bewundernd an acht tage herr mein herr sage ich endlich was verlangen sie von mir halt nicht so laut es darf uns niemand hören so sprechen sie ich möchte und seine stimme wurde noch leiser ich wünsche daß sie andré von meinem ersparten anbieten aber können sie das nicht selbst nein nein er würde glauben daß ich mich für ihn beraubt habe er würde es nicht annehmen nein es muß von ihnen kommen mr letourneurs aus mitleiden bittet mich der unglückliche vater aus erbarmen leisten sie mir diesen liebesdienst den größten um den ich sie angehe übrigens für ihre bemühungen mr letourneurs ergreift meine hand und streichelt sie zärtlich für ihre bemühungen können sie ja auch ein wenig davon essen armer vater bei seinen worten zittere ich wie ein kind mein ganzes wesen ist in aufregung und mein herz arbeitet zum zerspringen gleichzeitig fühle ich wie mr letourneurs ein stück schiffs zwieback in meiner hand gleiten läßt nehmen sie sich in acht daß niemand sie gewahr wird sagt er die ungeheuer fielen über sie her und töteten sie das ist nur für einen tag doch morgen werde ich ihnen ebenso viel übergeben der unglückliche traut mir nicht vielleicht hat er recht denn so wie ich das stück zwieback in meinen händen fühle kann ich's mir kaum verwehren es zum munde zu führen doch ich habe mich überwunden und wer diese zeilen liest wird begreifen was meine feder jetzt nicht zu schildern vermag mit der in diesen niedrigen breiten eigentümlichen schnelligkeit ist die nacht hereingebrochen ich schleiche mich vorsichtig zu andré letourneurs und biete ihm das kleine stückchen zwieback an so als ob es von mir käme der junge mann erfasst es mit begierde und mein vater sind seine nächsten worte ich versichere ihm daß sein vater auch seinen teil hat ich den meinen daß ich ihm morgen die folgenden tage auch noch so viel führte zukommen lassen können er möge es nur nehmen nur nehmen andré hat mich nicht gefragt woher dieser zwieback komme und hat ihn schleunig zum munde geführt und diesen abend habe ich trotz mr letourneurs angebot nichts gegessen gar nichts Ende von Kapitel 39 von der Chancellor Kapitel 40 von der Chancellor von Jules Verne gelesen von Ragnar dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kapitel 40 von der Chancellor von Jules Verne Am 7. Januar Seit einigen Tagen spült das Meer fast unaufhörlich über die Plattform des Floßes hinweg und hat nach und nach die Füße einiger Matrosen wund gemacht Owen, den der Bootsmann seit der Revolte im Vorderteil gefesselt hält, ist in bejammernswertem Zustande und seine Bande werden auf unsere Bitten hin gelöst Auch Sanden und Burke haben durch das ätzende Salzwasser mehr oder weniger gelitten und sind wir andern nur deshalb davon verschont geblieben weil das Hinterteil des Floßes den Wellen weniger ausgesetzt ist Heute hat sich der Hochbootsmann in wütendem Hunger auf das Segelzeug sowie auf Holzstücke gestürzt und noch immer höre ich seine Zähne diese Stoffe zermalmen Der Unglückliche sucht nur seinen Magen zu füllen, um die Schleimhäute desselben wieder einmal auszudehnen Zuletzt findet er an einem der Maststücke, welche die Plattform tragen, ein Stück Leder Dieses Leder ist ja eine tierische Materie, deren er sich bemächtigt, sie verzehrt und mit welcher er sich doch einige Erleichterung zu verschaffen scheint Alle tun es ihm nach Ein Hut von gummiertem Leder, die Sturmriemen der Mützen Jede animalische Substanz wird angenagt Uns treibt ein bestialischer Instinkt, dem niemand zu widerstehen vermag Einen Augenblick scheint es, als ob wir aller menschlichen Eigenschaften beraubt wären und niemals werde ich diese Szenen vergessen Wenn auch der Hunger nicht eigentlich zu stillen war, so ist doch sein Drängen eine Zeitlang unterdrückt Einige unter uns konnten diese Art Nahrung freilich nicht einmal vertragen und fingen darauf an, an Übelkeit zu leiden Man verzeihe mir diese Einzelheiten Ich mag nichts verhehlen, was die Schiffbrüchigen des Chanceler zu leiden hatten Man wird aus diesen Berichten erfahren, welches moralische und physische Elend menschliche Wesen zu ertragen imstande sind Das verleihe diesem Tagebuche seinen Wert Ich werde nichts verschweigen und leider ahnet mir, dass wir unsere Leiden noch nicht erschöpft haben Eine Beobachtung, die ich während der oben erwähnten Szene zu machen Gelegenheit hatte, bestärkt mich in meinem Verdacht gegen den Stuart Trotzdem, daß Horvath sein Jammern nicht unterbrach, er es womöglich noch übertrieb, hat er sich bei jener Szene nicht beteiligt Wenn man ihn hört, sollte man glauben, daß er schon Hunger sterbe Und wenn man ihn sieht, scheint er allein von den allgemeinen Qualen verschont zu sein Besitzt dieser Heuchler noch einen geheimen Vorrat? Ich habe ihn schon überwacht, aber noch nichts entdecken können Die Hitze ist immer bedeutend und sogar unerträglich, wenn die Brise sie nicht mäßigt Unser Wasservorrat ist gewiß unzureichend, aber der Hunger ertötet in uns den Durst Und wenn ich mir nun gar noch sage, daß die Entbehrung des Wassers uns noch mehr foltern wird, als die der festen Nahrung So kann ich es kaum glauben oder mir wenigstens nicht augenblicklich vergegenwärtigen Doch steht diese Tatsache unzweifelhaft fest, und Gott wolle es verhüten, daß wir auch das noch auskosten sollen Zum Glück enthält die halb zerbrochene Wassertonne noch immer einige Pinten Wasser, und die andere ist ja noch unversehrt Trotzdem sich unsere Anzahl vermindert hat, so hat der Kapitän dennoch, entgegen dem Widersprüche von manchen Seiten Die täglichen Rationen auf eine halbe Pinte herabgesetzt Ich stimme ihm hierin vollständig bei Vom Brandwein haben wir nur noch eine Viertel Gallone übrig, die auf dem Hinterteile des Floßes an sicherer Stelle untergebracht ist Heute, am siebten, gegen ein halb acht Uhr abends, hat wieder einer von uns aufgehört zu leiten Wir sind nur noch vierzehn Der Leutnant Water hat sein Leben in meinen Armen ausgehaucht Und weder die Sorgfalt Miss Herbys noch die meinige hat ihm nützen können Er hat überstanden Wenige Minuten vor seinem Tode hat der Leutnant Miss Herbys und mir mit einer kaum noch zu verstehenden Stimme Seinen Dank ausgesprochen Mr. Kesslin, flüsterte er und ließ einen zerknitterten Brief aus seiner zitternden Hand gleiten Dieser Brief von meiner Mutter Ich habe keine Kräfte mehr Der letzte, den ich erhielt Sie schreibt mir Ich erwarte dich, mein Kind Ich will dich wiedersehen Nein, Mutter Du wirst mich nicht mehr wiedersehen Bis da Diesen Brief Legen Sie ihn dahin Auf meine Lippen Da Dahin Ihn küssend Will ich sterben Meine Mutter Mein Gott Ich habe den Brief aus Leutnant's Wortes schon erkaltete Hand genommen Und ihn auf seine Lippen gelegt Noch einen Augenblick schien sein Auge aufzuleuchten Und wir hörten ein schwaches Geräusch Wie von einem Kusse Er ist tot Der Leutnant Wotan Gott sei seiner Seele gnädig Ende von Kapitel 41 von der Chancellor von Jules Verne gelesen von Ragnar Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kapitel 41 von der Chancellor von Jules Verne Am 8. Januar Die ganze Nacht über bin ich neben dem toten Körper geblieben und miß Herbie hat wiederholt Gebete für sein Seelenheil verrichtet Bei Anbruch des Tages ist der Leichnam völlig erkaltet Ich hatte Eile Ja, Eile ihn ins Meer zu werfen Und er suchte Robert Curtis mir in diesem traurigen Geschäfte beizustellen Nach Einhüllung in seine Kleidungsstücke werden wir ihn den Wellen übergeben Und ich hoffe, daß er bei seiner außerordentlichen Magerkeit sich nicht schwimmend erhalten wird Mit Tagesgrauen treffen wir, Robert Curtis und ich, gewisse Vorsichtsmaßregeln, nicht gesehen zu werden Und entnehmen den Taschen des Leutnants noch einige Gegenstände, welche dessen Mutter zugestellt werden sollen, wenn einer von uns am Leben bleibt Eben, als ich den Leichnam in die Kleidungsstücke bringen will, die ihm als Bartuch dienen sollen, kann ich eine Bewegung des Entsetzens nicht unterdrücken Der rechte Fuß fehlt Das Bein ist nur noch ein blutiger Stumpf Wer ist der Urheber dieser Schändung? Ich bin also doch wohl in der Nacht einmal der Ermüdung erlegen Und jemand hat sich meinen Schlummer zu Nutzen gemacht, diesen Körper zu verstümmeln Aber wer, wer hat das getan? Robert Curtis sieht ringsum her und seine Augen sprühen Flammen An Bord bemerkt man nichts Ungewöhnliches, nur einige Jammerlaute unterbrechen das Stillschweigen Vielleicht belauert man uns Eilen wir, die Überreste ins Meer zu bringen, um noch schrecklichere Auftritte zu vermeiden Nach einem kurzen Gebete des Kapitäns lassen wir den Leichnam in die Fluten gleiten In denen er sofort versinkt Donnerwetter, die Haifische werden gut gemästet Wer sprach das? Ich drehe mich um Es war der Neger Ginsturb Der Bootsmann stand gleichfalls in meiner Nähe Vermuten Sie, sage ich zu ihm, dass jene Unglücklichen diesen Fuß Diesen Fuß, ah, ja, erwidert mir der Hochbootsmann Im Übrigen war das ihr Recht Was, ihr Recht? rufe ich erstaunt Herr, entgegnet der Hochbootsmann Es ist besser, einen Toten zu verzehren, als einen lebendigen Diese frostige Antwort lässt mich verstummen Und ich gehe, um mich zu sammeln nach dem Hinterteil des Floßes Gegen elf Uhr überrascht uns ein glücklicher Zufall Der Hochbootsmann, der schon seit dem Morgen Seine Angelschnuren wieder hat nachschleppen lassen Erzielt einen Erfolg Er hat drei Fische gefangen Es sind drei ziemlich große Schellfische Von vierundzwanzig Zentimeter Länge Und zu der Art gehörig, welche getrocknet unter dem Namen Stockfisch bekannt ist Kaum hat der Hochbootsmann die drei Fische an Bord gezogen So stürzen sich die Matrosen auf dieselben Der Kapitän Curtis, Folsten und ich werfen uns dazwischen Und die Ordnung ist bald wieder hergestellt Es ist freilich wenig, drei Schellfische für vierzehn Verhungerte Doch es bekommt jeder seinen Teil Die einen verschlingen die Fische roh, man möchte sagen noch lebend Und das tun die meisten Robert Curtis, Andriele Tourneur und Miss Herbie Haben die Überwindung zu warten Auf einer Ecke des Floßes entzünden sie mittels einiger Stückchen Holz Ein Feuer und rösten ihren Anteil Ich habe nicht denselben Mut gehabt Und verzehre das Fleisch noch blutend Mr. Le Tourneur ist nicht weniger ungeduldig gewesen Als ich und die meisten anderen Wie ein ausgehungerter Wolf stürzte er sich auf das ihm zukommende Stück Fisch Wie vermag dieser unglückliche Mann, der so lange nichts genossen hat Nur überhaupt noch zu leben Ich begreife das nicht Ich erwähnte die große Freude des Bootsmannes, als er seine Angeleinen einzog Und diese Freude steigert sich fast bis zum Wahnwitz Wenn der Fischfang noch weitere Beute liefert, ist es sicher, daß er uns vor einem grauenvollen Tode rettet Ich spreche deshalb mit dem Hochbootsmann und treibe ihn an, seine Versuche zu wiederholen Jawohl, antwortet er mir Ja, gewiß, ich werde es tun Und warum legen sie die Schnuren nicht schon wieder ein? Jetzt nicht, erwidert er ausweichend Die Nacht ist günstiger als der Tag zum Fangen der größeren Fische Und wir dürfen auch den Köder nicht verschwenden, denn vorhin haben wir Dummköpfe auch nicht ein Stückchen übrig gelassen, um es zum nächsten Fischfang zu verwenden Das ist wahr, und der Fehler vielleicht nicht wieder gut zu machen Indessen, werfe ich ein, da es ihnen das erste Mal gelang ohne Lockspeise Ich hatte welche Eine gute? Eine ausgezeichnete, Herr, da jene Fische darauf anbissen Ich sehe den Bootsmann an, dessen Blick auch auf mir haftet Haben Sie auch noch etwas für Ihre Angelhaken übrig? frage ich Jawohl, antwortete der Seemann mit leiser Stimme und wendet sich ohne ein weiteres Wort weg Die dürftige Nahrung hat uns aber doch einige Kräfte gegeben und neue Hoffnungen erweckt Wir sprechen von dem Fischfange des Hochbootsmannes und können es gar nicht glauben, daß dieser nicht wiederholt von Erfolg sein werde Sollte das Geschick endlich satt sein, uns zu prüfen? Ein unwiderleglicher Beweis dafür, daß in unserem Geiste eine Veränderung vor sich gegangen ist, liegt für mich darin, daß wir anfangen, von der Vergangenheit zu reden Unsere Gedanken sind nicht einzig und allein auf die matervolle Gegenwart gerichtet oder auf die furchtbare Zukunft, die uns doch drohend bevorsteht Die Herren Letonneur, der Ingenieur Folsten, der Kapitän Curtis und ich erinnern uns der einzelnen Vorkommnisse seit dem Schiffbruch Lassen die Bilder der Umgekommenen an uns vorbeiziehen, die Details der Feuersbrunst, die Strandung des Fahrzeugs, das Hemwalk Island, den Leck, die schreckliche Fahrt in den Mastkörben, das Floß, den Sturm, alle jene Zufälle, welche uns jetzt so fern zu liegen scheinen Ja, alles das hat uns betroffen Und doch leben wir noch Wir leben Aber kann man diesen Zustand wirklich ein Leben nennen? Von 28 sind wir nur noch 14 übrig Bald vielleicht nur noch 13 Eine böse Zahl, sagt der junge Letonneur Doch würden wir wohl große Probleme haben, einen 14. für uns zu finden In der Nacht vom 8. zum 9. hat der Hochbootsmann seine Leinen aufs Neue ausgelegt und ist selbst auf dem Hinterteile des Floßes geblieben, da er die Überwachung jener niemandem anvertrauen wollte Am Morgen gehe ich auf ihn zu Kaum graut der Tag und mit den brennenden Augen sucht der Angler schon die Dunkelheit des Wassers zu durchdringen Er hat mich weder schon gesehen noch kommen hören Ich berühre leise seine Schulter Er wendet sich halb erschrocken um Nun, wie steht's, Bootsmann? Die verdammten Haifische haben mir den Köder weggeschnappt Antwortet er mit tonloser Stimme Und Sie haben keinen mehr? Nein Und wissen Sie, was damit bewiesen ist? Fügt er hinzu Und drückt mir den Arm Damit ist bewiesen, daß man nichts bloß halb tun soll Ich lege meine Hand auf seinen Mund Ich habe ihn verstanden Armer Huerta Ende von Kapitel 41 von der Chanceler von Jules Verne Kapitel 42 von der Kernselor Gelesen für LibriVox.org Von Monika Krämer Heute herrscht in der Atmosphäre um uns wieder vollkommene Ruhe Die Sonne brennt, die Brise schweigt ganz und gar Und keine Furche unterbricht die langen Wellen des Meeres, das sich unmerklich hebt Wenn keine Strömung vorhanden ist, deren Richtung wir nicht zu bestimmen imstande sind So muß das Floß ganz unbeweglich feststehen Ich sagte, daß die Hitze heute unerträglich sei Unser Durst ist aber infolgedessen noch weit unerträglicher Zum ersten Male leiden wir ganz entsetzlich von dem Mangel an Wasser Und mir wird es nun deutlicher, daß die Qualen des Durstes noch schrecklicher sind Als die des Hungers Schon hat sich bei den meisten von uns der Mund, der Schlund und der Kehlkopf vor Trockenheit zusammengeschnürt Und die Schleimhäute verhornen fast durch die warme Luft, welche das Atmen ihnen zuführt Auf meine Bitte geht der Kapitän für dieses Mal von dem gewohnten Regime ab Er erlaubt eine doppelte Wasserration Und wir haben an diesem Tage unseren Durst viermal, wohl oder übel, stillen können Ich sage wohl oder übel, denn dieses auf dem Boden der Tonne befindliche Wasser Ist trotz der Bedeckung mit einem nassen Segel ganz lauwarm geworden Alles in allem ist heute ein böser Tag Und von Neuem verfallen die Matrosen unter den Qualen des Hungers der Verzweiflung Auch bei Aufgang des Mondes hat sich die Brise nicht wieder erhoben Da aber die Nächte in den Tropen immer etwas frisch sind, so gewährt das uns doch einige Erleichterung Während des Tages aber bleibt die Temperatur ganz unerträglich Und diese so auffällige Erhöhung derselben unterstützt die Meinung, daß wir weiter nach Süden getrieben sind Nach dem Lande auszulugen, hat man jetzt ganz aufgegeben Der ganze Erdball scheint nur noch eine Wasserkugel zu sein Immer und ewig der grenzenlose Ozean Am zehnten dieselbe Ruhe, dieselbe Hitze Der Himmel geißt nur einen Feuerregen auf uns herab Und wir atmen glühende Luft Unser Bedürfnis zu trinken wächst ohne Maß Und wir vergessen fast die Pein des Hungers Mit solcher Gier erwarten wir den Augenblick Bis Robert Curtis die wenigen Tropfen unserer Wasserrationen austeilt Oh, könnten wir uns nur einmal satt trinken Könnten wir unseren Vorrat erschöpfen und dann sterben In diesem Augenblicke, es ist jetzt Mittag Wird einer unserer Gefährten von den heftigsten Schmerzen ergriffen Die ihm manchen grässlichen Schrei auspressen Es ist der elende Owen Der im Vorderteil liegen sich unter schrecklichen Konvulsionen krümmt Ich schleppe mich zu ihm hin Was er auch verbrochen haben mag Die Menschlichkeit gebietet es zu versuchen Ob ihm einige Hilfe zu bringen ist Aber gleichzeitig stößt der Matrose Flaypool einen lauten Schrei aus Ich drehe mich um Flaypool ist am Maste in die Höhe geklettert Und seine Hand zeigt nach Osten gegen den Horizont Ein Schiff ruft er Schnell sind alle auf den Füßen Eine Todesstille herrscht an Bord Auch Owen vergisst seine Schmerzen und hat sich mit erhoben Wirklich ist in der von Flaypool bezeichneten Richtung Ein weißlicher Punkt sichtbar Aber ändert er denn seine Stelle? Ist es ein Segel? Was denken die Seeleute darüber Welche ja dafür ein so scharfes geübtes Auge haben? Ich beobachte Robert Curtis Der mit gekreuzten Armen den weißen Punkt ins Auge fasst Seine Wangen springen vor Alle Teile seines Gesichtes sind infolge der Zusammenziehung Der kreisförmigen Augenmuskeln emporgedrängt Seine Augenbrauen runzeln sich Seine Lieder sind halb geschlossen Und er konzentriert in seinem Blicke Alle ihm zu Bote stehende Sehkraft Wenn jener weiße Punkt ein Segel ist Wird er sich darüber nicht täuschen Doch nein Er schüttelt den Kopf Seine Arme fallen schlaff herab Ich sehe dorthin Der weiße Punkt ist nicht mehr vorhanden Es war kein Schiff Es war irgendein Reflex Ein schäumender Wellenkamm oder Wenn es ein Schiff gewesen ist So ist es eben wieder verschwunden Welch eine Niedergeschlagenheit folgt diesen Momenten der Hoffnung Alle haben wir unseren gewohnten Platz wieder eingenommen Robert Curtis verharrt unbeweglich Aber er mustert den Horizont nicht mehr Da wiederholen sich Owens Schmerzensschreie heftiger als zuvor Sein ganzer Körper windet sich unter der qualvollen Pein Und sein Anblick ist wahrhaft erschreckend Seine Gehle schnurrt ein spasmodischer Krampf zusammen Seine Zunge ist trocken, der Leib aufgetrieben, der Puls klein, schnell und unregelmäßig Der Unglückliche leidet an konvulsivischen Bewegungen und selbst an tetanischen Zucken Diese Symptome lassen keinen Zweifel übrig Owen ist durch ein Kupferoxyd vergiftet Wir haben kein Gegenmittel, um die Wirkung des Giftes zu neutralisieren Doch kann man wohl Erbrechen hervorrufen, um den Mageninhalt des Kranken vorzuschaffen Warmes Wasser muss diesen Erfolg erzielen Und ich bitte also Robert Curtis um etwas Wasser Der Kapitän sagt es mir zu Doch die Flüssigkeit der ersten Tonne ist zu Ende gegangen Und ich will meinen Bedarf also aus der zweiten, noch unberührten entnehmen Als Owen sich auf die Knie erhebt und mit einer Stimme Welche kaum noch eine menschliche zu nennen ist, ausruft Nein, nein, nein Warum dieses Nein? Ich kehre zu Owen zurück und erkläre ihm, was ich vorhabe Doch entschiedener widersetzt er sich aber, von diesem Wasser zu trinken Ich versuche demnach durch Kitzeln des Schlundes bei dem unglücklichen Erbrechen zu erzeugen Und bald gibt er auch bläuliche Massen von sich Es ist nur zu gewiß, dass Owen mit einem Kupfersulfat mit Kupfervitriol vergiftet ist Und was wir auch vornehmen, Owen ist verloren Aber auf welche Weise hat er sich vergiften können Das Erbrechen hat ihm einige Erleichterungen verschafft Und er vermag endlich zu sprechen Der Kapitän und ich, wir fragen ihn Ich mag es gar nicht versuchen, den Eindruck zu schildern Den die Antwort des Unglücklichen auf uns machte Owen hat, von unbezähmbarem Durst getrieben Einige pinnten Wasser aus der noch unberührten Tonne gestohlen Und das Wasser aus derselben ist vergiftet Ende von Kapitel 42 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 43 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Vom 11. bis 14. Januar Owen ist in der Nacht unter titanischen Zuckungen Welche einen seltenen Grad der Intensität erreichten, gestorben Es ist nur zu wahr Die vergiftete Tonne hat früher Kupfervitriol enthalten Das ist Tatsache Durch welchen unglücklichen Missgriff Diese Tonne gerade als Wasserbehälter benutzt wurde Und durch welchen bedauernswerten Zufall Gerade sie auf das Floß mitverladen worden ist Alles das kommt ja wenig in Betracht Eins steht fest Daß wir kein Wasser mehr haben Owens Körper mußte sofort ins Meer geworfen werden Da er unmittelbar nach dem Tode in Zersetzung überging Und der Hochbootsmann hätte nicht einmal seine Leine Mit dem toten Fleisch als Köder versehen können Da dieses jeden Zusammenhang verloren hatte Der Tod dieses Elenden ist für uns nicht einmal von Nutzen gewesen Wir alle kennen unsere tatsächliche Situation Und verhalten uns still in dumpfem Brüten Was sollten wir auch sprechen Schon den Ton unserer Stimme zu hören Berührt uns schmerzlich Bei unserer übermäßigen Reizbarkeit ist es besser Daß wir gar nicht reden Denn das geringste Wort Ein Blick, eine Geste Könnten ausreichen Unberechenbare Folgen hervorzurufen Ich begreife nicht, wie es kommt Daß wir noch nicht alle von Sinnen sind Am 12. Januar haben wir keinen Tropfen Wasser erhalten Da der letzte Tropfen tags vorher ausgeschöpft war Am Himmel ist keine Wolke, die etwas Regen verspräche Und ein Thermometer zeigte im Schatten gewiß 40 Grad Celsius Wenn auf dem Floße überhaupt an Schatten zu denken wäre Am 13. ist die Lage die gleiche Das Meerwasser beginnt auch mir die Füße wund zu ätzen Doch das beachte ich fast gar nicht Auch der Zustand derjenigen Die an diesem Übel schon länger leiden Ist dadurch nicht wesentlich verschlimmert Oh dieses Wasser, das uns ringsum gibt Wenn ich bedenke, daß wir es durch verdampfen Oder gefrieren lassen Trinkbar zu machen imstande wären In Dampf oder Eis verwandelt Würde es keine Spur Salz mehr enthalten Und man könnte es genießen Aber uns fehlen alle Hilfsmittel Und wir vermögen sie auch nicht herzustellen Heute haben sich, auf die Gefahr hin Von Haien verschlungen zu werden Der Bootsmann und zwei Matrosen gebadet Solch ein Bad gewährt ihnen eine gewisse Erleichterung Und erfrischt sie doch einigermaßen Drei meiner Genossen und ich Die wir nicht schwimmen können Haben uns an ein Seil befestigt Und sind wohl eine halbe Stunde lang im Meer geblieben Robert Curtis überwachte dabei die Wellen Und zum Glück hat sich kein Haifisch genähert Trotz unserer Bitten und ihrer quälenden Leiden Hat Miss Herbie unserem Beispiel nicht folgen wollen Am 14. gegen 11 Uhr morgens Nähert sich mir der Kapitän Und flüstert mir ins Ohr Vermeiden Sie jede Bewegung Die Sie verraten könnte, Herr Casalorn Denn ich könnte mich irren Und ich möchte den anderen Eine neue Enttäuschung ersparen Ich sehe Robert Curtis erwartungsvoll an Dieses Mal, sagt er zu mir Habe ich wirklich ein Schiff wahrgenommen Der Kapitän hat wohl daran getan Mich vorzubereiten Denn ich wäre gewiß nicht Meiner ersten Bewegung Meister geworden Schauen Sie, fügt er hinzu Da hinten über Backbord Ich erhebe mich Affektiere eine mir gewiß ganz fremde Gleichgültigkeit Und meine Augen schweifen Über den mir von Robert Curtis Bezeichneten Bogen am Horizont Meine Augen sind freilich Nicht die eines Seemannes Aber ich erkenne doch Als kaum unterscheidbare Silhouette Ein Schiff unter Segel Fast zu gleicher Zeit Ruft der Hochbootsmann Dessen Blicke einige Sekunden Nach dieser Gegend hinausschweifen Ein Schiff in Sicht Die Meldung eines entfernten Schiffes Erweckt nicht unmittelbar die Bewegung Welche man wohl hätte erwarten sollen Und bringt jedenfalls keinerlei Aufregung hervor Ob man nun an dieselbe nicht glauben wollte Oder die Kräfte schon zu sehr erschöpft waren Kein Mensch erhebt sich Aber der Bootsmann ruft wiederholt Ein Schiff! Ein Schiff! Und aller Blicke heften sich an den Horizont Dieses Mal ist die Tatsache nicht zu leugnen Wir sehen es, das unerwartete Fahrzeug Wird es auch uns sehen? Inzwischen besprechen die Matrosen Die äußere Erscheinung des Fahrzeuges Und seine Richtung Vorzüglich die letztere Robert Curtis erklärt Nach einer aufmerksamen Betrachtung desselben Es ist eine Brick Die mit Steuerbordhalsen dicht am Winde läuft Hält sie ihren jetzigen Kurs Nur zwei Stunden lang ein So muss sie unseren Weg kreuzen Zwei Stunden Zwei Jahrhunderte Das Schiff kann seinen Kurs Aber jede Minute wechseln Und wird das um so wahrscheinlicher tun Weil es offenbar durch Lavieren Gegen den Wind Fahrt zu machen sucht Bestätigt sich aber diese Annahme So wird es nach Vollendung seines Schlags Das ist die Strecke Welche ein lavierendes Schiff In ein und derselben Richtung zurückliegt Backbordhalsen beisetzen Und sich wieder entfernen Oh, wenn es mit dem Wind im Rücken Oder von der Seite segelte Wir hätten ein Recht zu hoffen Uns handelt es sich jetzt darum Die Aufmerksamkeit jenes Schiffes zu erregen Robert Curtis ordnet alle möglichen Signale an Denn die Brick ist wohl noch Einen Dutzend Meilen von uns im Osten entfernt Und unsere Rufe könnten unmöglich gehört werden Auch kein Feuergewehr steht uns zur Verfügung Dessen Detonationen so weit hindrängen Wir wollen also eine ganz beliebige Flagge Am Maste aufhissen Miss Herbys rotes Scholltuch Sticht am liebhaftesten Von der Färbung des Meeres und des Himmels ab Das Tuch wird möglichst hoch angebracht Und eine leichte Brise Die gerade jetzt die Oberfläche der Wellen kräuselt Entfaltet es vollständig Sein wiederholtes, lustiges Flattern Erfüllt unsere Herzen mit froher Hoffnung Wenn ein Mensch am Ertrinken ist Weiß man ja, mit welcher Kraft Er sich an einen Strohhalm klammert Die Flagge ist dieser Strohhalm für uns Eine ganze Stunde lang Bewegen uns tausend abwechselnde Gefühle Ohne Zweifel hat sich die Brick dem Floße genähert Doch bisweilen scheint es, als ob sie anhielte Und man zerquält sich mit der Frage Ob sie nicht im Begriff ist zu wenden Oh Gott, wie langsam schleppt dieses Schiff sich hin Es fährt mit vollen Segeln Und doch ist sein Rumpf auch jetzt noch kaum Über dem Horizonte sichtbar Doch der Wind ist schwach und legt sich immer mehr Wir gäben ganze Jahre unseres Lebens darum Jetzt eine Stunde älter zu sein Gegen halb ein Uhr schätzen der Kapitän Und der Hochbootsmann die Entfernung des Schiffes Noch auf neun Meilen In anderthalb Stunden ist es uns demnach Nur drei Meilen näher gekommen Und kaum mag der Lufthauch Der noch über dem Floße weht Bis zu ihm reichen Mir scheinen seine Segel gar nicht mehr zu schwellen Sondern an den Masten schlaff herab zu hängen Ich beobachte, gegen den Wind gerichtet Ob eine Brise wieder aufspringt Aber die Wellen scheinen zu träumen Und der Atem des Windes, der unsere Hoffnungen weckte Er stirbt Ich befinde mich auf dem Hinterteile Neben den Mrs. Letonneur und der Miss Herbey Unsere ängstlichen Blicke richten sich abwechselnd Auf das Schiff und den Kapitän Robert Curtis steht unbeweglich vorn An den Mast gelehnt Der Hochbootsmann dicht neben ihm Ihre Augen wenden sich keinen Moment von der Brigg ab Von ihrem Antlitz, das jetzt ja nicht ausdruckslos bleiben kann Lesen wir die Empfindungen ab, welche sie erregen Nicht ein Wort kommt über ihre Lippen Bis der Zimmermann mit einem gar nicht wiederzugebenden Tone ausruft Es wendet Unser ganzes Ich scheint sich jetzt in die Augen zusammenzudrängen Und erstarrt stehen die einen wie Bildsäulen Die anderen liegen auf den Knien Ein furchtbarer Fluch entfährt dem Munde des Hochbootsmannes Auf neun Meilen Entfernung hat das Schiff unsere Signale unmöglich wahrnehmen können Das Floß stellt ja in dem unendlichen Raume nur ein Pünktchen dar Das in dem Glanze der blendenden Sonnenstrahlen wohl ganz verschwindet Man hat uns nicht gesehen Könnte der Kapitän jenes Schiffes Er sei wer auch immer, wenn er uns bemerkt hätte So unglaublich unmenschlich sein Zu entfliehen, ohne uns geholfen zu haben Nein, das ist unmöglich Nein, er hat uns nicht gesehen Macht Feuer, laßt Rauch aufsteigen, ruft Robert Curtis Verbrennt die Planken des Floßes Freunde, meine Freunde, das ist ja die letzte Möglichkeit Uns bemerkbar zu machen Im Vorderteile werden einige Bretter zu einem Scheiterhaufen zusammengetragen Nicht ohne Mühe setzen wir diese, da sie zu nass sind, in Brand Aber sie geben deshalb auch einen um so dichteren und weithin sichtbaren Rauch Bald wirbelt eine schwarze Säule gerade empor Wenn es jetzt Nacht wäre oder doch vor dem Verschwinden der Brick dunkel würde Müssten die Flammen trotz der Entfernung bis zu jener hin erkennbar sein Doch die Stunden verrinnen, das Feuer erlischt Um in solchen Augenblicken sich mit frommer Ergebenheit dem göttlichen Willen zu unterwerfen Muss man mehr Macht über sich haben, als ich besitze Nein, jetzt schwindet mein Vertrauen auf Gott Der unsere Folterqualen durch solche aufblitzende Hoffnungsstrahlen noch erhöht Und ich lästere ihn, wie ihn der Hochbootsmann gelästert hat Da legt sich eine schwache Hand ganz leise auf meine Schulter Und Miss Hervey zeigt nach dem Himmel Doch ich ertrage es nicht länger Ich mag nichts mehr sehen und vergrabe mich seufzend unter der Segeldecke Inzwischen hat das Fahrzeug andere Halsen beigesetzt Dann entfernte es sich langsam nach Osten Und drei Stunden später vermochten auch die schärfsten Seemannsaugen Kein Stückchen Leinwand mehr am Horizonte zu erblicken Ende von Kapitel 43 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 44 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Am 15. Januar Nach diesem letzten Schlage, der uns getroffen Haben wir nichts mehr vor uns als den Tod Ob er schneller oder langsamer herankommen mag Er kommt doch gewiß Heute sind im Westen einige Wolken aufgestiegen Wobei sich dann und wann ein kurzer Windstoß fühlbar machte Auch die Temperatur ist erträglicher Und trotz unserer äußersten Erschlaffung Empfinden wir diese wohltuende Änderung Meine Kehle saugt eine minder trockene Luft ein Aber seit dem Fischzug des Hochbootsmannes Das heißt seit sieben Tagen Haben wir nichts gegessen Auf dem Floße ist nichts mehr vorhanden Und gestern habe ich André Letourneur Das letzte von seinem Vater ersparte Stück Schiffszwieback zugestellt Welches jener mir unter Tränen übergab Seit gestern hat sich auch der Neger Jüngstrup Seiner Fesseln zu entledigen gewußt Doch hat ihn Robert Curtis deshalb nicht von neuem binden lassen Wozu auch Dieser Elende und alle seine Mitschuldigen Sind durch das lange Fasten ganz von Kräften gekommen Was wären sie jetzt noch zu unternehmen imstande Heute zeigen sich mehrere große Haifische Deren schwarze Flossen wir das Wasser Mit großer Schnelligkeit durchschneiden sehen Ich kann mich des Gedankens nicht entschlagen Daß sie die lebendigen Särge darstellen Die unsere erbärmlichen Überreste aufzunehmen bestimmt sind Sie erschrecken mich keineswegs Nein, sie haben etwas Anheimelndes Sie kommen bis dicht an den Rand des Floßes heran Und Flaypolts Arm, der über denselben hinaushing Wäre beinahe von einem jener Ungeheuer weggeschnappt worden Der Hochbootsmann betrachtet mit starren, hohlen Augen Und zusammengebissenen Hinter den erhobenen Lippen herausleuchtenden Zähnen Diese Haifische Unter einem wesentlich anderen Gesichtspunkte als ich Er will sie verzehren Doch nicht von ihnen verzehrt werden Wenn er einen derselben zu fangen imstande wäre Er würde sich nicht vor seinem Zähnfleische scheuen Wir anderen auch nicht Der Bootsmann will den Versuch machen Da er aber keinen geeigneten Haken besitzt An dem ein Seil zu befestigen wäre So muß er einen solchen herzustellen suchen Robert Curtis und Daulas haben ihn verstanden und halten Rat Während sie durch Auswerfen von Holzstücken und Seilenden bemüht sind Die Quermäuler in der Nähe des Floßes aufzuhalten Daulas holt sein Zimmermannsbeil Das er als Angel zu benutzen gedenkt Und dessen scharfe Schneide Oder die derselben entgegengesetzte Spitze Sich wohl in der Kinnlade eines Haies festsetzen könnten Wenn ein solcher darauf anbeißt Der hölzerne Stiel des Beiles Wird also an ein Krähling Das ist die kleinste Art Kabeltaue Befestigt Und dieses an einen Tragbalken der Plattform gebunden Diese Vorbereitungen reizen unser Verlangen aufs Äußerste Und zitternd vor Ungeduld suchen wir die Aufmerksamkeit der Haie Auf jede mögliche Weise rege zu erhalten Um sie nicht wegschwimmen zu lassen Der Haken ist bereitet Aber wieder fehlt es an einem Köder für denselben Und der Hochbootsmann Der vor sich hinmurmelnd da und dorthin läuft Und das ganze Floß durchsucht Hat das Aussehen Als forsche er nach einem Leichnam unter uns Man muß endlich nochmals zu der schon früher versuchten Aushilfe greifen Das Eisen des Beiles mit einem Stücke roten Stoffes zu umwickeln Den wiederum Miss Herbys Scholltuch liefert Der Hochbootsmann will aber nichts ohne die sorgsamsten Vorsichtsmaßregeln Für ein glückliches Gelingen unternehmen Ist der Haken wohl haltbar genug befestigt Wird die Leine Welche diese Angel mit dem Floße verbindet Nicht reißen Wird der Tragbaum das Zerren eines gefangenen Haies aushalten Der Hochbootsmann Unterrichtet sich erst über alle diese Jetzt sehr wichtigen Punkte Und lässt erst dann sein Angelgerät In das Wasser gleiten Das Meer ist so klar und durchsichtig Dass man in einer Tiefe von hundert Fuß Noch jeden Gegenstand zu unterscheiden vermag Ich folge dem hinabsinkenden Haifischhaken Dessen rote Umhüllung sich leuchtend von dem Wasser abhebt Bequem mit den Augen Passagiere und Matrosen Alle lehnen wir über die Schanzkleidung geneigt Und beobachten das tiefste Stillschweigen Es scheint aber Als ob die Haifische Seitdem ihnen dieser sonderbare Köder zugeworfen wurde Nach und nach verschwenden Doch können sie unmöglich weit entfernt sein Und würden gewiß jede ihnen erreichbare Beute Schnell verschlingen Plötzlich gibt der Hochbootsmann mit der Hand ein Zeichen Und weist auf eine ungeheure Masse Welche nach dem Floße zugleitet Und fast die Oberfläche des Wassers streift Es ist ein wohl zwölf Fuß langer Haifisch Der die Tiefe verlassen hat Und in gerader Linie auf uns zuschwimmt Sobald das Tier nur noch vier Faden vom Floße entfernt ist Zieht der Hochbootsmann vorsichtig seine Leine an Um den Haken jenem zu Gesicht zu bringen Und teilt dem roten Packen eine leichte Bewegung mit Die ihm das Aussehen eines lebenden Körpers verleiht Ich fühle das heftige Klopfen meines Herzens Als wohne meine ganze Lebenskraft nur in diesem Organe Indessen nähert sich der Hai Seine gierigen großen Augen leuchten fast auf der Oberfläche des Meeres Und seine halb geöffneten Kiefern zeigen die furchtbare Reihe seiner spitzen Zähne Da erhebt sich ein Schrei Der Haifisch hält an und verschwindet in der Tiefe des Wassers Wer von uns hat diesen Schrei, wenn auch unwillkürlich, ausgestoßen? Sofort erhebt sich der Hochbootsmann bleich vor Zorn Den Ersten, welcher ein Wort spricht, schlage ich nieder, sagt er Dann geht er wieder an seine Arbeit Alles in allem hat er wohl recht, der Hochbootsmann Der Haifischhaken wird wieder hinabgelassen Doch während einer halben Stunde erscheint kein solcher Seeräuber wieder So daß man den Apparat bis auf zwanzig Fadentiefe hinabgehen lässt Doch kommt es mir vor, als wenn die tieferen Wasserschichten etwas getrübt wären Woraus man wohl auf die Anwesenheit jener Quermäuler schließen könnte Wirklich bemerkt man an der Leine plötzlich ein so heftiges Rucken Daß dieselbe den Händen des Hochbootsmannes entgleitet Da sie aber an den einen Tragbalken des Floßes sicher befestigt ist Hat sie deshalb nicht verloren gehen können Ein Haifisch hat angebissen und sich gleichsam selbst harpuniert Zu Hilfe, Jungens, zu Hilfe, ruft der Seemann Sofort ergreifen alle, Passagiere und Matrosen, die Angelleine Die Hoffnung kleid uns neue Kräfte Doch kaum wollen diese hinreichen, denn das Tier wehrt sich furchtbar Wir ziehen ganz gleichzeitig an Und nach und nach kommen die oberen Wasserschichten Von dem heftigen Peitschen des Schwanzes Und der großen Brustflossen des Ungeheuers in Aufruhr Ich beuge mich hinaus und sehe den enormen Körper Der sich inmitten blutig gefärbter Wellen windet Tapfer, fest daran, ruft der Hochbootsmann Endlich taucht der Kopf des Tieres auf Unser Haken ist ihm durch den geöffneten Rachen Bis in den Schlund eingedrungen Und hat sich dort so festgesetzt Daß ihn keine Zuckung und kein Stoß wieder herauszureißen vermag Daulas ergreift schon eine Axt, um das Tier, wenn es nahe genug heran sein wird, zu erschlagen Da lässt sich ein kurzes, eigentümliches Geräusch vernehmen Der Haifisch hat seine mächtigen Kiefern geschlossen Den langen Stiel des Beiles glatt durchgebissen Und schnell entweicht er in die grünliche Tiefe Ein allgemeiner Aufschrei der schmerzlichen Enttäuschung entringt sich uns Der Hochbootsmann, Robert Curtis und Daulas versuchen auch noch ferner Trotzdem sie nun keinen Haken und kein irgend brauchbares Ersatzmittel dafür mehr haben Einen jener Haie zu fangen Sie werfen Taue mit Schlingen ins Wasser Doch diese Lassos gleiten auf der schlüpfrigen Haut jener Quermäuler ab Der Hochbootsmann geht sogar so weit, sie dadurch heranzulocken Daß er ein Bein hinter dem Flosse ins Wasser hält Selbst auf die Gefahr hin, durch den Biss eines der Ungeheuer amputiert zu werden Endlich gibt man diese fruchtlosen Versuche auf Und jeder schleppt sich auf seinen gewohnten Platz zurück In Erwartung des Todes, den jetzt nichts mehr abzuwenden imstande ist Ich bin aber Robert Curtis gerade nahe genug, um es zu verstehen Wie der Hochbootsmann jenen leise fragt Kapitän, wann losen wir Robert Curtis hat zwar nicht geantwortet, aber diese Frage ist nun doch schon gestellt worden Ende von Kapitel 44 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 45 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Am 16. Januar Wir liegen alle auf den Segeln ausgestreckt Und die Mannschaft eines vorübersegelnden Schiffes würde eine mit Toten bedeckte Seetrift zu sehen meinen Ich leide furchtbar Könnte ich bei dem jetzigen Zustande meiner Lippen, meiner Zunge, meiner Kehle überhaupt noch essen? Ich glaube es nicht Und doch werfen wir alle, meine Gefährten und ich, miteinander wilde Blicke zu Die Hitze ist heute bei Gewitter drohendem Himmel noch stärker Dicke Dünste wälzen sich empor Aber ich will glauben, daß es vielleicht überall regnen kann Nur über dem Floße nicht Dennoch sieht jeder mit begehrlichem Blicke diese Ansammlung von Wolken Und unsere Lippen lächzen nach ihnen Auf den Knien liegend erhebt Mr. Letourneur stehend die Hände nach dem unerbittlichen Himmel Ich lausche, ob irgendein fernes Rollen ein Gewitter verkündigt Es ist elf Uhr morgens, die Dunstmassen verdecken jetzt die Sonne vollkommen Doch schon haben diese ihren elektrischen Charakter merklich eingebüßt Offenbar wird sich kein Gewitter entladen, denn das ganze Gewölk hat eine gleichmäßige Färbung angenommen Und seine am Morgen so scharfen Ränder sind in einer verbreiteten grauen Dunstmasse verschwunden und verschwommen Die jetzt nur noch einem in der Höhe schwebenden Nebel gleich zu achten ist Doch kann denn dieser Nebel keinen Regen gebären Und wäre es noch so wenig, wären es nur einige erquickende Tropfen Da, der Regen, der Regen, rief plötzlich Daoulas Und wirklich, in der Entfernung einer halben Meile hat der Himmel jene schrägen Striche Welche mein beim Regen beobachtet Und ich sehe die Tropfen von der Wasserfläche wieder in die Höhe springen Der Wind, der sich etwas mehr erhebt, treibt sie zu uns Möchte dieselbe Wolke sich doch nicht vorher erschöpfen, bevor sie über uns weggegangen ist Gott hat endlich einmal Mitleid mit uns In großen Tropfen fällt der Regen, so wie aus einer Gewitterwolke Doch ein solcher Platzregen ist niemals von Dauer Und wir müssen, so schnell es angeht, möglichst viel davon aufzufangen suchen Denn schon färbt ein hellerer Lichtschein den unteren Rand der Wolke über dem Horizonte Robert Curtis hat die halb zerbrochene Tonne so aufstellen lassen, daß sie möglichst viel Wasser aufnehmen kann Und ringsum spannt man die Segel in der Art auf, daß sie die größten Oberflächen bieten Wir liegen auf dem Rücken mit offenem Munde Das Wasser benetzt mein Gesicht, meine Lippen, und ich fühle, daß es in meine Kehle dringt Oh, unaussprechliche Freude! Das ist neues Leben, daß in mich einzieht Die Schleimhäute meiner Kehle werden bei dieser Benetzung wieder schlüpfrig Und ich atme die belebende Flüssigkeit fast noch mehr ein, als ich sie trinke Zwanzig Minuten lang hat der Regen angedauert, dann löst sich die halb erschöpfte Wolke in der Atmosphäre auf Wir haben uns gebessert wieder erhoben, ja, gebessert Man drückt sich die Hände, man spricht wieder Es scheint, als ob wir gerettet wären Gott wird uns in seiner Barmherzigkeit noch andere Wolken senden, die uns noch mehr Wasser bringen werden Wasser, daß wir so lange entbehrt haben Und auch das Wasser, welches nur auf das Floß gefallen ist, wird ja nicht verdorben sein Denn die Tonne und die Leinwand haben es aufgefangen Aber es muß sorgsam aufbewahrt und darf nur tropfenweise verteilt werden In der Tat, die Tonne enthält jetzt zwei bis drei Pinten Wasser Und wenn wir das noch ausdrücken, was die Segel eingesogen haben So vermögen wir, unseren Vorrat noch bis zu einer gewissen Grenze zu vermehren Die Matrosen wollen eben zu jener Operation schreiten, als Robert Curtis sie durch einen Wink daran hindert Einen Augenblick, ruft er, wird dieses Wasser auch trinkbar sein? Ich sehe ihn staunend an, warum soll dieses Wasser, das doch nur vom Regen her stammt, nicht trinkbar sein? Indessen drückt der Kapitän ein wenig von dem aufgesaugten Wasser einer Segelfalte in die Weißblechtasse, kostet dasselbe Und zu meiner größten Verwunderung wirft er diese von sich Ich koste nun auch selbst Das Wasser ist fast noch salzhaltiger als das Meerwasser selbst Es rührt das daher, dass die so lange Zeit dem Einflusse der Wellen ausgesetzten Segel sich mit Salz imprägniert Und dem aufgefangenen Wasser einen sehr hohen Gehalt davon mitgeteilt haben Das ist freilich ein nicht wieder gut zu machendes Unglück Doch sei es, wir haben ja wieder Vertrauen Und in dem Fasse sind noch einige Pinten Wasser übrig Dazu ist ja einmal Regen gekommen Er wird auch wiederkehren Ende von Kapitel 45 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 46 von Der Chancellor Geliesen für LibriVox.org Am 17. Januar Wenn unser Durst für einen Augenblick gestillt wurde, so erwachte als ganz natürliche Folge davon unser Hunger desto wütender Gibt es denn kein Mittel, sich ohne Haken oder Köder eines dieser Haifische zu bemächtigen, welche sich rings um das Floß tummeln? Nein, man müßte sich denn selbst ins Meer stürzen, um mit dem Messer eines dieser Ungeheuer in seinem eigenen Elemente anzugreifen So wie es die Indianer der Perlenfischereien tun Robert Curtis hat daran gedacht, dieses Abenteuer zu bestehen Wir halten ihn zurück Die Haifische sind zu zahlreich Und es hieße sich ohne irgendeinen Nutzen nur einem gewissen Tode zu weihen Ich mache die Bemerkung, dass, wenn der Durst hinweggetäuscht werden kann Etwa durch Eintauchen ins Wasser oder durch Kauen irgendeines Gegenstandes Es sich mit dem Hunger nicht ebenso verhält Und dass nichts imstande ist, die eigentlichen Nahrungsmittel zu ersetzen Außerdem kann das Wasser Schiffbrüchigen stets durch ein natürliches Ereignis beschert werden Zum Beispiel durch den Regen Wenn man also niemals zu verzweifeln braucht, vor Durst zu sterben So kann man doch viel leichter durch Hunger wirklich umkommen Wir sind nun schon an diesem Punkte angelangt Und einige meiner Gefährten sehen sich gegenseitig mit wahrhaft gierigen Augen an Man vergegenwärtige sich, auf welchem Abhange unsere Gedanken weiter gleiten Und bis zu welchem Grade der Wildheit Die durch ein einziges Verlangen gereizten Unglücklichen herabkommen können Seitdem die Gewitterwolken, welche uns einen halbstündigen Regen beschert, vorüber sind Ist auch der Himmel wieder klar geworden Einen Augenblick frischte der Wind auf Aber jetzt hat er sich wieder ganz gelegt Und das Segel schlottert am Maste Übrigens sehnen wir ihn uns gar nicht mehr als bewegende Kraft herbei Wo befindet sich das Floß? Nach welchem Punkte des Atlantischen Ozeans haben die Strömungen es wohl getrieben? Niemand vermag es zu sagen, noch zu bestimmen Ob wir den Wind jetzt lieber aus Osten oder aus Norden oder Süden wehen säen Wir verlangen nur eines von ihm Daß er unsere Brust erfrische Daß er der trockenen Luft, die uns verzehrt, ein wenig Wasserdunst beimische Daß er die unausstehliche, hitzemäßige, welche die feurige Sonne vom Zenit herabgießt Der Abend ist gekommen Und bis Mitternacht, das heißt bis zu der Stunde, da der Mond aufgeht, der in sein letztes Viertel tritt, wird es dunkel sein Die etwas verschleierten Sternbilder flimmern nicht mit dem hellen Lichte der kalten Nächte Eine Beute eines wahrhaften Deliriums und unter der Qual des fürchterlichsten Hungers, der sich immer mit Anbruch des Tages zu verdoppeln scheint, strecke ich mich auf einen Haufen Segel, die an Steuerbord liegen, und neige mich über das Wasser, um seine Frische einzuatmen Wie viele meiner Gefährten, welche an ihrem gewohnten Platz liegen, mögen wohl im Schlummer ein Vergessen ihrer Leiden finden Vielleicht keiner Was mich betrifft, so ist mir der Kopf wüst und leer und von ängstlichen Alpdrücken belästigt Inzwischen bin ich einer krankhaften Betäubung, die weder Wachen noch Schlaf zu nennen ist, verfallen Und es ist mir unmöglich, anzugeben, wie lange ich mich in diesem Zustande der Prostration befunden hatte, als ich plötzlich durch ein eigentümliches Geräusch wieder zu mir kam Ich glaubte zu träumen, denn meine Nase traf ein an Bord ganz unbekannter Duft, den der Wind mir dann und wann zuwehte Meine Nasenlöcher erweiterten sich Was bedeutet dieser Geruch, bin ich schon versucht auszurufen Eine Art Instinkt hält mich davon zurück Und ich suche, so wie man in seinem Gedächtnisse einem vergessenen Worte oder Namen nachzuspüren pflegt Einige Augenblicke vergehen so Die Intensität jener Ausdünstung, welche stärker zu werden scheint, lässt mich sie gieriger aufsaugen Das ist ja aber, sage ich mir plötzlich, wie ein Mensch, der sich besonnen hat Das ist ja der Geruch von geräuchertem Fleische Noch einmal suche ich mich zu versichern, daß meine Sinne mich nicht getäuscht haben Und doch auf diesem Floße Ich erhebe mich auf die Knie, ich rieche von Neuem, ich, man verzeihe mir den Ausdruck Ich durchschnüffle diese Luft ringsum und noch einmal trifft jener Geruch meine Nase Also befinde ich mich unter dem Winde von jenem lieblich duftenden Gegenstande Und folglich ist derselbe auf dem Vorderteil des Floßes zu suchen So schleiche ich denn, kriechend wie ein Tier, von meinem Platze Und stöbere überall, nicht mit den Augen, aber mit der Nase umher Gleite unter den Segelstücken hin, in und durch das Untergestell Immer mit der Vorsicht einer Katze, um die Aufmerksamkeit meiner Gefährten nicht zu erregen Einige Minuten lang krieche ich so in alle Winkel, vom Gerüche wie ein Spürhund geführt Bald verliere ich die Spur, entweder wenn ich mich zu weit von derselben entfernte Oder der Wind sich vollkommen legte Und bald trifft mich die Ausdünstung mit erneuter Stärke Endlich bin ich imstande, die Spur festzuhalten, ihr zu folgen Und ich fühle es gleichsam, daß ich jetzt auf den Gegenstand meiner Nachforschungen gerade zugehe Da erreiche ich im Vorderteile die Ecke am Steuerbord Und erkenne jetzt deutlich, daß jener Geruch von einem Stück geräuchertem Speck herrührt Nein, ich täusche mich nicht Es ist mir, als ob alle Nervenpapillen meiner Zunge vor Verlangen sich strotzend erhüben Jetzt schlüpfe ich unter einen dicken Haufen Segelwerk Niemand sieht mich, niemand hört mich Ich gleite auf den Knien, auf den Ellenbogen hin Ich strecke den Arm aus und meine Hand erfasst einen in Papier gewickelten Gegenstand Schnell hole ich ihn hervor und sehe ihn beim Scheine des Mondes, der gerade jetzt über den Horizont im Bohr steigt, näher an Es ist keine Illusion, ich halte ein Stück Speck in der Hand, kaum ein Viertelpfund, doch das vermag für einen ganzen Tag meine Qualen zu stillen und schnell führe ich es zum Munde Da hält eine andere Hand die meinige zurück Ich drehe mich um, kaum kann ich mich eines Murrens enthalten und erkenne den Stuart Hobart Jetzt wird mir alles klar, das eigentümliche Benehmen Hobarts, seine verhältnismäßig gute Gesundheit, seine erheuchelten Klagen Bei Gelegenheit des Schiffsbruchs hat er einigen Mundvorrat zu Bergen gewußt, den er in einem Verstecke unterbrachte Und er hat sich genährt, während wir anderen vor Hunger sterben wollten Oh, der Schurke! Doch nein, Hobart hat vielleicht ganz klug gehandelt Ich finde, daß er ein sehr vorsichtiger Mann ist Und wenn er ohne Wissen der Übrigen etwas an Nahrungsmitteln aufbewahrt hat, so ist das desto besser für ihn Und für mich Hobart ist aber dieser Meinung nicht Er ergreift meine Hand und sucht mir das Stück Speck wieder zu entreißen Doch ohne ein Wort zu sprechen, da er die Aufmerksamkeit der anderen zu erregen fürchtet Wir kämpfen schweigend, denn ich habe ja dieselbe Ursache, still zu sein Ich will natürlich nicht, daß noch andere dazukommen, mir meine Beute abzujagen Und wehre Hobart mit allen Kräften ab Da höre ich ihn die Worte zwischen den Zähnen murmeln Mein letztes Stückchen, mein letzter Bissen Sein letzter Bissen, aber er muß um jeden Preis mein werden Und ich packe meinen Gegner an der Gurgel, der unter meinen Händen nach Luft schnappt und bewegungslos zusammensinkt Die Beute ist mein Und während ich Hobart noch immer niederhalte, zermalme ich den Speck zwischen den Zähnen Dann laß ich den Unglücklichen los, krieche wieder fort und nehme meinen Platz am Hinterteile wieder ein Niemand hat mich bemerkt Ich habe einmal gegessen Ende von Kapitel 46 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 47 von Der Chancellor Am 18. Januar Ich erwarte den Tag mit einer ganz eigentümlichen Angst Was wird Hobart sagen? Mir scheint, er habe ein Recht dazu, mich zu denunzieren Doch nein, das ist absurd Wenn ich das Vorgefallene erzählen wollte Wenn ich sagte, wie gut Hobart lebte Während uns der Hungertod angrinste Wie er sich so lange Tage ohne unser Wissen genährt hat Seine Gefährten würden ihn ohne Erbarmen zerfleischen Und doch, ich wünschte, es wäre erst heller Tag Augenblicklich ist mein hungriger Magen befriedigt worden Trotzdem, daß das Stückchen Speck nur klein Nur ein Bissen der letzte war, wie der Unglückliche sagte Indessen, ich leide jetzt nicht mehr Und doch, ich gestehe es offen Mache ich mir fast Vorwürfe Den erbärmlichen Rest nicht mit meinen Unglücksgefährten geteilt zu haben Ich hätte an Miss Herbie, an André, an seinen Vater denken sollen Und ich habe nur an mich gedacht Der Mond steigt langsam nieder Und bald folgt ihm das erste Morgenlicht Schnell wird es Tag werden Denn wir befinden uns unter jenen niedrigen Breiten Die weder Morgen noch Abenddämmerung kennen Ich habe kein Auge zutun können Sobald es einigermaßen hell wird Scheint es mir, als schwanke eine unförmliche Masse In halber Höhe am Maste Was mag das sein? Noch vermag ich es nicht zu erkennen Und verbleibe ausgestreckt auf meinem Segelbündel Doch endlich streifen die ersten Sonnenstrahlen über das Meer Und bald sehe ich einen Körper, der an einem Stricke hängt Und den Bewegungen des Floßes folgt Eine schreckliche Ahnung überschleicht mich fröstelnd Und ich nähere mich dem Maste Es ist ein Erhängter Und dieser Erhängter ist Der Stuart Hobart Dieser Unglückliche Und ich Ja, ich habe ihn zum Selbstmorde getrieben Ich stoße einen Schreckensschrei aus Meine Gefährten erheben sich Sehen einen Körper und stürzen auf ihn zu Ob noch ein Fünkchen Leben in ihm schlummere Danach fragt niemand Übrigens, Hobart ist wirklich tot Und sein Körper schon erkaltet In einem Augenblicke wird der Strick zerschnitten Der Hochbootsmann, Daulas, Jüngstrop, Folsten Noch andere sind bei der Hand Fallen über den Leichnam her Nein, ich habe nichts gesehen Ich habe nichts sehen wollen Ich nehme keinen Anteil an dieser entsetzlichen Mahlzeit Weder Miss Herbie noch André Letourneur oder sein Vater Haben eine Erleichterung ihrer Leiden mit diesem Preise bezahlen wollen Robert Curtis? Das weiß ich nicht Ich habe nicht gewagt, ihn darüber zu fragen Die anderen aber Oh, der Mensch verwandelt sich so leicht in ein Raubtier Es ist schrecklich Die Herren Letourneur, Miss Herbie und ich Wir haben uns unter das Zelt verkrochen Um nichts mit ansehen zu müssen Es war schon mehr als zu viel, was wir hörten André Letourneur wollte sich auf die Kannibalen stürzen Und ihnen die grauenvollen Überreste entreißen So daß ich Not hatte, ihn davon zurückzuhalten Und übrigens, es war ja ihr Recht Das Recht der Unglücklichen Hobbert ist ja tot Sie haben ihn nicht gemordet Und wie eines Tages der Hochbootsmann sagte Es ist besser, von einem Toten zu essen Als von einem Lebendigen Wer weiß aber, ob dieser Auftritt Nicht die Einleitung zu noch schrecklicheren sein wird Welche das Floß mit Blut besudeln könnten Ich teile André Letourneur meine Gedanken mit Aber ich vermochte das Entsetzen nicht zu unterdrücken Daß bei ihm seinen Höhepunkt erreicht Und alle seine Qualen verstummen lässt Indes man bedenke Wir sterben vor Hunger Und acht unserer Gefährten können nun Diesem grausamen Tode vielleicht entgehen Hobbert war, dank seinen versteckten Vorräten Der wohlgenährteste von uns Keine organische Krankheit hat sein Körpergewebe verändert In voller Gesundheit ist er durch einen Gewaltstreich Aus dem Leben geschieden Doch zu welcher entsetzlichen Schlussfolgerung Läßt sich mein Geist hinreißen Wohin gerate ich? Flößen mir jene Kannibalen jetzt mehr Vergnügen Oder mehr Abscheu ein? In diesem Augenblicke erhebt einer derselben seine Stimme Es ist Daulas, der Zimmermann Er spricht davon, mehr Wasser zu verdampfen Um Salz zu gewinnen Und das übrig gebliebene salzen wir ein, sagt er Ja, antwortet der Hochbootsmann Dann wird es still Der Vorschlag des Zimmermanns ist ohne Zweifel angenommen worden Denn ich höre nichts mehr Ein tiefes Schweigen herrscht wieder an Bord des Floßes Und ich schließe daraus, dass meine Gefährten schlafen Sie haben jetzt keinen Hunger mehr Ende von Kapitel 47 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 48 von der Kernsalon Gelesen für LibriFox.org Am 19. Januar Während dieses Tages derselbe Himmel, dieselbe Temperatur Und auch die Nacht kommt heran, ohne eine Änderung in diesem Zustand herbeizuführen Nicht einige Stunden habe ich schlafen können Gegen Morgen höre ich Zornesrufe an Bord Die Herren Leterneur und Miss Herbie, die mit mir unter demselben Zeltdache verweilen, erheben sich Ich schlage die Leinwand zurück und sehe nach, was vorgeht Der Hochbootsmann, Dulas und die anderen Matrosen sind in furchtbarer Aufregung Robert Cortes, der im Hinterteile sitzt, springt auf und sucht jene, nachdem er sich nach der Ursache ihres Zornes erkundigt hat, zu beruhigen Nein, nein, wir müssen wissen, wer uns das angetan hat, ruft Dulas und schleudert wilde Blicke um sich herum Ja, fällt der Hochbootsmann ein, es ist ein Dieb hier, da unsere Überbleibsel verschwunden sind Ich weiß nicht, ich auch nicht, antworteten die Matrosen, einer nach dem anderen Ich sehe die Unglücklichen alle Ecken durchsuchen, die Segel aufheben, die Planken der Platteform verschieben Ihre Wut wächst nur, je länger sie vergeblich suchen Der Hochbootsmann kommt auf mich zu Sie müssen den Dieb kennen, sagt er Den Dieb von was? Ich weiß nicht, wovon sie sprechen, habe ich ihnen geantwortet Dulas und einige andere Matrosen nähern sich Wir haben das ganze Floß durchwühlt, sagt Dulas, jetzt ist nur noch dieses Zelt zu untersuchen Niemand von uns hat dieses Zelt verlassen, Dulas Wir müssen nachsehen, nein, lass die in Ruhe, welche nahe daran sind, vor Hunger zu sterben Mr. Katsalon, sagte Hochbootsmann in ruhigem Tone zu mir Wir beschuldigen sie nicht, wenn einer von ihnen sich seinen Teil genommen hätte, den er gestern verschmähte So wäre das ja sein Recht, aber alles ist abhanden gekommen Alles, sie verstehen mich? Untersuchen wir das Zelt, ruft Sandon Die Matrosen dringen vor, und ich vermag den Unglücklichen, die der Zorn verblendet, nicht zu wehren Eine schreckliche Furcht erfasst mich Sollte Mr. Leterneur nicht für sich, doch für seinen Sohn das vielleicht getan haben? Wenn es der Fall ist, werden diese Furien ihn zerreißen Ich sehe Robert Coates an, wie um von ihm Schutz zu erbitten, und der Kapitän stellt sich an meine Seite Er hält beide Hände in den Taschen, doch vermute ich, dass er darin eine Waffe habe Inzwischen haben Miss Herbie und die Herren Leterneur auf Anordnung des Hochbootsmannes das Zelt verlassen müssen, das man bis in die geheimsten Winkel durchsucht, doch zum Glück vergebens Offenbar sind die Reste Hobarts, da man sie nirgends findet, ins Meer geworfen worden Der Hochbootsmann, der Zimmermann und die Matrosen überlassen sich der wütendsten Verzweiflung Doch wer hat das getan? Ich sehe Miss Herbie an, Mr. Leterneur, und ihre Blicke antworten mir, dass sie es nicht sind Meine Augen schweifen zu André, der einen Moment den Kopf wegwendet Der unglückliche junge Mann Sollte er es gewesen sein? Und wenn dem so ist, hat er sich die Folgen seiner Tat vergegenwärtigt? Ende von Kapitel 48 Gelesen von Monika Krämer Diese Aufnahme ist gemeinfrei Kapitel 49 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Von Dirk Weber, Rheinberg Vom 20. bis 22. Januar Während der folgenden Tage haben diejenigen, welche an der schaudhaften Mahlzeit am 18. Januar Teilnahmen nur wenig gelitten, da sie ihren Hunger und Durst gestillt hatten Doch was Miss Herbie, André Leterneur, sein Vater und ich leiden, kann das eine Feder schildern? Sind wir nicht zu bedauern, dass jene Reste verschwunden sind, und wenn einer von uns mit Tode abgeht, werden wir dann auch noch zu widerstehen vermögen? Der Hochbootsmann, Daolas und die anderen haben nun auch wieder Hunger bekommen und sehen uns mit verwirrten Blicken an. Ertrachten sie uns als sichere Beute? In der Tat, wovon wir am meisten leiden, das ist nicht der Hunger, sondern der Durst. Gewiss hätten wir zwischen einigen Tropfen Wasser und einem Stück Zwieback zu wählen, wir würden nicht im Zweifel sein. Von Schiffbrüchigen in denselben Verhältnissen wie wir ist das wiederholt ausgesprochen worden und verhält sich auch wirklich so. Man leidet vom Durst, noch empfindlicher als vom Hunger, und stirbt an jenem schneller. Und, o abscheulicher Spott, rings um sich hat man das Wasser des Meeres, das dem Trinkwasser ja so ähnlich sieht. Wiederholt habe ich versucht, einige Tropfen davon zu genießen, aber es erzeugt mir einen unüberwindlichen Ekel und nur noch heftigeren Durst. Oh, das ist zu viel! Seit 42 Tagen haben wir nun das Schiff verlassen. Wer von uns kann sich noch einer Illusion für die Zukunft hingeben? Sind wir nicht verdammt, einer nach dem anderen langsam hin zu sterben, und das durch eine der schrecklichsten Todesarten? Ich fühle, wie sich mein Gehirn allmählich umnebelt, wie ein Wahnsinn erfaßt es mich, und ich habe Mühe, mich bei Verstand zu erhalten. Dieser Zustand erschrickt mich. Wohin wird er mich noch führen? Werd ich stark genug sein, meine Vernunft zu bewahren? Ich bin wieder zu mir gekommen, nach wie vielen Stunden, vermag ich nicht zu sagen. Meine Stirn fand ich mit Kompressen bedeckt, die Miss Herbie sorgfältig mit Seewasser tränkte. Doch ich fühle, dass ich nur noch kurze Zeit zu leben habe. Heute, am 22. spielt eine entsetzliche Szene. Der Neger Jinx-Trop, der plötzlich toll geworden ist, läuft heulend auf dem Floß umher. Robert Curtis versucht, ihn aufzuhalten, doch vergeblich. Er wirft sich auf uns, um uns zu zerfleischen, so daß wir Mühe haben, uns gegen die Angriffe dieses wilden Tieres zu wehren. Jinx-Trop hat einen Hebebaum ergriffen, und wir können seinen Schlägen nur schwer ausweichen. Plötzlich wendet er sich, als flackere der Wahnsinn aufs Neue auf, gegen sich selbst und zerreißt sich mit den eigenen Zähnen, zerkratzt sich mit den Nägeln und spritzt uns sein Blut ins Gesicht, mit dem Rufe »Da! Trinkt! Trinkt doch!« Dann stürzt er sich über die Brüstung, und ich höre seinen Körper ins Meer fallen. Der Hochbootsmann, Falston und Daolas eilenden nach vorn, um den Körper womöglich zu erhaschen, aber sie sehen nur noch einen blutigen Kreis, in dessen Mitte sich die Haifische herumtreiben. Ende von Kapitel 49 Kapitel 50 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Von Dirk Weber Rheinberg Am 22. und 23. Januar Nur elf sind wir noch an Bord, und mir scheint es unmöglich, dass nicht jeden Tag ein neues Opfer hinzukäme. Das Ende des Dramas, es sei wie es will, kommt nun heran. Vor Ablauf einer Woche müssen wir entweder ans Land gestoßen, oder von einem begegneten Schiffe aufgenommen worden sein, oder aber der letzte Überlebende des Chancellor hat aufgehört zu atmen. Am 23. hat sich das Aussehen des Himmels auffallend verändert, und die Brise ist merklich stärker geworden. Der Wind ging im Laufe der Nacht nach Nordosten. Das Segel des Floßes hat sich wieder aufgebläht, und ein langes Kielwasser beweist uns, dass wir nicht unerheblich vorwärts treiben. Der Kapitän schätzt unsere Bewegung auf drei Meilen in der Stunde. Robert Curtis und der Ingenieur Folsten befinden sich offenbar noch am besten unter uns, und obwohl auch sie im höchsten Grade abgemagert erscheinen, so ertragen sie doch alle Entbehrungen mit erstaunlicher Ausdauer. Wie sehr die arme Miss Herbie angegriffen ist, vermag ich gar nicht zu schildern. Sie ist nur noch ein Geist, aber ein wachsamer Geist, der ganz und gar in ihren Augen zu wohnen scheint, welche ganz außerordentlich leuchten. Sie lebt mehr im Himmel als auf der Erde. Auch der Hochbootsmann, der sonst eine so große Energie zeigte, ist doch jetzt vollkommen erschlafft. Man erkennt ihn nicht mehr. Sein Kopf sinkt ihm auf die Brust, seine langen, knochigen Arme hängen schlotternd herab, und spitzig treten die Kniescheiben unter seinen abgenutzten Beinkleidern hervor. So sitzt er unbeweglich in einem Winkel des Floßes und erhebt kaum seine Augen. Wie unähnlich ist er dem Miss Herbie, er, der nur in und mit dem Körper lebt und dessen Bewegungslosigkeit eine so vollkommene ist, dass ich manchmal auf den Gedanken komme, er sei schon gestorben. Kein Wort, kein Seufzter, mehr hört man auf dem Floße. Rings herrscht Grabesruhe, nicht zehn Silben werden den Tag über gewechselt, und die wenigen Worte, die unsere vertrockneten und verhärteten Lippen hätten aussprechen können, wären nicht einmal zu verstehen gewesen. Das Floß trägt nur noch blasse, blutlose Gespenster, die nichts Menschliches mehr an sich haben. Ende von Kapitel 50 Kapitel 51 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Am 24. Januar Wo sind wir? Nach welchem Teile Amerikas zu wurden wir verschlagen? Zweimal habe ich Robert Curtis darüber gefragt, doch vermochte er mir keine bestimmte Antwort darauf zu geben. Da er jedoch die Richtung der Strömungen und der Winde immer aufgezeichnet hat, so glaubt er, dass wir im Ganzen weiter nach Westen, also nach dem Lande zu, getrieben seien. Heute zeigt die Luft gar keine Bewegung und dennoch verrät die hochgehende See, dass im Osten das Wasser aufgeregt worden ist. Jedenfalls wird ein Sturm über jene Teile des Atlantischen Ozeans hinweg gebraust sein. Das Floß arbeitet schwer und Robert Curtis, Falston und der Zimmermann setzen ihre letzten Kräfte daran, seine Teile, die sich zu lockern drohen, sicherer zu befestigen. Warum bemühen Sie sich noch damit? Möchten diese Planken doch endlich auseinander weichen und der Ozean uns verschlingen. Es ist zu viel, ihm unser elendes Leben noch abbringen zu wollen. In Wahrheit haben unsere Qualen den höchsten Grad erreicht, den Menschen wohl zu ertragen vermögen, und unmöglich können sie noch über diesen hinausgehen. Die Hitze ist ganz unausstehlich, der Himmel gießt geschmolzenes Blei über uns aus, der Schweiß läuft durch unsere Lumpen und diese Transpiration erhöht noch unseren Durst. Nein, ich kann es nicht wiedergeben, was ich empfinde. Die Worte gehen aus, wenn es gilt, übermenschliche Qualen zu schildern. Die einzige Möglichkeit, durch welche wir uns früher einige Erquickung zu verschaffen vermochten, ist uns jetzt ebenfalls abgeschnitten. Niemand kann mehr daran denken, sich zu baden, denn seit Jüngstrops Tode umringen uns die Haifische in ganzen Scharen. Heute habe ich versucht, mir etwas trinkbares Wasser zu verschaffen, indem ich Meerwasser verdunstete. Doch trotz der größten Geduld gelang es mir kaum, ein Stück Leinenzeug anzufeuchten. Außerdem widerstand der sehr abgenutzte Siedekessel dem Feuer nicht mehr, schmolz zusammen, und ich war genötigt, die Operation einzustellen. Der Ingenieur Falsten ist jetzt ebenfalls ganz gebrochen und wird uns höchstens um einige Tage überleben. Wenn ich die Augen einmal aufschlage, sehe ich ihn kaum mehr. Liegt er irgendwo unter Segeln, oder ist er tot? Nur der energische Kapitän Curtis steht auf dem Vorderteile und lugt ins Weite. Wenn man sich vorstellt, daß dieser Mann noch Hoffnung hat. Ich selbst strecke mich auf dem Boden aus und erwarte den Tod. Je eher er kommt, desto willkommener soll er mir sein. Wie viele Stunden mir in dieser Weise verflossen sind, ich weiß es nicht. Doch ich höre ein gellendes Gelächter, einer von uns muß wahnsinnig geworden sein. Das Lachen verdoppelt sich. Ich erhebe den Kopf gar nicht. Wozu auch? Einige unzusammenhängende Worte erreichen dennoch mein Ohr. Eine Wiese, eine Wiese, grüne Bäume, eine Schenke unter den Bäumen, schnell, schnell, Brandwein her, Gin, Wasser, eine Guinea für den Tropfen, ich bezahl es, ich habe Gold, viel Gold. Armer Verblendeter, für alle Reichthüme Altenglands könntest du jetzt keinen Tropfen Wasser erkaufen. Der Matrose Flaypol ist es, der von Delirien erfaßt ausruft, Land, da ist das Land. Dieses Wort hätte bei uns auch Tote erweckt. Ich mache eine schmerzliche Anstrengung und erhebe mich. Kein Land ist sichtbar. Flaypol läuft auf der Plattform umher, er lacht, singt und gibt Zeichen nach der eingebildeten Küste hin. Unläugbar sind die direkten Sinnestätigkeiten des Gehörs, des Gesichts und Geschmacks bei ihm gänzlich erloschen, doch ist er von einer rein zerebralen Erscheinung vollkommen erfüllt. Er spricht auch mit abwesenden Freunden. Er führt sie nach der Schenke in Cardiff, dort bietet er ihnen Gin, Whisky, Wasser an, Wasser vorzüglich, Wasser, das ihn trunken macht. Da geht er über alle die daliegenden Körper herweg, stolpert bei jedem Schritte, fällt hin und erhebt sich wieder, singt mit weinseliger Stimme und hat das Aussehen, als befände er sich im stärksten Grade der Trunkenheit. Unter der Herrschaft seines Wahnsinns leidet er nicht und sein Durst ist gestillt. Oh, ich möchte seine Sinnestäuschung auch haben. Wird der Unglückliche ebenso enden wie der Neger Jüngstrop und sich zuletzt in die Fluten stürzen? Daulas Folstern und der Hochbootsmann müssen das erwartet haben, denn wenn er sich umbringen sollte, wollen sie es nicht ohne Vorteil für sich geschehen lassen. Sie erheben sich, sie folgen ihm, sie belauern ihn, und wenn Flaypol sich ins Meer stürzte, dieses Mal würden sie ihn den Haifischen aus den Zähnen reißen. Doch es sollte so nicht kommen. Im Verlaufe seiner Halluzinationen ist Flaypol im letzten Stadium der Trunkenheit angelangt, so, als ob er sich durch die geistigen Getränke wirklich berauscht hätte, die er freigebig ausbot, und wie eine tote Masse stürzt er in einem Winkel zusammen, um einem bleiernen Schlafe zu verfallen. Ende von Kapitel 51 Diese Aufnahme ist gemeinfrei Am 25. Januar Die Nacht vom 24. zum 25. war dunstig. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde eine der schwülsten und der Nebel wahrhaft erstickend. Man sollte meinen, daß ein Funke hinreichen müßte, die Luft wie einen explosiven Körper zu entzünden und den ganzen Weltraum in Brand zu setzen. Das Floß bewegt sich nicht nur nicht fort, sondern unterliegt sogar überhaupt keinerlei Bewegung, so daß ich mich manchmal frage, ob es dennoch schwimme. Während dieser Nacht versuchte ich zu zählen, wie viel wir noch sind. Es scheint mir, als ob wir noch elf Personen wären, aber ich habe Mühe, die nötigen Gedanken zu dieser Zählung zu sammeln. Einmal finde ich zehn, das andere Mal zwölf. Wir müssen wohl unsere elf sein, da der Neger Jüngstrop umgekommen ist. Morgen können es nur noch zehn sein, denn bis dahin bin ich gestorben. Ich fühle es recht wohl, daß ich mich dem Ende meiner Qualen nähere, denn mein ganzes vergangenes Leben zieht durch meine Erinnerung, und es ist mir vergönnt, mein Vaterland, meine Freunde, meine Familie zum letzten Male im Traume zu sehen. Gegen Morgen bin ich erwacht, wenn man die krankhafte Betäubung, in der ich lag, noch Schlaf nennen darf. Gott verzeihe mir, doch ich denke nun ernstlich daran, diesem Zustande ein Ende zu machen. Diese Idee setzt sich in meinem Gehirn immer fester, und es gewährt mir eine Art Freude, mir zu sagen, daß meine Leiden ein Ende haben werden, sobald ich es will. Ich habe Robert Curtis von meinem Entschluß in Kenntnis gesetzt und ihm davon mit einer ganz auffallenden Ruhe des Geistes gesprochen. Der Kapitän begnügt sich, mir durch ein zustimmendes Zeichen zu antworten, dann aber sagt er, Was mich betrifft, so werde ich mich nicht selbst töten, das hieße meinen Posten verlassen, und das darf ich nicht. Wenn der Tod mich nicht vor den anderen ereilt, so werde ich bis zuletzt auf dem Floße ausharren. Der Nebel dauert fort, wir schwimmen mitten in einer weißgrauen Atmosphäre, man sieht fast die Wasserfläche gar nicht mehr. Wie eine dichte Wolke erhebt sich der Dunst aus dem Ozean, aber man fühlt es recht gut, daß über ihm die Sonne brennt, die in kurzer Zeit all diesen Wasserdampf aufgesaugt haben wird. Gegen sieben Uhr glaube ich Vogelgeschrei über meinem Kopfe zu vernehmen. Robert Curtis, welcher aufmerksam lauscht, hört die Töne, welche sich dreimal wiederholen, ebenfalls. Beim dritten Male nähere ich mich ihm und höre, wie der Kapitän mit dumpfer Stimme murmelt, Vögel! Aber dann, dann müsste ja das Land nahe sein. Robert Curtis glaubt also überhaupt noch an das Land? Ich nicht mehr. Nein, es gibt keine Kontinente, keine Inseln mehr, und der ganze Erdball ist wiederum nur jene flüssige Kugel wie zur Zeit der zweiten Schöpfungsperiode. Dennoch erwarte ich das Aufsteigen des Nebels mit erklärlicher Spannung, nicht deshalb, weil ich mir schmeichelte, dann vielleicht Land zu erblicken, sondern weil es mich drängt, den absurden Gedanken, den eine unerfüllbare Hoffnung mir vorspiegeln wollte, schnell loszuwerden. Erst gegen elf Uhr beginnt der Dunst sich zu zerstreuen, und während seine dichten Wolken über die Oberfläche des Wassers gleiten, sehe ich an manchen Stellen durch dieselben den Himmel hindurchschimmern. Glänzende Strahlen dringen bis zu uns nieder und treffen uns wie weißglühende, metallene Pfeile. Doch die Kondensation der Dünste vollzieht sich in den oberen Schichten, und noch kann ich den Horizont nicht wahrnehmen. Eine halbe Stunde lang umhüllen diese Nebel das Floß und zerteilen sich bei der absoluten Windstille nur sehr schwierig. Robert Curtis, der sich auf die Schanzkleidung der Plattform stützt, sucht diesen dicken Nebelvorhang mit den Augen zu durchdringen. Endlich glänzt die Sonne mit ihrer vollen Pracht über die Oberfläche des Ozeans, der Nebel weicht zurück, ein großer Kreis um uns wird sichtbar, und der Horizont erscheint. Doch es ist derselbe Horizont wie seit sechs vollen Wochen, eine ununterbrochene, runde Linie, in der Himmel und Wasser ineinander übergehen. Nachdem Robert Curtis sich überall umgesehen hat, verharrt er in tiefem Schweigen. Ach, ich bedauere ihn wirklich, denn von uns allen ist er der Einzige, der nicht das Recht hat, zu endigen, wann es ihm beliebt. Ich, ich werde morgen sterben, und wenn der Tod nicht kommt, mich abzulösen, so werde ich ihm entgegen gehen. Was meine Gefährten betrifft, so weiß ich gar nicht, ob sie noch am Leben sind, und es scheint mir, als wären viele, viele Tage verflossen, seit ich sie zum letzten Male gesehen habe. Die Nacht ist gekommen, doch ich habe keinen Augenblick schlafen können. Gegen zwei Uhr quälte mich der Durst so furchtbar, daß ich laut aufschreien mußte. Wie? Vor dem Tode sollte ich nicht noch einmal die Wollust genießen, das Feuer zu löschen, das meine Brust verzehrt? Und doch, ich werde mein eigenes Blut trinken, wenn ich das der Anderen nicht habe. Das wird mir zwar nichts nützen, ich weiß es, doch ich werde mein Leiden betrügen. Kaum ist dieser Gedanke in mir aufgestiegen, so schreite ich auch schon zu seiner Ausführung. Es gelingt mir, mein Messer zu öffnen. Mein Arm ist entblößt, und mit raschem Stoße zerschneide ich eine Vene. Nur tropfenweise quillt das Blut heraus, und so stille ich meinen Durst an der eigenen Quelle alles Lebens. Dieses Blut kehrt ja wieder in mich zurück, und ich besänftige einen Augenblick meine wilden Schmerzen. Dann stockt es ganz, ihm fehlt die Kraft zu fließen. Wie lange dauert es noch, bis jenes Morgen kommen will? Wiederum hat sich am Horizont ein dicker Nebel angehäuft, der den Gesichtskreis, dessen Mittelpunkt das Floß einnimmt, beschränkt, aber dieser Nebel ist glühend wie die Wolken, die aus einem Schmelzofen ausströmen. Das ist heute der letzte Tag meines Lebens. Bevor ich sterbe, würde ich glücklich sein, die Hand meines Freundes zu drücken. Robert Curtis ist da, nicht weit von mir. Ich schleppe mich zu ihm hin und ergreife seine Hand. Er versteht mich, er weiß, dass das ein Abschied ist. Doch hat es den Anschein, als wolle er mich durch einen letzten Gedanken an Hoffnung zurückzuhalten suchen. Das ist vergebens. Ich hätte auch die Herren Letourneur, Miss Hervé, gern noch einmal gesehen. Ich wage es nicht. Das junge Mädchen würde meinen Entschluß mir aus den Augen lesen. Sie würde mir von Gott sprechen und von dem anderen Leben, das man ergeben erwarten solle. Erwarten! Gott sei mir gnädig, aber ich habe den Mut dazu nicht mehr. Ich krieche auf dem Flosse hin, und mit der letzten Kraftanstrengung gelingt es mir, mich am Maste aufzurichten. Zum letzten Male lasse ich meine Augen über dieses unerbittliche Meer hinweg schweifen und über den Horizont, der sich nie und nimmer verändert. Wenn mir jetzt ein Land erschiene oder ein Segel sich über den Wellen erhöbe, so würde ich glauben, der Spielball einer Illusion zu sein. Doch das Meer ist öde und verlassen. Es ist jetzt zehn Uhr morgens. Der Augenblick, meinen Qualen ein Ende zu machen, ist gekommen. Das Zerren des Hungers und das Stacheln des Durstes zerreißt mich mit erneuter Heftigkeit, und der Trieb der Selbsterhaltung erlischt in mir. In einem Augenblicke habe ich aufgehört zu leiden. Gott erbarme sich meiner! In diesem Moment erhebt sich eine Stimme, ich erkenne die des Zimmermanns. Dulas steht neben Robert Curtiss. »Gapitän«, sagt er, »wir wollen nun losen.« »Im Begriffe, mich ins Wasser zu stürzen, halte ich doch ein. Warum? Ich weiß es selbst nicht, doch ich schleppe mich nach dem Hinterteile des Flosses zurück.« »Im Begriffe, mich ins Wasser«, der Schanzler, »Gelesen für LibriVox.org«, Am 26. Januar. Der Vorschlag ist gemacht. Alle haben ihn gehört, alle verstanden. Seit einigen Tagen schon war er zur fixen Idee geworden, welche nur niemand in ihrer Nacktheit auszusprechen wagte. Man will das Los entscheiden lassen. Jeder soll einen Teil von dem erhalten, den das Los zum Opfer bezeichnen wird. Nun gut, es sei. Wenn mich das losträfe, ich würde mich nicht beklagen. Mir scheint, daß eine Ausnahme zugunsten der Miss Herbey vorgeschlagen worden ist und daß sie von André Letourneur angeregt wurde. Doch ein Murmeln des Unmuts wird unter den Matrosen hörbar. Wir sind elf an Bord. Jeder hat also zehn Chancen für und nur eine gegen sich. Die vorgeschlagene Ausnahme würde dieses Verhältnis umstoßen. Miss Herbey muß das Schicksal aller anderen teilen. Es ist nun zehneinhalb Uhr geworden. Der Hochbootsmann, den Daulas Vorschlag wiederbelebt hat, dringt darauf, daß die Verlosung sogleich vorgenommen werden solle. Er hat recht. Übrigens hängt wohl keiner an uns besonders am Leben, und der, den das Los treffen wird, geht ja den Übrigen nur um wenige Tage, vielleicht nur um wenige Stunden im Tode voran. Man weiß das, der Tod hat seinen Stachel verloren. Aber nicht einen oder zwei Tage mehr von diesem Hunger leiden und diesen entsetzlichen Durst empfinden, das will man, das wird man erreichen. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, daß sich alle unsere Namen in einem Hute befinden. Es kann nur vollsten gewesen sein, der sie auf ein, aus seinem Notizbuche herausgerissenes Stück Papier geschrieben hat. Die elf Namen sind vorhanden, und man kommt ohne Gegenrede dahin überein, daß der letzte Name, welcher gezogen wird, das Opfer bezeichnen soll. Wer wird die Auslosung vornehmen? Alle zaudern ein wenig. Ich, antwortet da einer von uns. Ich sehe mich um und erkenne Monsieur Letourneur. Er steht da, bleich, mit vorgestreckter Hand, seine weißen Haare fallen ihm über die ausgehüllten Wangen, und er erschreckt durch seine gespenstige Ruhe. Ach, unglücklicher Vater, ich verstehe dich, ich weiß es, warum gerade du die Namen aufrufen willst. Deine väterliche Opferfreudigkeit wird auch so weit gehen. Wenn es ihnen gefällig ist, sagt der Hochbootsmann. Monsieur Letourneur senkt die Hand in den Hut, ergreift ein Billet, entfaltet es, spricht mit lauter Stimme den Namen aus, den es trägt, und übergibt es demjenigen, den es bezeichnet. Der erste herausgezogene Name ist der Burks, der einen Freudenschrei ausstößt. Der zweite der Flaypolds. Der dritte der des Hochbootsmannes. Der vierte der Forstens. Der fünfte der Robert Curtis. Der sechste der Sunderns. Die Hälfte der Namen und einer darüber ist ausgerufen. Der meinige ist nicht gekommen, und ich suche die Chancen zu berechnen, die mir noch bleiben. Vier Gute gegen eine Schlechte. Seitdem Burke jenen Schrei ausstieß, hat niemand ein Wort vernehmen lassen. Monsieur Letourneur fährt in seinem traurigen Geschäfte fort. Der siebente Name ist der, der Miss Hervey, aber das junge Mädchen verrät kein Zeichen der Freude. Der achte Name ist der meinige. Ja, der meinige. Der neunte Name? Letourneur. Welcher? fragt der Hochbootsmann. André, antwortet Monsieur Letourneur. Da hört man einen wiederholten Schrei, und André stürzt bewusstlos zusammen. Nur vorwärts, ruft der Zimmermann Daoulas, dessen Name mit dem des Monsieur Letourneur allein noch im Hute zurückgeblieben ist. Daoulas betrachtet seinen Rivalen als das Opfer, das er verschlingen will. Monsieur Letourneur selbst zeigt fast ein Lächeln. Er führt seine Hand wieder in den Hut, er zieht das vorletzte Los heraus, entfaltet es langsam, und ohne daß seine Stimme zittert und mit einer Seelenstärke, welche ich diesem Greise kaum zugetraut hätte, spricht er den Namen Daoulas aus. Der Zimmermann ist gerettet, und ein Stoßseufzer entringt sich seiner Brust. Dann nimmt Monsieur Letourneur noch das letzte Billet und zerreißt es, ohne es erst zu öffnen. Doch ein Stückchen des zerrissenen Papiers stiegt von niemand beachtet nach einer Ecke des Floßes. Ich krieche danach hin, ich ergreife es, und auf einer Ecke desselben lese ich noch, Und Monsieur Letourneur kommt eiligst auf mich zu, entreißt meinen Händen das winzige Stück Papier, dreht es fest zusammen, und indem er mich scharf und ernst anblickt, wirft er es in das Meer. Ende von Kapitel 53 Fortsetzung vom 26. Januar Ich hatte es wohl verstanden, der Vater hat sich für den Sohn geopfert, und da er ihm nichts mehr zu geben hatte als sein Leben, so gibt er ihm dieses. Doch alle jene Verhungerten wollen nicht warten, und der Schmerz in ihren Eingeweiden verdoppelt sich in der Gegenwart des ihnen zugefallenen Schlachtopfers. Monsieur Letourneur ist für sie kein Mensch mehr. Noch haben sie nichts gesagt, aber ihre Lippen spitzen sich, ihre Zähne, welche zum raschen Erfassen schon sichtbar werden, würden jenen wie die Zähne der Raubtiere und mit der gierigen Gefräßigkeit der Bestien zerfleischen. Soll man es mit ansehen, daß sie sich auf ihr Opfer stürzen und es lebend verschlingen? Wer sollte glauben, daß jemand noch jetzt einen Appell an das Restchen von Menschlichkeit in jenen wagen und vorzüglich, daß er gehört werden würde? Ja, ein Wort war doch imstande, ihnen in dem Augenblicke Halt zu gebieten, da sie sich auf Monsieur Letourneur stürzen wollten, und der Hochbootsmann, in Begriff als Fleischer zu dienen, sowie Daoulas mit der Axt in der Hand sind plötzlich still stehen geblieben. Miss Herbey geht oder schleppt sich vielmehr auf jene zu. Meine Freunde, beginnt sie, wollt ihr noch einen einzigen Tag warten? Nur einen Tag, wenn bis morgen kein Land sich zeigt, kein Schiff uns begegnet ist, so mag unser armer Gefährte euch als Beute gehören. Bei diesen Worten wird mein Herz wieder lebendiger. Mir scheint es, als spräche das junge Mädchen in einem so zuversichtlich prophetischen Tone und als sei es die Eingebung eines Höheren, welche diese edle Seele antreibt. Oh, wie kehrt die Hoffnung wieder in mein Herz ein, Die Küste, das Schiff, gewiß hat Miss Herbey sie schon in einer übernatürlichen Vision gesehen, welche Gott seinen Auserwählten manchmal sendet. Was will ein Tag bedeuten gegenüber den Qualen, welche wir schon erduldet haben? Robert Curtis ist auch meiner Meinung. Wir vereinigen unsere Bitten mit denen, der Miss Herbey vollsten spricht in demselben Sinne. Wir fliehen unsere Gefährten, den Hochbootsmann, Daoulas, die anderen an. Die Matrosen halten schweigend ein. Der Hochbootsmann wirft die Axt weg und murmelt, Also bis morgen mit Anbruch des Tages. Dieses Wort sagt alles. Wenn sich morgen weder das Land noch ein Schiff zeigt, wird das schreckliche Opfer gebracht werden. Jeder kehrt nach seinem Platze zurück und unterdrückt seine Schmerzen mit dem Aufgebot der letzten Kräfte. Die Matrosen verbergen sich unter den Segelstücken und haben gar kein Interesse mehr daran, nach dem Meere auszuschauen. Sie sind gleichgültig geworden. Morgen werden sie ja essen. Inzwischen ist André Letourneur wieder zu sich gekommen und mit dem ersten Blicke sucht er seinen Vater. Dann sehe ich, wie er die Insassen des Floßes zählt. Es fehlt nicht einer. Auf wen ist das Los nun gefallen? Als André das Bewusstsein verlor, verblieben nur noch zwei Namen, der des Zimmermanns und der seines Vaters im Hute. Und Monsieur Letourneur, so gut wie Daoulas, sind doch beide noch da. Miss Herbey nähert sich dem jungen Manne und sagt ihm einfach, daß die Losziehung nicht beendet worden sei. André Letourneur verlangt nicht mehr zu wissen und ergreift die Hand seines Vaters. Das Gesicht des Monsieur Letourneur hat einen ruhigen, fast lächelnden Ausdruck. Er sieht nichts, er versteht nichts anderes, als daß sein Sohn gerettet ist. Diese beiden so innig verbundenen Wesen sitzen im Hinterteile und sprechen leise miteinander. Doch ich muß noch einmal auf den ersten Eindruck zurückkommen, den das Dazwischentreten des jungen Mädchens in mir hinterließ. Ich glaube jetzt an eine Hilfe durch die Vorsehung, und ich vermag nicht zu sagen, bis zu welcher Tiefe dieser Gedanke in meinem Gehirn sich festwurzelt. Ich möchte behaupten, daß wir vor dem Ende unseres Elendes stehen und daß das Land oder ein Schiff dort einige Meilen unter dem Winde sein müssen. So sicher bin ich dieser Hoffnung. Erstaune niemand über diesen Umschlag in mir. Mein Gehirn ist so schwach, daß Chimären in ihm jetzt zur Wirklichkeit werden. Ich spreche den Monsieur Letourneur von meinen Ahnungen. André ist ebenso vertrauensselig wie ich. Der arme Junge, wenn er wüßte, dass morgen... Der Vater hört mir ernsthaft zu und bestärkt mich noch in meiner Hoffnung. Er glaubt gern und sagt es wenigstens, daß der Himmel die Überlebenden verschonen werde, und er überhäuft seinen Sohn mit Liebkosungen, mit den letzten des zärtlichen Vaterherzens. Später, als ich mit ihm allein war, neigte sich Monsieur Letourneur dicht zu mir. Ich empfehle Ihnen mein unglückliches Kind. Flüstert er. Und möge es ihm nie bekannt werden, daß... Er vermag, den Satz nicht zu vollenden. Heiße Tränen entquellen seinen Augen. Ich? Ich bin ganz Hoffnung. Ohne mich einen Augenblick abzuwenden, betrachte ich den Horizont und durchlaufe ihn mit den Blicken in seinem ganzen Umfange. Noch ist er leer, aber das beunruhigt mich nicht. Noch vormorgen wird das Land oder ein Segel gemeldet werden. Robert Curtis beobachtet das Meer ebenso wie ich. Miss Herbey, Folsten, selbst der Hochbootsmann, fassen ihre ganze Lebensenergie in den Augen zusammen. Inzwischen sinkt die Nacht herab, doch ich habe die felsenfeste Überzeugung, daß ein Fahrzeug bei dieser Dunkelheit uns nahe genug kommen werde, um unsere Signale mit Tagesanbruch sehen zu können. Ende von Kapitel 54 Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Kapitel 55 von der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Gesine Am 27. Januar Ich schließe kein Auge und höre das geringste Geräusch, das Plätschern des Wassers, das Murmeln der Wellen. Ich mache die auffällige Beobachtung, daß sich kein Haifisch mehr in der Nähe des Flosses befindet. Ich erblicke darin ein glückverheißendes Vorzeichen. Der Mond ist um 12.46 Uhr aufgegangen und zeigt sein letztes Viertel, doch gestattet mir sein unzureichendes Licht nicht, das Meer in einem größeren Umkreise zu überblicken. Wie häufig glaubte ich in der Entfernung einiger Kabellängen, das so ersehnte Segel zu erschauen. Aber der Morgen kommt und die Sonne steigt über derselben Wasserwüste auf. Der schreckliche Augenblick naht und ich fühle alle meine Hoffnungen des letzten Tages wieder verlöschen. Das Schiff erscheint nicht, ebenso wenig das Land. Ich kehre zur Wirklichkeit zurück und in mir lebt die Erinnerung auf. Jetzt ist die Stunde, in der die schreckliche Hinrichtung stattfinden soll. Ich wage das Opfer nicht mehr anzusehen und wenn seine so wohlwollenden, so resignierten Blicke sich auf mich richten, schlage ich die Augen nieder. Ein unbesiegbarer Schrecken schnürt mir die Brust zusammen und mein Kopf schwindelt, als ob ich betrunken wäre. Es ist jetzt sechs Uhr morgens. Ich glaube an keine göttliche Hilfe mehr. Mein Herz schlägt mehr als hundertmal in der Minute und ein kalter Angstschweiß dringt mir aus allen Poren. Der Hochbootsmann und Robert Curtis, die am Maste stehen, forschen unausgesetzt über den Ozean. Der Hochbootsmann ist schrecklich anzusehen. Man erkennt wohl an ihm, dass er der Stunde nicht vorgreifen, aber auch, dass er sie nicht vorübergehen lassen wird. Es ist mir unmöglich zu erraten, welches die Empfindungen des Kapitäns sind, doch sein Gesicht ist bleich und er scheint nur noch mit den Augen zu leben. Die Matrosen schleppen sich über die Plattform und mit ihren gierigen Blicken verschlingen sie schon das unglückliche Opfer. Ich vermag mich nicht mehr an meinem Platze zu halten und rutsche nach dem Vorderteil des Floßes hin. Immer auslugend steht der Hochbootsmann da. Nun denn, ruft er plötzlich. Ich schnelle bei diesen Worten in die Höhe. Der Hochbootsmann, Daoulas, Flaipel, Burke, Sunden begeben sich nach dem Hinterteile und krampfhaft erfasst der Zimmermann die Axt. Miss Herbie kann jetzt einen Schrei nicht unterdrücken. Plötzlich richtet sich André auf. Mein Vater? spricht er mit erstickter Stimme. Das Los hat mich getroffen, antwortet Mr. Letourneur. André stürzt sich auf seinen Vater und umschlingt ihn mit den Armen. Nie, niemals, brüllt er. Er tötet mich, bringt mich doch um. Ich bin es gewesen, der Hobbarts Leiche ins Meer geworfen hat. Ich bin es, ich bin es, den ihr erwürgen müsst. Der Unglückliche. Seine Worte steigern nur die Wut der Henker und Daloise geht auf ihn zu und entreißt ihn den Armen des Mr. Letourneur mit den Worten Nicht so viel Umstände. André stürzt rückwärts nieder und zwei Matrosen fesseln ihn, so dass ihm jede Bewegung geraubt ist. Zu gleicher Zeit ergreifen Burke und Flaywall ihr Opfer und zerren es nach dem Vorderteil des Floßes. Dieser schreckliche Auftritt vollzog sich schneller, als ich ihn zu beschreiben imstande bin. Das Entsetzen hält mich wie angenagelt zurück. Ich möchte mich zwischen Mr. Letourneur und seine Henker stürzen. Ich kann es nicht. Da hat sich Mr. Letourneur erhoben und die Matrosen, welche ihm schon einen Teil seiner Kleidung von den Schultern gerissen haben, zurückgestoßen. Nur einen Augenblick, sagt er mit einer Stimme voll unerschütterter Energie. Einen Augenblick. Ich habe nicht die Absicht, jemandem die ihm zukommende Ration zu entziehen. Doch ich denke, ihr würdet mich heute doch nicht ganz und gar aufzehren können. Die Matrosen halten ein und sehen und hören erstaunt auf ihn. Mr. Letourneur fährt fort. Ihr seid zehn. Sollten euch meine Arme nicht für heute genug sein? Schneidet sie ab und morgen erhaltet ihr das Übrige. Letourneur streckt seine beiden nackten Arme vor. Einverstanden, ruft mit schrecklicher Stimme der Zimmermann Daloas. Und schnell wie Blitz erhebt er die Axt. Robert Curtis hat es nicht mehr mit ansehen können. Ich auch nicht. Solange wir leben, darf dieser Mord nicht ausgeführt werden. Der Kapitän stürzt sich unter die entmenschten Henker, ihnen ihr Opfer zu entreißen. Ich werfe mich in den Tumult. Und kaum komme ich hinzu, so werde ich von einem der Matrosen mit aller Gewalt zurückgestoßen und falle ins Meer. Ich schließe den Mund. Ich will an Erstickung sterben, aber die Atemnot überwindet meinen Willen. Meine Lippen öffnen sich und einige Schlucke Wasser dringen in meine Kehle. Oh, du ewiger Gott! Das Wasser ist süß! Ende von Kapitel 55 Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Kapitel 56 von der Chancellor Gelesen für LibriBox.org von Gesine Fortsetzung vom 27. Januar Ich habe getrunken. Ich habe getrunken. Ich bin neu geboren. Das Leben zieht wieder in mich ein. Ich will nicht mehr sterben. Ich schreie und werde gehört. Curtis erscheint über der Schanzkleidung und wirft mir ein Tau zu, das meine Hand erfasst. Ich klettere an Bord und breche auf der Plattform zusammen. Süßwasser! Trinkwasser! sind meine ersten Worte. Süßwasser! ruft Robert Curtis. Meine Freunde! Das rettende Land ist da! Noch ist es Zeit. Der Mord ist noch nicht vollbracht. Das Opfer noch nicht geschlachtet. Robert Curtis und André hatten gegen die Kannibalen gekämpft und gerade als sie dem Unterliegen nahe waren, sind meine Rufe zu ihnen gedrungen. Der Kampf schweigt. Ich rufe nochmals die Worte Süßwasser! Trinkwasser! Neige mich über den Rand des Floßes und trinke. Ja, trinke mit langen, wohltätigen Zügen. Miss Herbie folgt zunächst meinen Beispiele. Robert Curtis, Falston, alle übrigen stürzen sich nun auf die neu erschlossene Lebensquelle. Jeder kühlt sein brennendes Verlangen. Die wilden Tiere der letzten Minuten strecken die Arme gen Himmel und einige Matrosen bekreuzen sich, da sie ein Wunder vor sich zu haben glauben. Alle knien am Bordrande nieder und trinken mit wahrhaft wollüstigem Entzücken. Der Ausbruch der Freude folgt dem der Wut. André und sein Vater sind die Letzten, die dem allgemeinen Beispiele folgen. Doch wo, wo sind wir? habe ich laut gefragt. Da! antwortet Robert Curtis und weist mit der Hand nach Westen. Man sieht ihn verwundert an. Ist jetzt der Kapitän auch toll geworden? Es ist keine Küste in Sicht und das Floß nimmt noch immer den Mittelpunkt der Wasserscheibe ein. Und doch, das Wasser ist ja süß. Seit wann? Einerlei. Jetzt haben die Sinne uns nicht betrogen und unser Durst ist gelöscht. Jawohl, fährt der Kapitän fort. Noch ist das Land unsichtbar, doch wir haben es weniger als 20 Meilen unter dem Winde. Welches Land? fragt der Hochbootsmann. Das amerikanische Festland und zwar denjenigen Teil, an welchem der Amazonenstrom mündet, denn dieser Strom allein wälzt seine Fluten mit solcher Gewalt ins Meer, dass er imstande ist, bis auf 20 Meilen dessen Salzwasser zu verdrängen. Robert Curtis hatte vollkommen recht, denn die Mündung des Amazonenstroms, welcher so viel Wasser ins Meer führt, ist die einzige Stelle des Atlantischen Ozeans, an der wir Süßwasser antreffen konnten. Das Land ist da, wir fühlen es voraus. Der Wind trägt uns dorthin. In diesem Augenblicke erhebt sich Miss Herbys Stimme gegen den Himmel und wir verbinden unsere Gebete mit dem ihrigen. André Le Tourneur liegt in den Armen seines Vaters und wir anderen alle auf dem Vorder- und dem Hinterteile des Floßes starren nach dem Horizonte im Westen. Eine Stunde später ruft Robert Curtis laut Land! Land! Ende von Kapitel 56 Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Kapitel 57 von der Chancellor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Gesine Der Chancellor von Jules Verne Kapitel 57 Das letzte Kapitel Das Tagebuch, in dem ich meine täglichen Beobachtungen niedergelegt habe, ist beendet. In wenigen Stunden waren wir gerettet, was ich noch mit kurzen Worten erzählen will. Das Floß begegnete gegen elf Uhr morgens an der Maguri-Spitze der Insel Marajo mit leidigen Schiffern, die uns aufnahmen und stärkten. Dann wurden wir nach Para übergeführt und der Gegenstand der rührendsten Sorgfalt. Das Floß stieß unter 0 Grad zwölf Minuten nördlicher Breite ans Land. Es ist also, seit wir das Schiff verließen, mindestens 15 Grad nach Süden getrieben worden. Ich sage mindestens, denn offenbar waren wir schon weiter nach Süden verschlagen und wenn wir an der Mündung des Amazonenstroms anlangten, so kommt das daher, dass der Golfstrom das Floß wieder erfasst und es dorthin getrieben hat. Ohne diesen glücklichen Umstand wären wir verloren gewesen. Von 32 Menschen, nämlich neun Passagieren und 23 Seeleuten, die sich in Charleston eingeschifft hatten, waren nur fünf Passagiere und sechs Seeleute übrig, im Ganzen elf Personen. Das sind die einzigen Überlebenden des Chancellor. Von den brasilianischen Behörden wurde ein offizielles Protokoll aufgenommen. Unterzeichnet haben es Miss Herbie, J.R. Casallon, Letonneur Senior, André Letonneur, Falston, der Hochbootsmann, Daloas, Burke, Flaypole, Sanden und als letzter Robert Curtis, Kapitän. Ich füge hinzu, dass uns in Para sofort Gelegenheit geboten wurde, in unser Vaterland zurückzukehren. Ein Schiff brachte uns nach Cayenne und wir wollen die französische transatlantische Linie von Aspenwall benutzen, deren Steamer Vé de Saint-Nazaire uns nach Europa zurückbringen soll. Ist es aber jetzt, nach so viel gemeinschaftlich überstandenen Prüfungen, nach so vielen Gefahren, denen wir nur durch ein Wunder entgangen sind, nicht ganz natürlich, dass ein unlösliches Freundschaftsband sich um die Passagiere des Chancellor schlingt und dass sie unter allen Verhältnissen und wie weit das Schicksal sie auch voneinander wegführe, sich niemals vergessen werden. Robert Curtis ist jetzt auf immer der Freund derjenigen, die seine Unglücksgefährten waren. Miss Habe hatte die Absicht, sich von der Welt zurückzuziehen und ihr späteres Leben den Leidenden zu widmen. Ist denn mein Sohn nicht auch ein Kranker? hatte Mr. Letourneur darauf zu ihr gesagt. Miss Habe hat jetzt in ihm einen Vater, in seinem Sohne einen Bruder gefunden. Ich sage einen Bruder, doch in kurzer Zeit wird dem mutigen Mädchen in ihrer neuen Familie dasjenige Glückwinken, das sie verdient und wir ihr alle von ganzem Herzen wünschen. Ende von Kapitel Sieben und Fünfzig Dies ist das Ende von Der Chancellor Von Jules Verne